So, du hältst die Klappe, die hat Sound. Hallo? Hallo? Kann man mich hören? Ich habe sogar keine Ahnung, wer 100 Stunden Stream gemacht hat. Oh. Was macht die denn da? Ach, Isabella kennt Peanut gar nicht, ne? Stimmt, du warst ja schon lange nicht mehr hier. Das ist Peanut, Peanut Smalls. Peanut Smalls hat super viele Talente. Wer ist das? Ja, ich sage Peanut. Und das da vorne ist meine Frau Twinkie, die da tanzt. Das ist quasi Curtis und Dick. Nur ohne Gangstersachen. Also das ist quasi Dennis, ja. Wir rufen mal meine Frau, weil ich bin faul dahin zu laufen. Ja, Moin, Speckbäckchen. Ja, vor den Tagchen, was machst du da? Ja, oh, da hinten stehst du. Oh, gar nichts. Gar nichts. Was hast du da gerade gemacht? Äh, nicht. Doch, ich habe es genau gesehen. Ach, warte, bleib noch kurz da hinten. Okay, ich bleib hier. Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da? Was machst du? Jetzt kriege ich dich. Was machst du? Jetzt kriege ich dich. Was hat... Ja, sie ist drin. Was machst du da? Ich bin Twinkie. Ja, du gehörst mir. Komm, ich brenne dir das hier schnell rein. Was machst du da im Gebüsch? Was ist das? Was ist das? Okay, ich habe eine neue Eule. Was hast du? Eine Eule. Eine Eule? Ich habe sie mir gerade angehüllt. Weiter. Weiter. Ja. Hast du die vom Baum geschossen? Was machst du mit der Eule? Ja, war das jetzt meine? Du hast die vom Baum geschossen. Ich bin tot. Ich glaube auf keine. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, genau. Guck mal. 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 einen Falle aufgestellt gehabt. Und da ist sie mir direkt reingetan. Oh, Telefon. Ja, ich hätte schon mitgerechnet. Hallo. Peanuts, Mulder, mein Brot. Guten Tag, Lichtner hier. Was? Lichtner hier. Ja, Herr Richter. Aua. Hattest du mit Juri gesprochen? Ähm, über was? Juri sagte... Mit dem Fliegen? Genau. Ja, also ist grundsätzlich in einer halben Stunde, 20 Minuten circa. Wenn Juri Zeit hat, wollte er selber fliegen, aber ich habe ihn bisher noch nicht erreicht. Aber ich habe keine Ahnung, wo Herr Juri sein Fluchzeug ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Der hat nur gesagt, ich soll fliegen und Twinkie, mein Frau, macht so das. Ja. Aber ich habe von Herrn Juri schon lange nichts mehr gehört. Ja, gut. Ja. Äh, ja. Dann müssen Sie den anrufen, bis der dran geht. Okay. Okay. Dann versuche ich, den mal anzureichen. Okay, alles klar. Aber ich fliege. Okay. Wenn ich ein Fluchzeug habe. Okay. Okay. Bye-bye. Bis dann. Hachisch. Oh mein Gott, nochmal. Hachisch, was machst du da? Ich überlege mir den Namen, aber der ist echt nicht gut darin. Oh, Herr Juri. Hachisch, dann. Ich habe doch gesagt, wo ist keine Option für Namen? Hallo, Herr Juri. Einen wunderschönen guten Abend. Der Herr Richtern oder so hat mich gerade angerufen. Richtner? Ja, irgendwie sowas. Ja, ähm, kann ich Ihnen gleich den Schlüssel vom Flugzeug vorbeibringen? Ja, aber wo ist denn das Flugzeug? Ja, das steht am Flughafen. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert mit Landerlaubnis. Wie mit Landerlaubnis? Ja, mit Abheben, Landen, Abheben, Landen. Ich kenne nur die Sicherheitsdinge nicht, aber ich fliege einfach. Ja, mach doch. Okay. Aber geht man da nicht ins Gefängnis? Nein, nein, warum denn? Warum? Warum solltest du ins Gefängnis gehen? Wir müssen bloß halt eben der Border Patrol Bescheid sagen, aber das ist kein Problem. Die werde ich noch informieren, da habe ich bisher keinen erreicht gehabt und dann geht das auch noch ein paar Probleme. Okay, wir sind bei Ihnen am Haus. An welchem? Ja, das, wo wir zunmieter wohnen. Alles klar, ich komme da hin, ungefähr nach fünf Minuten. Okay, bis gleich, Herr Juri. Alles klar, bis gleich. Wie wär's denn mit Hure, Hure? Nee, das ist auch nicht gut, das ist viel zu schrill. Hab ich doch gesagt. Wie wär's denn mit Hure, Hure? Nein. Das ist ein dummer Name. Was mit H-Haggelt? H-H-Hedwig? Hedwig ist auch ein dummer Name. Wie wär's denn mit H-Höhnchen? Wie die Mama. Nein, ich kann mein... Nein. Was denn mit Bagger? Oder Thunfisch? Hm. Das ist alles nicht das Richtige. Was mit Gingsda? Nee. Ich nenn' dich Bäumchen. Denn du warst auf dem Bäumchen. Wobei das mehr ein Baum ist als ein Bäumchen. Das ist ein Baum. Du bist Bäumchen heißen, okay? Ja, ja, der ist auf dem Hintergrund. Hat der nur Silvesterrakete gezündet? Und der quietscht irgendwie manchmal. Ja, ja. Ja, so rum. Ja, aber das ist ja. Ja, ja. Wuuu. Der macht H-Haschisch Angst. Hey, die zwei Töni schon die ganzen letzten Wage. Ja, H-Haschisch. Halt die schon Freunde? Ich hab gar kein Gefühl. Ja, H-Haschisch. Hörst du mit zu? Wat? Ähm, heute musstest du dessen. Ich bin Pilot. Wie? Warum? Ja, wir müssen doch rüberfliegen auf die Insel. Ja, heute? Ja, heute war das. Oh Gott, heute. Ja. Das kriegen wir locker hin. Oh, okay. Kriegen wir das hin? Ja, oder kriegen wir das hin? Die kannst du aber nicht mitnehmen, die Eule. Ja, wieso denn nicht? Mach dir ne Kette am Hals und fessel dir am Baum. Ja, wie? Ja, die kann ich mit in's Flugzeug. H-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Ja, muss aber. Dann versteck die in deinem Dekolleté. Ja, hab ich doch. Ja, nicht, dass... Ja, wie ihr Köpfchen guckt raus. Ja, hehehe. Der Herr Nuri kommt jetzt her. Okay, pass auf, okay? Ich zeig dir, was passiert, wenn du nicht hörst, ja? Okay, okay. Wenn ich nicht hör? Wenn ich hier erst rein und dann... Ja, was passiert mit dir? Was ist da versammelt? Was machst du? Ich wusste... Was machst du? Ich muss halt lernen. Du darfst die Peitsche nicht in die Luft klatschen. Die Eule kriegt Angst davor. Aber das ist doch... Richtig so. Ich kann nur noch gar keine Kunststücke. Ja, du musst halt auch mal lernen, den Schnabel zu halten. Wer? Na, die Eule. Aber die sagt doch gar nichts. Ja. Außerdem ist die da eingequetscht zwischen deinen Trommeln. Guck mal, die Augenquetschen raus. Ein Fußneues! Hattest du dir nicht einen Ameisenfreund suchen können? Ameisenfreund? Ja. Du meinst, wie so ein Ameisenbär? Ja, sowas. Was krieg ich den denn her? Oder ein Goldfisch in eine Cola-Dose oder so. Oh, Goldfische. Die sind doch so gut. Wo gehst du hin? Ich bring den Vogel rein. Ja, du wolltest ihn doch doch mitnehmen. Ich dachte, ich darf ihn nicht. Ja doch, wenn du den versteckst und den keiner merkt. Okay, den wird man schon nicht bemerken. Guck mal. Sieht aus, als hättest du drei Brüste. Wu, 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 Wu. Du hast die angeschossen. Wie wär's mit Krückchen? Oder Rollstuhlchen? Ich hab sie nicht angeschossen. Du hast dagegen geschossen, gegen den Baum. Ja, gegen den Baum. Aber doch nicht die Eule. It's only game. Das wär doch halbbar. So weit sind wir dunkelten. Ich hab Hachisch gefüttert. Ja, subi. Und Hachisch schläft ab sofort bei uns im Bett. Das kannst du so vergessen. Doch es wird kalt. Das kannst du so vergessen. Es wird nicht kalt. Wir sind mitten im Sommer. Ist kein Sommer, wird bald wieder Winter. Ich geb dir gleich mal Winter, mein Freund. Und dann kannst du hier draußen mit Hachisch schlafen. Nee, wir schlafen im Bett. Es kommt kein Frosch in mein Bett. Aber ein Vogel. Auch der Vogel kommt nicht ins Bett. Und wo schläft die Eule? Na, im Wohnzimmer. Dann schläft der Hachisch auch im Wohnzimmer. Ach, ich dachte, der Hachisch hat solche Angst. Warum soll der Angst haben? Das hast du doch gerade gesagt. Ja, ich wusste ja nicht, dass sie sich schon kennen. Ja. Aber es wird absolut keine Ahnung von deinem Wohr aus. Darum springt der auch nicht, wenn du es willst. Der springt nicht mehr, weil der schon 17 Kilo wiegt. Ja, pass auf. Guck in die Magen, den Hachisch. Nimm dir den Ring, nimm dir raus. Wir brauchen bald ein größeres Becken. Hachisch ist mein Guter. Will, du packst die Peitsche aus. Oh, jetzt. Hör auf damit. Ja, Feini, Feini. Nein, nicht Feini. Ja, wie? Hör auf mit der Peitsche. Du hast Angst davor. Oh, der hat keine Angst. Die sind schon wie besteste Freunde. Nicht draufsetzen. Was? Nicht auf Faschisch draufsetzen. Oh Gott, hab ich nie gesehen. Jetzt hab ich einen Plattfrosch anstatt einen ägyptischen Sonnenbrunnenfrosch. Du musst ihn einfach wieder auf. Nein, das ist kein Lufallon. Aber es ist schon irgendwie ähnlich. Meine Füße sind kalt. Die Wassertemperatur ist nicht gut für Hachisch. Der muss im Bett schlafen. Weißt du, die Wassertemperatur ist genau richtig für Hachisch. Ach ja, wie warm soll denn das Wasser sein? Wo ist denn das Fresse, die da gerade in dieser Zeit draußen im Wasser sind? Ein bisschen abhängen. Ne, die hängen nicht ab. Die gehen im Winterschlaf. Wir haben keinen Winter. Doch, wir haben bald Winter. Nein, das taucht halt noch. Beides schon wilder Weihnachten. Ich hätt' mir auch nen Schlauen suchen können. Aber nein, ich hab den gut aussehen hingenommen. Du meinst mich, ne? Ja. Warum, ich bin so schlau. Frag mich was. Frag mich was. Okay, wann fängt der Winter an? Hm, soon. Winter's coming. Ja, die gibt's ja gleich Winter's coming. Doch, der Winter fängt nach dem Sommer an. Und dann kommt der Herbst. Nach Sommer kommt Herbst? Ja. Stimmt doch gar nicht. Stimmt doch wohl. Herbst kommt nach dem Winter. Oh Gott, das ist der Frühling. Ja, und danach? Kommt der Sommer. Und dann kommt der Herbst. Der Herbst. Und dann erst kommt der Winter. Nein, der kommt. Aber mir war, heute Nacht war mir kalt, also kommt der Winter bald. Außerdem haben wir Erdewärmungsprobleme. Das Wetter verschiebt sich. Klimawandel ist daran schuld. Damit kennst du dich wieder nicht aus, ne? Du neunmal kluge. Wir hatten's nur noch nicht mal richtig warm. Jetzt komm mal runter, okay? Doch, der Sommer ist schon vorbei. Ja. Gib dir gleich vorbei. Bald muss ich lange Hosen tragen. Oh mein Gott. Wo willst du denn hin? Ich hab kein dummes Maul. Ich hab kein dummes Maul. Ich war immer voll gut in Erdkunde. Wo willst du hin? Na, was? Woran warten wir denn hier? Auf Herrn Juri, der kommt. Wegen dem Flugzeug. Aber, weißt du, was Pinsen und ich gestern getan haben? Was denn? Wir waren auf dem Geburtstag rum, haben Sachen geklaut. Komm, ich zeig dir. Ihr habt Sachen geklaut? Ja. Also Essen haben wir mitgenommen vom Geburtstag. Ihr klaut jetzt also Sachen zusammen. Na, Mann, wir durften das nehmen. Wir haben's mitgenommen. Also habt ihr nicht geklaut? Nein, wir durften's nehmen. Okay. Guck mal im Koffer rum. Da ist doch deine Lieblingssorte bei. Hm. Kannst du dir einen abschaken? Hm, hm. Oh, Spurps. Hey, das ist schon meine. Ja, ja. Du musst teilen auch. Wie teilen? Wem gehört die Spitzhacke? Das ist meine. Wenn ich Gold holen geh. Ach so. Du weißt doch, ich spiele eine von den sieben Zwergen. Hey, lass mich auch dran. Ja, ja. Geh doch. Wo sind die Spare Ribs? Wo sind die Spare Ribs? Gib mir auch einen. Oh, ich hab's ja auch nicht. Ich will auch einen Spare Ribs. Los, bitte. Ja, okay, hier. Dankeschön. Da kommt, glaube ich, eine Ruhi. Hallo, wer sind sie? Antwortet nicht. Hallo. 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 Hallo, Andi. Ich lese selbst gleich noch vor. Danke. Hallo. Hallo. Was machst du? Du bist so aggressiv, ne? Ja, wie aggressiv? Du bist immer aggressiv. Oh, komm. Oh, verdammt. Das war doch bestimmt Herr Juri. Der ist doch weggelaufen. Warum fährt der denn hier hin und läuft dann weg? Weiß nicht. Und der Pinsel hat gestern einen Schlüssel bekommen, ne? Hm. Bestimmt 300 Autoschlüssel. Oh, 300. Ne ganze Tasche voll. Oh, Gott. Wo hat der die denn her? Vom Chef Cody, aber sag nicht, dass ich dir das gesagt habe. Oh, je. Das war ein Geheimnis. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. Bist du erschüttert oder riecht an deinen Fingern? Ja, ich bin erschüttert. Guck mal, deinen Wampern meiner. Ich mag das. Wir sollten mal Gorilla-Glu auf die Wampel streichen. Komm, wir gehen beim Pinsel im Auto gucken, ob der wieder was geklaut hat. Da versteckt der mal seine Sachen. Hast du da überhaupt noch eine Übersicht? Eigentlich nicht, nein. Oh, der hat sein Schloss ausgewechselt. Der Schlüssel passt nicht mehr. Ach, sowas. So ein dummes Arschloch ist das. Siehst du, von wegen allerbesteste Freunde. Von wegen, sorry. Angelogen, angeflunkert hat er. Arschloch, dummes. Mach die locker in die Scheibe. Kannst du Fliegen fressen beim Auto fallen. So. Hab seine Scheibe eingeschlagen. Riecht die so, riecht die so. Hallo, Herr Nubi. Erstmal das Auto zerlegen, ja? Ja, der hat nämlich sein Schloss gewechselt. Obwohl wir... Meine Frau hat Bäumchen gefangen. Was hat sie gefangen? Bäumchen. Was ist denn Bäumchen? Also, eine Eule. Das ist die Eule, die hier gewohnt hat. Erstmal den Schlüssel, bevor du das vergessen. Danke. Eine Eule. Ja, rede ich. Ja. Die lebt hier. Ich glaube, sie ist sogar gebrannt, Mark. Brandmarkt. Ja. Ja, ja. Die ist im Dekolleté versteckt, die Eule sich. Deshalb sieht sie... Oh! Wo ist das Neue? Feuerwerk. Ja. Das setze ich an wie Feuerwerk. Herr Nuri, wo soll ich fliegen? Na, vom Los Santos International nach Perico. Und einmal nur oder mehrmals? Angeblich nur einmal rüber und morgen einmal zurück. Und morgen zurück? Ja. Okay. Müssen wir irgendwelche Sicherheitshinweise geben? Haben die denn überhaupt Verpflegung da? Das ist nicht unser Problem. Sie wollten nur den Flieger buchen. Also, ob sie da überleben oder nicht, ist ihr Problem. Ach so! Was ist die Dürftigkeit? Hallo. Geil, grüße. Okay. Du hast... Ich dachte, wir sind besteste Freunde. Warum? Du hast dein Schloss gewechselt vom Auto. Mein Schlüssel passt nicht mehr. Christen, direkt weit auf die Mütze. Ähm... Ich bin überhaupt nicht mein Schloss zu wechseln. Du verletzt mich tief in mein Herz. Wie immer. Was ist denn mit dem anderen, dem Papagei oder was das war? Nicht darüber reden. Oh, okay. Oh, oh. Und das einzige Fettnippchen. Der ist weggeflogen mit einem Flügel. Ja. Weil auf dem anderen Flügel, was er da gelassen hat, war, oh, die Toasties Autogramm drauf. Ja, wie dieses Fass hat er gelassen. Oh, okay. Und dann ist er weggeflogen mit einem Flügel. Ja, wirklich. Hat er da nicht dieses Kreis-Syndrom so, wenn er mit einem Flügel flog? Hallo, bitte, hallo, Loni. Das geht. Rüber. Und an dem Tag, wo der weggeflogen ist, gab es Hühnchen zu Hause. Ja. Aber nur ganz kleines Hühnchen. Kaum Fleisch dran gewesen. Mit nur einem Flügel. Jetzt steckt Bäumchen mal weg. Ja, wo soll ich denn denn hinstecken? Herr Nuri, soll ich den Doofkorb anrufen und sagen, die müssen essen und alles mitnehmen? Das ist doch sein Problem. Mach doch nicht sein Problem, das ist deinem Problem. Wir sollten die in ihrer Dummheit überlassen. Wann wollen die denn, wann soll ich die denn fliegen? Ähm, gleich. Wann ist nun gleich? So in zehn Minuten. In zehn Minuten? Und Twinkie macht Stuhl das? Ja. Und Pinsel ist Sicherheitsbeauftragter. Ich habe nur ein anderes Problem. Ich weiß nicht, ob so viele Sitzplätze sind im großen Flugzeug. Im Flugzeug? Ich habe ein Problem. Was denn? Ich muss zur Polizei. Ja, dann fahr doch da hin. Eine Gegenüberstellung. Musst du dich zeigen oder machst du eine Gegenüberstellung? Ich muss mich zeigen. Warum hat das Täter gemacht? Das ist eine schwierige Geschichte. Also das Problem ist, das, was die mir vorwerfen, stimmt. Ja, das ist klar, dass das stimmt. Ja. Da war so ein unfrenscher Gast, der hat gesagt, da ist kein Taxi, ich sehe das nicht. Und wurde dann frech und ist zu Fuß gelaufen. Und dann später haben wir den wieder getroffen. Dann habe ich den umgeknüppelt mit meinem Leserschwert. Weil der hat uns gedisst. Ist so ein Feuerwerkskörper dabei? Nee, das ist das Bäumchen. Oh. Ist nur eine kleine Ulle. Das Flugzeug steht auf der anderen Seite vom Gebäude, ne? Andere Seite vom Gebäude? Ja, das müsstest du einmal rüberfahren. Ist das in einem Hangar? Nein, nein, nein. Also da, wo wir normalerweise starten, genau auf der Rückseite von dem Gebäude steht das. Ah, okay. Okay. Ja, dann machen wir das. Frisch gekauft und frisch vorgetan. Ich muss mich um nichts kümmern, ne? Nein, nein. BP weiß auch Bescheid. Da sagt der Herr Richter Bescheid, dass die unten hinkommen. Wir dürfen nur keine Waffen dabei haben. Ganz richtig. Nichts Illegales dabei haben. Ich darf keine Waffen dabei haben. Richtig, genau. Wie durchsucht. Die so durchsuchen, die uns. Ja. Peanut? Ja? Bist du heute auch beim Taxi oder im Geizclub? Ich muss jetzt erst mal fliegen mit Twinkie. Fliegen? Ja, mit Herrn Lewis' Flugzeug müssen wir fliegen. Aha, wie geil. Wie schlau. Aber ich muss ihm eine Pilotenklamotte besorgen. Ja. Ja? Nee, ich fliege so. Ich setze mich noch einmal ran. Guck mal, was ich da so finde. Aber es ist doch viel Bequem. Da fallen mir andere Sachen ein. Was denn? Ja, andere Sachen fallen mir da ein. Ja, was denn? Ich schreibe Ihnen einen Brief. Einen Brief? Ja. Aber bitte so, dass ich es nicht lesen kann. Ja. Ja, Twinkie, dann lass mal auf. Ja, wir fahren auf zum Taxi. Ja, also wenn was sein sollte, einfach anrufen. Und Sie sind heute in der Stadt, Herr Neuri? Nicht lange. Sind Sie heute Abend bei dem Boxring dabei? Nein, eigentlich nicht. Ja, doch. Die hauen sich da wieder in die Fresse. Wer? Ja, alle. Das ist so ein Riesenturnier immer. Liegt FAB wieder im Dreck, Daniel? Das weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Ich finde die Uhr ist an der anderen Hand. Habe ich auch gemerkt. Hättest du es nicht gesagt, der wäre Sky im Aufgeboren. Aber ich achte immer auf dich, mein Pudding-Teilchen. Ja, gut, dann fliegen wir eben zum Flugzeug. Und dann fliegen wir die Uhr. Wann kommt die denn wieder dann zurück? Wir fliegen nur hin und zurück, dann sind wir wieder da. Okay, dann ruf die an. Ich muss mich umziehen. Muss man bei so einer Gegenüberstellung sprechen? Am besten lass du dir deine Haare schneiden, damit du nicht mehr so aussiehst wie an dem Tag, wo du den verboxt hast. Oh, dann muss ich mich komplett umziehen. Und schminkt. Und schminkt. Hast du was zum Hals, Twinkie? Warum? Hast du was zum Schminken? Wir werden los. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis später. Okay, bis nachher, Biggie. Bis bald. Okay. Bye. Ich gehe dann noch zum Kinderschminken. Okay, wir rufen an, wenn wir da sind. Ja. Bis dann. Alles klar. Wenn was sein sollte, einfach durchklingeln. Okay. Alles klar. Dann eventuell bis später. Oh mein Gott. Bis nachher, Herr Nuri. Guck mal, viele Freunde wir haben. Ja. Weißt du was, Twinkie? Was? Ich bin noch nie so große Flugzeuge geflogen. Oh je. Oh je, Mini. Ich bin immer nur diese kleinen oder den Helikopter. Hey, die Großen sind doch nicht anders als die Kleinen. Sie sind halt die Kleinen nur größer. Okay. Ich muss, ich ruf kurz den Herr Richter an. Mach das. Und du machst zu, das? Ja. Okay, ich ruf den kurz an. Ja. Hallo, Herr Richter. Hi. Haben Sie schon mit Herrn Nuri geredet? Ja. Okay, ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Alles gut. Wir haben uns jetzt einfach mal ganz frech dahingestellt, wo wir damals auch Abflug waren. Ja, da wird doch wieder der Abflug sein. Okay. BP steht auch schon hier gerade. Okay. Und die durchsuchen noch mal, richtig? Richtig. Okay. Wie sieht es denn aus mit Verpflegung für Sie? Haben wir alles mitgenommen. Alles mitgenommen? Ja. Okay. Ja, dann bin ich auf dem Weg mit dem Dürer, das Twinkie. Okay. Dann bin ich gleich. Dann bin ich gleich. Okay. Nur nicht nervös, weil egal was passiert, Twinkie nicht furzen. Oh, geil. Nein. Okay, hier ist noch... Hä? Hier ist noch nur... Du hast doch nicht. Ich hab doch nur gewusst... Nicht im Flugzeug furzen. Oh. Weil dann verlieren wir eine Höhe, weil die Luft dünner wird. Ich hab doch nur gewusstet. Nein. Doch. Es stinkt. Nein, das war ich nicht. Das war ich nicht. Es stinkt unnormeiner Pust. Nein, das kann nicht sein. Lüg nicht. Ich war das nicht. Mach mal Fenster bitte runter. Ich war das nicht. Doch, du warst das. Mann. Sei mal, Assaule. Stinkt schon wieder nach Erdnussbutter-Prodding. Hast du eine Waffe dabei? Ja. Du bist jetzt Auto-Tune. Dawa Herr, Jury. Mann, Such. Rohrbäumchen. Wo ist noch alles? Den Witz hab ich heute schon viermal gemacht. Was macht denn der? Der ist verrückt. So, die Ässer. Herr Jury hat schon sehr viel Vertrauen in uns, ne? Ja. Dass du uns so'n Superjet anvertraut. Das ist doch klasse. Boah, jetzt müssen wir erst mal die Parkposition finden. Ja, nicht, dass wir wieder abgeschnitten werden. Das wär ja kass. Ui. Okay, reinlassen tun, den Jury. Dann wissen die Bescheid. Irgendwo hier muss das sein. Mhm. Da, rechts ist es. Meinst du, das fliegt noch? Wurkau. Wurkau. Ist es das? Mhm. Ich weiß nicht, wie ich hier da hinten, oder? Ist es das? Das könnte es sein, oder? Ich glaub schon, oder? Ich glaube. Wir parken einfach hier. Komm, wir tun uns Sachen im Koffer rum. Halt die Klappe, Bäumchen. Hey. Handys dürfen wir auch, glaub ich, nicht mitnehmen. Ja, ich will. Doch, doch, wir dürfen Handys mitnehmen. Ja. Ich bin der Pilot. Okay. Wo ist meine Pistole da rein? Den Rest ist nicht mehr. Wuhu. Du musst durchs Fenster klettern, ne? Ja. Ich bin nervös. Warum? Kannst du so Ansagen machen wie Flughöhe und bitte anschneiden und so? Ich hab keinen Plan davon. Egal, erzähl einfach irgendwas. Okay. Komm, ich helfe dir auf den Flügel zu klettern. Okay. Warte kurz auf den Flügel. Und nicht springen, Twinkie. Nicht springen. Okay. Da bricht's uns ab. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich muss einen Juri nochmal anrufen. Nein, du gehst nicht am Telefon. Ich bring mir dir eine Hilfe. Twinkie? Ja. Twinkie? Ja. Was ist denn? Kann ich mich nicht bewegen? Mann. Das ist ein doofes Flugzeug. Weiße. Was hast du? Kann mich nicht bewegen. Ja, Moment. Oh, endlich. Ich find das Schluss nicht. Wenn du Spickbekehle. Ich find das Schluss nicht. Okay. Mann, ich kenn mich nicht aus mit dem Fluchzeug. Hallo, Herr Nuri. Da. Wo tue ich denn den Schlüssel da rein? Ich find den Schlüssel da rein. Na, auf dem Flügel, wie immer. Aber ich finde das Schloss nicht. Ja, auf dem Flügel mittig, auf dem Flügel ist so eine Tasse. Weißt du so? Auf dem großen Flügel, auf der Mitte. Ah. Okay. Warum machen wir hier einen Schlüssel? Twinkie? Ja, das ist wie durchs Fenster kriechen, ne? Das ist ja auch nicht durchs Fenster. Ich muss auch durchs Fenster klettern, ne? Ähm, du musst nach vorne klettern. Ja, nach vorne klettern oder durchs Fenster? Ich mach das schon. Ja, aber... Ja, aber... Wollte ich das sagen, du machst das schon. Und Twinkie, passt du durch? Twinkie? Ja. Passt du durch? Hast du gepasst? Guck mal, ich bin Beifahrer. Nein, du bist... Du bist... Ich komm jetzt rein. Oh mein Gott. Und ich kann hier aufliegen? Nein, Twinkie, du sitzt falsch. Wo sitzt sie denn? Co-Pilot. Ja. Der Pilot muss als erstes... Nein, du musst nur mal aussteigen. Sonst pass' ich nicht rein. Genau. Warte. Wo ist ein Arm, du? Ich hoffe, ich darf... Kann wir spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe zwei Leute auf einem Flügel. Ich will Sinn. Nee, ich pass nicht durch. Du pass' nicht durch. Ich pass' nicht durch. Durchs Fenster. Ja. Hier müssen siehst du durchpassen. Ganz sicher. Ja. Oh, doch jetzt. Doch nicht. Doch. Ich steig einfach hier vorne ein. Oh, nein. Twinkie, komm. Ich komm schon zu Backpack hier. Hier kommt Mama. Genau, steig einfach vorne ein. Hallöchen. Oh, Twinkie, fasst hier keine Knöpfe an. Oh. Oh, mein Gott. Das ist ein etwas dickerer Flieger. Muss ich mich an die gelbe Linie halten? Boah, das geht mir auch so. Die sehen das hier nicht so eng. Ja gut, ich bin dann schon mal rüber. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wie du weißt, warte, ich kann die Schleitstelle von oben. Warte, ich mach die Schleitstelle von oben. Warte, lass mich mal ein bisschen höher steigen. Wo bist du? Ähm, links halten. Wir gehen das hin, ja. Links abbiegen. Soll ich dich zuerst allein gehen? Ja, weiter links. Nein, du liebst. Jetzt geradeaus. Vorsicht sein, was sollst du jetzt? Naja, aber wie miesens sind wir ausgeglichen. Die Schnauze wird ein bisschen runter. Jetzt gleich bei dem nächsten gelben Strich links, Kalte. Aber das ist okay. Dann muss ich über der weißen Markierung folgen. Okay. Und dann am besten gleich rückwärts einparken. Oh, dass wir ein bisschen windnizieren. Weil rückwärts kannst du besser lenken mit Schubumper. Ja. Oh, das hat zu viel Gase. Oh, das ist okay. Genau, und dann stehen sie sich unter hinten. Bleib bloß vorsichtig, muss ich in die Rückfläche gehen. Alles klar, gut, dann, äh, ich bin jetzt schon mal rüber. Wege ein Fahrzeug für die. Und, ähm, ja. Dann drehen wir nach hinten um. Weiterblick. Okay. Alles klar, ich schläge auf, bis später. Tschüss, dein Uri. Oh mein Gott. Witz, 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 witz. Ja, du kannst, wir müssen nochmal raus, Tranky. Okay. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, auf welche Bahn ich starten soll. Dann sucht ihr einen aus. Nimm die schönste. Freust dich zusammen. Wir müssen professionell weg. Halt die Klappe, Bäumchen. Hallo Party People. Alter, pliedert du keine Stücke DNA. Hier ist euer Pilot. Der echt jetzt? Hallo Pilot. Ja. Rob ist eh relevant geworden, wir heiraten einfach. Ihr müsst aber durchs Fenster einsteigen, die Tür klemmt. Nice. Weil das ein ganz altes, ganz altes Flugzeug ist. Ganz altes Flugzeug. Trinky hat doch gerade den Flügel geklebt mit Klebeband. Ist das Holzklasse? Holzklasse. Ich muss los, tschüss. Ja. Das ist ein super Kleber. Danke an euch beiden auf jeden Fall schon mal. Kein Problem. Lass uns los machen wir gerne. Hallo. Pssst. Nein, wir haben keine Eule dabei im Dekolleté von Trinky versteckt. Darf ich mal reingucken? Was? Mach mal Motorboot. Das ist jetzt nicht mehr. Lass mal gucken. Alter. Du musst ruhig sein. Ah ja. Mach du damit meine Frau. Nein, nichts. Also Jane, ne? Man guckt doch, es stimmt, Mann. Anfalt, Jane. Also ehrlich. Euren sind cool. Was ist denn Rob? Das ist eine sehr kleine Eule. Die hat noch Arme. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wir haben einen Kollegen, der trägt eine Eule unterm Hut mit sich rum. Also, ich wuder da gar nichts mehr. Trinky hat die Eule vom Baum geschossen. Was? Also, ich habe nicht auf die Eule geschossen. Aber versehen, ja? Ne, ich habe daneben geschossen, damit sie sich erschreckt und in ihren Busch fliegt, wo ich die Falle aufgestellt habe, wo sie reinfliegen sollte, damit ich sie brandmarken kann und sie dann von mir gehört. Bei Vögeln macht man doch so einen Ring drum, oder nicht? Oh, wirklich? Um den Füßen gibt es so Vogelringe, die brandmarkt man jetzt weniger, glaube ich. Upsi. Das macht man bei Pinguinen, oder? Im Babyalter, dass man denen die vordersten Spitzen abzwickt von den Flügeln, damit sie nicht mehr losfliegen. Pinguine können gar nichts mehr sagen. Das wollen wir Gännis nicht machen. Durchsuchen die uns jetzt auch noch? Aber das ist auch nicht einfach. Ich weiß nicht, wollt ihr die Piloten auch durchsuchen? Brandmarken ist bei Pferden und Kühen, glaube ich. Wir hätten mal einen Ausweis bekommen, da steht John Sloan drauf. Kann ich gebrauchen, oder? Okay. So seid ihr bereit zum Abflug? Ja, hatten die noch. Wir sind ready. Passen wir denn alle rein? Weiß nicht, wie viele kannst du mitnehmen? Weiß nicht, wir haben noch vier Ziegen dabei. Was? Die konnten wir nicht alleine lassen. Kein Problem, die schmeißen wir unterwegs, oder wir schmacken die wenn wir Hunger haben. Schmeichern. Scheiße. Keine Anhängerkupplung? Okay, dann gucken wir mal, dass sie alle verstaut bekommen. Wenn nicht, gehen wir jetzt von euch in den Handschuk. Oh, wow. Mr. Sheriff BP, werden Sie jetzt hier, bis ich gleich wieder da bin? Ja, wann kommen Sie denn wieder? Ich glaube, das ist relativ fix. Ja, dann können wir gerade hier bleiben. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Wartet. Macht nicht alle auf den Flügeln. Oh mein Gott. So, jetzt ist der Nächste für den Zweiten. Nein, stopp, stopp, stopp. So? Moment. Ich bin der Dix, ich muss zuerst einsteigen. Ja, das muss. Ja. Dicke macht Platz. So, ja, ja. Okay. Ich glaube, ich geh vorne. Ups. Und dann, dann Twinkie. Und dann könnt ihr euch den Sitzhaus suchen. Oh, du, bis Mama kommt. Okay, jetzt klettert durchs Fenster. Bin's wo? Ich glaube, ich habe jemanden rausgeworfen. Oh, das kann ja was geben. Was ist denn das hier für ein Knopf? Ich weiß nicht. Ich bin hier nur zu lenken, nicht um zu denken. Die nehmen die drei. Guck mal, was ich hier in der Hand habe. Du brauchst das wieder ein. Nein, das ist der Knüppel. Ja, 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 ja. Nimm die hinteren. Ich glaube, elf irgendwie oder so. Zwei und drei sind auf jeden Fall, glaube ich, noch frei. Ihr könnt sitzen, wo ihr wollt. Nee, oder drei, vier sind nur frei. Ihr könnt noch einen oben auf dem Dach schnallen. Okay. Die vier, nimm mal die vier. Nimm mal die vier. Gut, sitzen ist klar, aber sitze ich richtig, das ist die Frage. Du sitzt richtig, ja. Du tust jetzt nicht, dass Flugzeug steuert. So, wie sieht es jetzt aus hier mit Licht nach draußen? Ich bin doch schon drin. Nein, du musst nur mal aussteigen. Lina, du bist jetzt vorne, gell? Ich bin ganz vorne, ja. Ich bin nur dein Hinterkopf, okay. Ich sitz ganz hinten. Ich seh gar nix. Aha. Er ist drin. Versuch mal, der hat so eine Perspektive. Ich will nicht sagen, dass du uns anschauen wollen. Weißt du bist drin, that's what she said. Also, äh. Wiss ich? Ja. So. Check. Ja. Wir starten, wir starten den Motor. Oh, ist das laut. Was für passend für dich? Das ist ja schlimmer als bei der Deutschen Bahn hier. Das macht Gaspedal. Ja, ob er hat gesagt, er hat Durst. Irgend so was, ne? Nee, das war nicht er, das war sie. Ehrlich? Ich bin Peanut. Ein Kipper. Ich will jetzt nen Döner. Mit extra Zwiebeln drauf. Ich hab Ameisen im Bauch. Juri hat grad angerufen, da sind LKW-Schlüsse ist auch drin. Nice. Ja. Oh, weiß ich. Ja, das ist eh. Also, das ist dein erstes Mal, ja? Danke, Böken. Das ist mein erstes Mal, Hilfe. Oh je, das ist noch nicht dein erstes Mal. Und Peanut auch das erste Mal, so klein. Du warst noch nicht drin? Nein, ich war noch nie drin. Ich bin noch jung. Okay, Speckbäckchen, bring uns bitte nicht an. Nein. Oh mein Gott, das hat schräg gelangt. Wie gesagt, das ist wie ein kleines Flugzeug. Geht das Flugzeug eigentlich vorne runter? Ja, doppelt gezahlt, doppelt gezahlt. Okay, okay, okay. Wir sind jetzt auf der Flugbahn. Einparken für Fortgeschrittene. So. Okay. Wie ist das jetzt? Wie bei der Achterbahn muss man die Hände hoch. Hier. Festhalten. Oh. Rüttiger, kleine Kapriolen. Oh mein Gott. Und, 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 und. Startpast. Oh, den gehst du noch steil hoch hier. Oh Gott. Hoppla. Ja. Wo ist die Kopftüte? Wie gut. Oh. Oh, wie, wie, wie. Wie, 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 wie. Ist das so mal, dass ich seite? Ich bin eigentlich liege. Ja. Oh mein Gott, wir hatten Lüfters. Oh. Was, wie, was? Oh, high chain. Geh mal wieder rüber. Aber haben wir jetzt tatsächlich eine Frauen- und eine Männerseite auf diesem Flug? Ja, das ist richtig, äh. Ja. Äh, ja. Oh. 撒SEY hat mich zu klart. Ja, da sieht alles gut aus. Hui, hi, 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 hi. Upsi, ich bin eingeschlafen. Was? Oh Mann. Upsi. Oh mein Gott! Alles gut! Hat jemand meinen Autoschlüssel gesehen? Der ist mir gerade aus dem Torstuhl gefallen! Ach hier, ich hab den! Halt ihn fest! Ich stehe wieder wieder! Aber! Nicht hier! Mein Joghurt! Mein Joghurt! War das der Kost? Da! So! Ich glaube, ihr habt den Fettstiel ausgelaufen! Meine Damen und Herren, zu unserer Linken! Sehen Sie uns am Sonntag! Warum wackelt das Ding so? Oh Gott! Oh Gott! Das musst du doch, dass der Pilot hat sich wissen, oder? Ich bin doch sie so ein Ding geflogen! Was? Was? Das ist doch das Letzte, was ich hören wollte! Ganz ehrlich, so lange schmarrt ich schon, sag du! Der Fettstiel ausgelaufen ist am Morgen! Ben, du bist da halt deine kurze Tüte fest! Ich bring euch sicher rüber, keine Sorge! Jetzt kommen wir zum Landen! Oh mein Gott! Ankommen tun wir! In welchem Stil ist was anderes, ne? Oha! Flugzeugträger! Oha! Ich weiß nicht, ich hab die Augen zu Sack, der einfach mal gelassen hat! Mach die Augen auf! Mach die Augen auf! Mach die Augen auf! Mach die Augen auf! Du schaffst das! Mach die Augen auf! Du schaffst das! Oh mein Gott! Oho! 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 I want the armor pepper! Oho! Oho! Oho, wie Avanti! Oho! Euauti!! Oho! Das war auch auf unvermast courtieren! Chu ... Warte! Mein Wart羽 surprised! Warte, scheiße. Oh, oh. Hä? Ich hab diesen Knopf gelössert, wenn du dich rauskriegst. Nein, ich. Das ist ein Kopfwert. Das ist heiming, Alter. Oh, hallo, Gott. Ist hier irgendwo ein Mülleimer? Ich muss noch meine Kotztüte wegwerfen. Da hinten ist ein großer Busch. Okay. Ich hab eine Flugzeugtreppe auf die Schulter gekriegt. Oh, das ist boin. Boinchen. Oh ja, moin. Wenigstens nicht auf dem Flug. Ich hoffe, ihr gebt Herrn Juri einen Stern und einen Daumen nach oben. Ja, mehrere war super. Ja. Ja, sehr schön. Ich bin noch nie so schön und sanft geflogen. Die Loopings waren gut. So, ihr wisst, was ihr machen müsst, ne? Ja. Ich war auch nicht hier. Ja, ich hab keine Ahnung, was ihr mit Herrn Juri besprochen habt. Ach doch, wissen wir. Alles gut. Wir wissen alles gut. Und passt auf, vor dem nacklichen Mann von dem Mörder. Was? Was? Die läuft ein Axtmörder rum. Und eine Miezekatze. Aber auf die passen wir schon auf. Okay, super. Macht der nackte Mörder auch den Hubschrauber? Ja. Okay. Der macht den Popo auch auch. Komm dem bloß nicht so nah. Seid bloß vorsichtig, ja. Seid bloß vorsichtig. Sind wir. Ich sag Bescheid. Oh Gott. Äh. Quitsch, 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 quitsch. Nein, es war nicht. Einer war im Taxi aus. Okay, dann wie. Wann sollen wir morgen und abholen? Äh, das. Der Ansprechpartner ist da. Äh. Was haltet ihr alle von 20 Uhr? Wieder? Ja. Ja, das klingt so. Oh mein Gott. Okay. Ich hab Flugdurchfahren. Ich geh schnell wieder da. Immer schnell auf Klo. Also, ähm, wer jetzt irgendwelche Taschen loswerden will, der Kofferraum ist offen. Also 20 Uhr. Danke schön für den, äh, angenehmen Führung. Danke schön. Ansonsten einfach anrufen. Warte Twinkie. Ja, ja. Tschüss Peanut, tschüss Twinkie. Bye bye. Ciao. Oh, kommst du wieder Peanut? Ne, ich muss doch einsteigen hier. Ach so. Ja, mach dir einfach die Tür zu. Oh, so ein Ausflug. Soll ich ein Stück Vorfahren mit dem Ding oder geht das? Hm, boah, das wird jetzt ein bisschen eng. Okay, ich fahre. Wir gehen mal auf Seite. Am besten fahre ich schon los. Ja, wir warten ganz einfach um jemanden, der Kopf hört. Okay, dann warten wir kurz. Und bin ich super geflogen? Ja, wir sind ja auch. Mit Sauchfliegen? Oh, lieber nicht. Warum willst du kein Pilotenschein im Flughafen bekommen? Okay, dann flieg los. Ja, das ist nicht so einfach. das ist überhaupt nicht so einfach wenn das jemand auch telefon ich wollte nur fragen ob das landen funktioniert klar super aber der abflug ist ein bisschen ja du musst ein bisschen was wenden in 300 zügen dann passt das bisschen eng ja ist richtig aber eng ist manchmal gut er hat alles super funkt morgen 20 uhr soll ich die abholen wieder dann passt das doch alles klar dann bis nachher bis nachher bist du bereit für den zeitchen sie das gut aus auf deiner seite ja hier sieht alles gut aus ok fungst du den tower an ja tower bitte gehen tower bitte machen wir jetzt einen abflug jetzt genau macht die schwindigkeit alles klar das wird eng oh oh god und ab geht's ach selber oh mein gott wir hören sie gut bei kün Oh mein Gott, mach das nicht. Oh mein Gott. Gebrüchen. Like a wardrobe. Oh mein Gott, mach das nicht. Okay, und dann. Nein, noch nicht. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich schaff das auch. Oh nein, hör auf damit. Oh mein Gott. Land, Land, Luf. Wo sind die? Ich bin noch ein Spitzenpilot. Ja. Wo sind die? Da vorne. Lass mal lieber durch. Und was weiß ich denn nicht. Warte mal, wo ist denn die Border Patrol? Da vorne. Bin ich Superpilot? Ja, du bist ein Superpilot. Ja. Kannst du nicht weiterfliegen? Das geht nicht. Das ist ein Hohrweg mit dem Ding. Okay. Komm, schärfe dich auf. Bin Gantelmann. Danke. Das haben wir doch super hinbekommen. Ja. Wir sind ein tolles Ding. Ja. Und Böhmchen auch. Ja, ja. Oh, guck mal. Der Flügel ist ein bisschen verboten. Oh, das kann passieren. Wenigstens der Kleber hat gehalten. Ja. Ja. Da sind wir, Wilder. So, der wollt jetzt hier wieder einreißen. Bitte? Wollt ihr jetzt hier wieder einreißen? Ja. Ja, ja. Gut. Okay. Da haben wir kommen sogar einen Schatz. So, irgendwelche gefährlichen oder spitzen Gegenstände bei sich? Nur mein... Mein... Fußlagel ist bitte. Bitte. Das sieht gut aus. Und morgen 20 Uhr müssen wir wieder rüber. Und das sieht auch gut aus. Sehr schön. Gut. Ja. Alles klar. Boah, hätte ich gerne auch einmal Ihren Ausweis? Ja. Bitteschön. Vielen Dank. So, kriegen wir den auch gleich einmal wieder. Dankeschön. Hey, warum... Schnüffel, ja, mein Pudding-Teilchen, Champobo. Bitte, was? Da. Achso. Ein Kollege. Ja, so gut. Nicht, dass da noch irgendwelche Waffen oder so versteckt sind wahrscheinlich unter den Socken oder sowas. Meine Frau ist eine komplette Waffe. Ja, allerdings. Da hinten. Da durch den Tunnel durch, ne? Ja. Ist dann alles soweit fertig? Ja, ist soweit alles fertig. Okay, danke. Okay, dann noch einen angenehmen Abend. Ebenso. Gleichfalls. Oh Gott, aufhören. Was ist Neues? Was ist Neues? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Angst, ne? Ich hab keine Sekunde an dir gezweifelt. Das nett. Ich hab da aber Angst. Ich bin sowas ähnliches schon mal geflogen, weißt du noch? Du meinst den Helikopter? Ne, so ne Maschine. Und dann wurde ich doch in Arizona gefeuert. Oh so, oh ja. Oh ja. Weil Carlos Palito halt doch in der Küche, der hat doch so eine Küche verschifft aus China. Mhm. Und von Carlos in der Küche, da war Kokain drin. Du hast es mal so gut verdient. Wo haben wir geparkt? Da. Selbst wenn es nicht abgeschlossen ist, können die damit nix anfangen. Ich rufe nochmal Herrn Juri rein. Wegen dem Schlüssel auch. Da, Rupin, oder? Alles gut, oder? Hallo, Herr Juri, wir sind wild im Lande. Seid ihr wild im Lande fertig? Ich hatte auch Kontrolle, alles gepasst. Ja, ja. Das ist mit dem Schlüssel. Ja, den brauchst du auch morgen noch. Aber ich, ich hab das Verlangen, rumzufliegen. Dann musst du vorher bei der BP anrufen und dann kannst du was machen. Boah, wie schön wär das, wenn man so Rundflüge anbieten könnte über Los Santos so. Machen wir doch. Wer? Ja, kannst du bei uns buchen? Ja, aber nicht mit so einem Jet, sondern mit so einer kleinen Maschine. Mit so einer kleinen Maschine? Dafür kein Problem. Kann ich dir auch zur Verfügung stellen. Das wär doch ein super Job. Trinky hat auch super viel Spaß, dass du das. Ja, ist doch okay. Die kleine Maschine hat aber nur drei Sitzplätze. Und statt mit dem Taxi so Rundflüge über die Insel. Ja, die kleine hat nur drei Sitzplätze und der Privatjet hat, glaub ich, sechs Sitzplätze. Plus halt Pilot-Corpilot. Das wär mal ne Geschäftsidee. Ja, machen wir, bieten wir doch an. Also, wenn einer will, kann er das bei uns buchen. Ja, dann müssen sie mal bei YouLive oder Connect Werbung machen. Ja, wie viel Flüge willst du am Tag machen? 300? 100? Mir egal. Nein, aber wenn der einen hasst oder so, ist kein Problem, Kollegen wirklich. Okay, dann hör ich mich mal um. Alles klar. Dann, äh, bis später. Sind Sie auch bei mir, Cody? Ich muss gleich noch zu Cody, ja. Wir gehen bestimmt was essen. Ja, richtig. Okay, dann bis später. Alles klar, bis später. Nein. Nein. Meine Hand klebt an mein Ohr. Na, hi, Pimsel. Wir sind wieder da. Ach, stimmt. Ähm, na ja, noch am Flughafen. Wir waren gerade weg. Oh, wo bist du denn? Du musst ins Gefängnis. Oh, verzerrt. Wo bist denn du? Wir holen ihn raus. Nee, nee, wir sind ja jetzt gerade schon dabei wegzufahren von da. Ja, okay. Oh, oh. Okay. Gesundheit. Danke. Ja, okay, bis gleich. Ja, einmal zu. Warte. In diesem Hutladen. So. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay, Hutladen. Ich bin gespannt, was der uns zu sagen hat. Achso, der zählt uns das gleich. Ich denke doch. Was ist los? Pull den Teutchen. Gerade geht's mir nicht so gut, muss ich sagen. Warum? Ich weiß nicht. Ich hab ein bisschen Aua im Bauch drin. Vielleicht musst du ordentlich kacken. Ich hab dir gesagt, ess nicht die ganzen Gummibärchen. Machen Verstopfung. Um ehrlich zu sein, stinkt auch ein bisschen nach Scheiße hier im Auto. Ja, das ist aber, weil ich dir in den Kofferraum gekackt habe. Warum solltest du das tun? Weil du es verdient hast. Gar nicht wahr. So. Wenn du nach Hause möchtest, musst du Bescheid sagen. Ja, ich schon mal. Der hat doch sein eigenes Auto hier. Nein! So, dann erzähl mal. Okay, ich hab ein Problem. Ja, wer ist denn? Ich seh. Also, nicht ganz. Ähm, ich hatte jetzt die Gegenüberstellung. Die haben mich identifiziert. Und der Polizei-Mann hat gesagt, ich darf jetzt gehen. Aber wenn er mich anruft, muss ich sofort kommen. Sonst werde ich zur Fahndung ausgeschrieben. Die werfen mir vor, dass ich jemanden mit meinen Leserschwertern umgekloppt habe. Und das hast du? Ja. Ja. Aber... Oh Mann, weißt du, was die mit dir im Knast machen? Mhm. Du bist noch hübsch. Und du hast noch nie eine Freundin gehabt. Ja, die lockieren dir die Fingernägel. Und die wollen kuscheln mit dir. Mhm. Aber ich war da schon drin. Die wischen dich am Hals. Aber die... Die schlafen alle nur in den Schellen. Wo denn im Gefängnis? Im großen Gefängnis warst du schon? Ja. Oh, du bist ein Verbrecher. Na, da war ein Auto offen. Ich hab's geklaut. Auf einmal kamen... Das war 100 Pro... Da waren auf einmal tausend Poesisten um mich rum. Und ich hab kurzschüsse Reaktionen. Ich bin... Ich bin geflohen. Und Didi hat mich geschnappt. Es gibt zwei Optionen. Entweder gehst du ins Gefängnis. Oder du machst ein komplettes Umstiding bei Twinkie. Und redest ab sofort nicht mehr wie du. Und verstellst deine Stimme über dein Handy-Ding. Wie gestern. Ja. Okay. Oder du gehst ins Gefängnis. Ansonsten... Ich glaube aber, ich komm dann gut bei rum. Ich hab einen Zeugen. Dass du dir nicht verkloppt hast. Naja, naja, das hab ich gemacht. Aber... Hast du das zugegeben? Nö. Ich hab gesagt... Weißt du, das ist... Das war im Februar passiert. Die kommen jetzt damit. Hab ich gesagt. Ich weiß nichts mehr davon. Nicht so lange her. Ja. Das war schon sehr lange her. Auf jeden Fall. Kennst du den John noch vom Taxi damals? Der war dabei. Ja, der war noch bei mir. Und der Typ, den ich umgeboxt hab, der hat gemuckt. Der hat gesagt, komm steig aus. Wir verboxen uns. Und dann bin ich rausgestiegen und hab ihn umgeboxt. Und dann ist er zur Polizei gerannt. Und hat mich angezeigt. Aber der hat das gesagt. Du bist am Arsch. Und da hab ich einen Zeugen. Du bist am Arsch. Warum? Die werden mit dir kuscheln und dich im Nacken küssen. Aber der... Aber... Aber warum? Aber John hat doch... Ja, weil der hat gesagt... Ja, dann rufst John doch an und sagt, er soll deine Dings-Aussage bestätigen. Ja. 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 Ich hab schon versucht. Er geht nicht ran. Das ist mein Problem. Ja. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Ich war aber da schon drin. Du musst in ein Krankenhaus eingesperrt werden. Hm. Wo krieg ich die Nummer vom Barglied? Oder ich geb den Schlüssel vom Herrn Juri seinem Flugzeug in Luft. Piss dich ins Ausland. Dann komm ich zurück und dann... Wir können nicht auch fliegen. Aber dann kann ich niemals zurück. Wenn du ne Frau wirst. Ja, doch, wenn du ne Frau wirst, wird schon gesagt. Du musst deinen Schniepel abschneiden lassen. Aber dann kann ich niemals bollern. Wir packen dir paar Extensions an der Brust... Also so Brust-Extensions, nicht Extensions. Du weißt es schon. Ähm. Wieso? Mein Gott, jetzt fällt mir doch mal ein Scheiß. Hallo Tobias. Wir machen dir ne Brustvergrößerung. Mein Gott. Genau. Willst du so welche haben wie die Twinkie? Boah. Juri, das ist ein Alter. Ich kann dir ein bisschen was abbumpen. Ich kann dir ein bisschen was abbumpen. Kriegen dir ein Kind. Oder du gehst einfach zum Onkel Dieter. Oder so und gibst zu, was du getan hast. Und dann sperren die dich ein. Oder du wirst ne Frau. Ich wirst feiern, wenn du ne Frau wirst. Boah, das wär schon cool. Boah. Ich muss die nur mal vom Barki rausfinden. Du kannst Dings Tannischwolder, wie die heißt, fragen. Die war auch mein Mann. Tannischwolder, wie die heißt. Ich krieg das auch hin. Wir suchen dir ne super Perücke. Machen dir ein schickes Make-up mit Lippenstift besiehen. Das wird super. Oh. Und umziehen müssen wir dich noch. Nein, noch. Doch. Du kommst sonst ins Gefängnis. Wirst du geküsst werden? Und die Fingernägel lackiert bekommen. Warum hat der schon? Die sind schwarz. Aber unten drunter. Ja, das ist doch. Mit dieses Ferkel. Hui, wui. Was soll ich nun tun? Ja, wir haben dir die Option aufgezeigt. Kimmel ab. Kannst auch nach hinten klemmen. Ja, wollte gerade sagen. Klimm einfach nach hinten. Das ist nur ein Problem. Welches Video tu mir? Oh, Mann. Komm, du verkleinst dich als Frau. Und dann bist du heute nicht mehr Ronny, sondern Ronja. Oder Bonnie. Oder Bonnie. Bonnie, hübs. Erstmal trinke ich mit Kopfschmerzen jetzt ein Ding hier. Achso, nö, da gab es keine Probleme. Komm, dann bist du, dann bist du Bonny. Ja. Ich meine, das wirst du ja nicht lange machen müssen, oder? Nö, das ist ein paar Jahre. Ja, das geht doch. Und Twinkly kann dir zeigen, wie man sich als super Frau verhält mit einem super Bösen. Mhm. Ja. Ich glaube, der hat keine Lust drauf und ist einfach weggehalten. Ich glaube, er hat viel, ich denke, der hat viel, der hält viel davon, mein Gott. So, dann schauen wir mal. Ach, schade. So, dann fahren die ganze Zeit Autos rum, pass auf, denke ich. Hier ist Ghetto. Hier ist gefährlich. Sollen die kommen. Oh. Sollen die nicht kommen. Sollen die nicht kommen. Die schießen. Oh Gott, weg, 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 jetzt. Jetzt. Aber wir kommen hier lebendig raus. Hörst du? Ich hab die nur zur Verteidigung. Oh, oh. Hier, Twinkly. Nur zur Verteidigung. Okay. Sollen wir den Polizei rufen? Ja, ja, mach das. Nein, mach du, ich hab Knarren in der Hand. Okay, okay. Ruf, Onkel Dieter an. Da, der schießt. Twinkly, die Kleinen sich ab. Hier wohnt der Bomb. Bei der Bomb. Bei. Wo der Bomb wohnt. Wo der Bomb wohnt. Ich weiß nicht, wer. Ja, ich seh's nicht. Ich hör nur ganz viele Schüsse auf einmal. Oh Gott, oh Gott. Wenn nun seiner hier pushkriegt, dann bald. Ja, ich bin hier mit Erdnuss. Aber wir haben hier noch einen Kumpel und der hat ganz schlimmer Kopf. Ich glaub, der ist gerade zur Apotheke geraten. Oh Gott. Oh Gott. Oh, okay. Also wir sind hier beim Hater-Shop. Ich glaub, hier sind die nicht. Nee, die sind vorne so Richtung Strand. Okay, Onkel Dieter. Okay, Onkel Dieter. Okay, alles klar. Der Onkel Dieter ist in der Nähe hier bei dem Kanal. Er sagt, wir sollen da hinkommen. Kanal? Ja. Beim Kanal am Strand. Ey, Pinat, mach doch's mal ab hier. Mach doch lieber ab hier. Oh Gott. Macht euch lieber ab hier. Oh Gott. Nee, wir wollen nichts von euch. Pinat, macht euch einfach ab. Ja, wir hauen ab, wir hauen ab. Wer ist das? Komm. Oh Gott, oh Gott. Was mit Pinsel? Ich weiß nicht. Oh, mach auf. Oh, ja. Pinsel. Der muss zu sehen. Okay, beim Kanal am Strand. Ich glaub hinter uns. Klar. Du solltest vielleicht nicht da durchfahren. Aber ich war es doch auch nicht wohl. Ich auch nicht. 50 irgendwas. Aber ich hab doch jetzt auch nichts im Kopf. Ich glaub geradeaus. Er ist im Kanal. Ich bin im Kanal. Ich weiß nicht, wohin. Er sagte irgendwas mit 50, aber ich hab doch die Coats und nicht im Kopf. Pinsel wird sterben. Pinsel wird sowas von sterben. Ich weiß nicht, was du mit Kanäle meint. Da rechts vielleicht. Ich muss gar keine Ahnung. Hier ist Wasser. Scheiße. Am Strand. Am Strand, die Kanäle. Oh. Oh mein Gott. Oh oh. Ich will geschweiß mich würden. Oh Gott. Oh Gott. Ich trau mich. Was will ich machen? Okay. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, okay? Ich schau jetzt nochmal, wo das war, wo er sagte. Okay. Noch hier in der App, Jungfoti. So. Aber die schießen nicht mehr. Ja, das stimmt. Wer waren die, die kannten uns? Oh da, das Auto fährt weg. Ich glaube, der war bei 50. 50. 10 vielleicht? Ich hab keine Ahnung. Der mit seinen komischen Coats. Der Onkel Dieter. Das Auto ist... Halt die Klappe, Bäumchen. Ja, genau. Jetzt nicht. Oh Gott, du fährst wohl rein. Nein, das ist doch hier gar nicht mehr. Aber was, wenn es gleich wieder losgeht? Das Auto ist gerade weggefahren. Mit diesen Verbrechern drinnen. Ui. Pinseruf dann. Pinseruf. Pinseruf, schnell weg da, wird geschossen. Was? Steig rein, steig rein. Weg hier. Zu schwit. Na dann weg hier. Oh, da steht jemand. Onkel Dieter hat gesagt, wir sind zu dem Kommen. Was ist denn hier los? Inten ist Einfahrt. Was will der denn von uns? Weiß. Das ist ein Asi. Da vorne. Da vorne ist Dieter. Oh, ich mein Gott. In die Kanäle. Oh, so. Ist Donkel Dieter hier? Die Verbrecher sind weggefahren. Hallo. Hallo. Hallo? Hi. Oh mein Gott. Was ist? Was ist denn mit Ihnen passiert? Weiß nicht. Ich bin heute mit der Gangunit unterwegs, deswegen wollte ich mich ein bisschen jünger machen. Die Verbrecher sind schon weggefahren. Was habt ihr denn genau gesehen? Die kamen mit einem lila in den Auto und haben gelbe Masken im Gesicht gehabt. Ja. Aber super viele. Und dann super viele Schüsse. Eine Heule? Ja, Twinkie hat Bäumchen gefangen. Wie Tiere habt ihr denn jetzt eigentlich schon? Also der Vogel ist weggeflogen mit nur einem Flügel. Ja, die haben sich da abgeknallt. Die haben sich schon abgeknallt? Die haben sich da gerade abgeknallt. Legst du mal kurz den Overwatch rüber und sollen wir gucken, wie viele Lutscher da liegen? Ja, ich glaube, der Pilot ist noch gekonnt. Scheiße. Wir können aktuell nicht reingehen, weil wir wissen, dass die da überall auf den Dächern hocken wie Tarzan. Und wir haben aktuell keinen Helikopter, um den Überblick zu schaffen. Ich kann ein Flugzeug holen. Ich habe ein Flugzeug. Ja, nee. Das ist nicht so gut, wenn man mit einem Flugzeug hier rumfliegt. Ach so. Aber ich kann. Digga, ich dachte gerade, das wäre DTU, ne? Und dann habe ich die Felgen gesehen. Ich dachte, warte. Die kannten uns doch. Die haben gesagt, Peanut Twinkie haut schnell ab hier. Die mit den gelben Masken oder die anderen? Ja, mit den gelben Masken. Ja, die haben wir eben auch schon gesehen. Wir wissen ja auch, dass die sich prügeln wollen, sage ich mal. Aber, ähm, ja, in der Stadt können wir das nicht zulassen, ne? Und hier um die Ecke sind ganz viele Rocker. Und ihr seid gerade der Rocker? Ja, hinter uns. Da versammeln sich ganz viele Rocker. Ach so, da ist ein Event, da ist Car Wash. Car Wash? Car Wash, da kannst du dein Auto waschen lassen. Sollen wir das nicht machen, Twinkie? Sollen wir das nicht machen, Twinkie? Oh, Twinkie kann da mitmachen. Oh, Quinta, wir sind immer in der Gefahrenzone. Wir haben alles im Blick. Ja, aber das ist gefährlich. Ja, aber ich habe eine Pistole. Ich weiß, wie man damit umgeht. Hey! Ich bin das nicht. Pinsel, du Arsch, weg vom Kofferraum. Oh ja, ich bin das. Der Pinsel muss ins Gefängnis, ne? Nice Cox. Danke. Nein, dich. Kann man da was dribbeln, dass Pinsel nicht ins Gefängnis muss? Warum muss Pinsel ins Gefängnis? Wer ist Pinsel überhaupt? Ich. Ronny. Ronny. Wieso muss Renni denn ins Knast? Ernest, soll ich dem das erzählen? Ja, sag immer die Wahrheit beim Sheriff. Okay. Wir hatten einen Fahrgast und der hat uns gedisst, weil er hat gesagt, sieh, der Taxi nicht oder sowas. So ganz dumm. Und dann ist er frech und sauer weggerannt. Und später haben wir den wiedergesehen und da hat er mich auch gedisst und hat gesagt, er will sich mit mir verboxen. Da habe ich gesagt, okay. Bin ich ausgestiegen und habe mit meinem Laserschwert umgeboxt. Und das Laserschwert bestand aus? Taschenlampe. Hä? Weißt du doch. Hattest du denn den High Ground? Ja. Obi-Wan? Kenobi? Auf jeden Fall lag er dann da. Dann habe ich den Arzt geschlagen. Hat der denn zuerst geschlagen? Sag die Wahrheit. Ja, konnte gar nicht zuerst schlagen. Dann lag er schon. Hast du schon eine Aussage gemacht oder wirst du jetzt gesucht? Ähm, ich war bei der Gegenüberstellung. Und der ruft wieder an. Hier von der Polizei. Also ich sage dir... Das ist im Februar passiert. Oh mein Gott. Oh mein Glück, mich an. Das Beste, was du machen kannst, ist, nimm dir einen Anwalt und belaste dich nicht selber. Überleg dir ganz genau, wer alles da war. Ich habe sogar schäumt. Die Polizei immer da. Ja, überlegt er, wer da war. Und ich sage mal so, solche Situationen kann man auch schnell, selbst wenn das mit der Faustgewalt ist und du ein Gegenstand benutzt. Kannst du das doch noch gut als Selbstverteidigung dastehen lassen. Das war James-Verteidigung. Ich will jetzt nicht antworten, dass du lügen sollst. Aber ein Anwalt kann ja da auf jeden Fall helfen. Okay, kann ich schon gut gehen? Ja, das nehme ich. Ähm, ja, das habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich nehme, was zu trinken. Das. Dankeschön. Der andere ist mittlerweile in Staatsanwalt. Ich bin da nicht so wieder richtig. Trinky küsst mich hier. Bruder, hier, wir haben doch so'n... Du Ferkel, du. Ist jetzt im Dienst? Ähm, davon ablassen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Brian. Das ist normal. Danke. Trink euch ein paar Pumms mit. Ihr Sex. Fischer. Fischer, willst du was zu essen? Ja. Ja, dann geh da ran. Die beiden sitzen hier drin, hier gibt's Essen. Was? Wir haben genug. Habt ihr Sex da drin, oder? Was darf ich denn hier haben? Was wollen wir denn mit Sackläuse? Nein, warte hier. Packungsbeilage. Packungsbeilage hat er irgendwo oben aus Weinwood mitgebracht. So viel wie ich essen kann. Danke. Was ist denn da? Riesen Schenkel. Guck mal. Frosch-Schenkel. Okay. Ich nehme nur eine Marke. Das kann nicht von meinem Frosch sein. Mein Frosch wiegt mittlerweile 17 Kilo. Und nur was zu drin. War ja auch schwer, der Frosch-Schenkel. Ähm. 17 Kilo? Ja. Das. Na komm auch. Ja. Hast du das jetzt gegessen? Man sieht sich beim Karvosh. Gibt's einen Frosch, denn das ist ein Kannibale? Nein, Twinkie hat's schon gegessen. Boah. Kommt davon aus, du Arsch. Oh, ich muss. Ja, dann soll... Habt ihr eine Markise oder so im Garten? Also hier so eine Liege? Ja. Ja. Soll Twinkie sich ein bisschen Sonnen und wenn die Fliegenden da drauf landen, dann kann der Frosch die da drunter essen. Dann hat er was davon. Aber wie hilft das dem Wösel? Nee, das meine ich nicht Wösel. Doch, das ist von der Wösel. Bei Twinkie landen kann ich nicht. Ich mach euch wirklich beide. Toll. Du bist aber immer gemein. Ja, du auch. Ja, du auch. Das ist nicht wahr, der flirtet immer mit mir. Ja, der will ich klein. Ich glaub auch. Er will dich klein, Twinkie. Ich glaub auch. Guck mal, wie sein Oberlippen herkennen wird. Weißt du, was das gute Liam ist? Wenn man da verfehlt, der trifft man trotzdem. Weißt du, ich glaub aber, der kann diese Massen... Ich weiß nicht, da musst du mal Twinkie, äh, musst du mal Peanut fragen. Ja, ich hebe mal den Bauch hoch. Hat, hat, hat sie einen Klunker im Bunker? Was? Ja, einen Klunker im Bunker. Ein Piercing? Ein Analplug. Ach so. Das ist krank. Ready for steady. Das ist krank. Das ist krank. Wieso ist das krank? Weil's krank ist. Ich hab welche, die leuchten sogar im Dunkeln. Jede Muschel hat ne Perle. Ach komm, Pina. Wollen wir das Thema wechseln vielleicht? Ja, können wir. Ja. Kann ich euch anrufen? Sollten wir in der Hinsicht da nochmal Fragen haben? Wegen den Verbrechern grad? Bist du verrückt? Die bringen uns um. Und dann machen wir wieder ne Anzeige und dann passiert wieder nix. Wie beim letzten Mal. Bei welcher Anzeige denn? Bei den 60.000-Dollar-Anzeigen. 60 Millionen Mal gerammt hat. Hä, da ist doch was passiert. Nix. Ja, aber wir haben immer noch nicht unser Geld. Wieder nix. Wir sitzen immer noch auf den Kosten. 80.000 Schulden. Ich muss das bezahlen. Hört. 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 Ach, deshalb die Klasse. Negativ. Negativ. Du musst zum Beitrag quatsch beidingsen. Das ist nicht lustig. Vielleicht werde ich frisch für euch. Haut euch erst mal funken, ne? Sei ein Idiot. Junge, ey. Oh mein Gott. Nimm mal meine Nase. Boah, ab jeden Fall zu gehen, Alter. Nimm auf, das Spur. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht erinnern, ne? Güssi, Güssi. 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 Nö, wir kommen aus dem Quark. Okay, alles klar. Okay, okay. Okay. Wir fahren erst mal zu unserem Fusel. Ja. Wir fahren zu unserem Fusel, ne? Ja. Die fahren jetzt nicht mal dahin und gucken, ob da tolle Leute tot sind. Nö. Okay, du kümmerst dich darum, dass du aus diesem Mädchen, ne? Oh, das klär ich dir. Okay, meine Süße. Dann lass uns mal los. Junge, der ist der größte Kicker. Hau dich ab, ich kümmere mich um den Jungen. Okay, nimm erst mal dein Mützchen. You got a pimp, my wife. Nimm mir die Kappe ab. Die Kappe ab. Mach die Kippe aus. Wer schießt? Die schießen doch hier. Ich will gerne nach. Du schießt kein Schwein. Seid ihr bescheuert? Bist du bescheuert? Die schießen da drüben. Ich hab's gehört. Nein. Okay. Wenn du meinst. Komm. Wie küsst du was? Ich hör gar nicht. Rein jetzt mit dir, Bonny. Und was hat für ein Auto, was ich hier gesehen hab grad? Naja, Autos fahren hier durch den Start. Stell dich nie so an. Ich geh kurz davon die Hände waschen. Kommen Sie kurz. Und warum? So, erstmal machen wir dir den Bart weg. Der Bart muss weg. Der Bart muss weg. Der Bart muss weg. Der Bart muss weg. So, ich kann so nichts machen hier. Nimm den Bauherriegel. Und Silent Fox. Danke für den Wism 12. Und dann geht's auch. Und Cyborg. Danke schön für den Prime 4. Und Chris. Danke schön für den Prime 7. So, dann machen die Leute doch ne hübsche Lange. Und Fede erst. Danke für den Wism 39. Und Tag zusammen. Und Nutix. Danke für den Prime 10. Da gucken wir später drauf. Und Bemelang. Danke schön für den Wism 31. Guten Tag, der Herr. Wünsche ich dir auch. Und Krawai. Danke schön für den Prime. Herzlich willkommen. Und Luke Karlsson. Danke schön ebenfalls für den Prime. Und herzlich willkommen. Keine Frisur. Boah, weiß ich nicht. Lukasson. Und Chodi. Danke für den Prime im 27. Und der anonyme Schenker. Danke schön für den Gifte Zappel. Die Isabella. Und der Chris. Danke für den Prime im 4. Ja, das wird doch langsam. Und Zente. So, halt mal schon. Vielen lieben Dank. Für den Support. Danke schön. Oh, doch. Mach den ja auch hübsch. Oh, hallo, Bonny. Okay, jetzt machen wir den noch hübschen Lippenstift. Sag, Vater. Vater, gib mir deinen Prime, bitte. Danke. Hallo, Bonny. Wie geht's dir? Du bist aber heute hübsch. Oh, ja, Lippenstift. Lippenstift ist gut. Ja, der ist gut. Pff. 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 Den. Weiß nicht, Twinkie entscheidet. Die hat mehr Ahnung. Sieht aus, als hättest du gerade frisch an den Lippengang. Pff. 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 Bitte? Boah. Ah ja, dankeschön für den Gifte, dann den Vater. Und Kombi-Zombie, dankeschön für den Prime dritten Monat. Oh, super süß. Boah, du siehst echt aus wie ein Mädchen, ne? Ja. Keine Zunge. Hey. Nee, das klatscht nicht so schön wie bei meiner. Das ist nicht schön. Okay. Das sieht doch echt schick aus. Ach, der Nico. Und Sarah, danke für den Prime 29. Du siehst echt aus wie ein Mädchen. Pinky, hast du mir deine Actionfigur gegeben? Ja. Okay. Nee. Nee, das ist ja zu viel. Wie, du schwingst doch. Ja, ja. Da mach nicht so viel. Okay, machen wir was Leichtes. Oh, das sieht gut aus. Das ist mit Blau hier vorne, das. Das? Oh, du siehst aus wie ein wunderschönes Schmetterling. Du siehst aus wie ein Nico. Bonnie, du bist super süß. Ja. Oder ein bisschen edgy. So ein bisschen, ich bin schwer zu haben und traurig und trotzdem lebe ich mein Life to the fullest. Twinkie. So finde ich eigentlich nicht ganz schick. Ja, das sieht cool aus. Ja. Nehmen wir das. Geil. Geil. Okay, dann kommen wir zu den Klamotten, würde ich sagen, oder? Oh, du siehst echt aus wie ein Mädchen, ne? Ey, meine Haare sind nicht nachgewachsen. Assalamu alaikum, Cousin. Ich habe keinen Alpecin getrunken. Okay, auf geht's. Hure, du. Oh, Mann. Du bist eine Hure. Oh, Mann. Warum? Warum, du Geilo? Bevor wir beide fahren, will ich einmal abbeißen. Steig jetzt ein, du Krabber. Lass deine Kacke stehen. Oh, da war der Hulik. Mit seinem Chopper. Ja. Auf geht's, auf geht's. Es kann nicht so falsch daran sein, sein Auto und Ghetto stehen zu lassen. Ach, passiert doch nichts. Ich wollte sie machen. Fahren wir zu unserem Klamottenland? Ja, hier vorne, oder? Ja, da gibt's die... Das ist das W16, ist das. Da gibt's auch ein Tarnikäppis. Das ist doch der Barclay. Okay, ich fange an, weiblich zu reden. Perfekt. Warte, warte, Twinkie, komm schnell mal her. Warte mal. Ich bin das nicht. Ja, die Bonny muss jetzt auch ein bisschen lang das Quatschen, ne? Sonst erkennt man den. Ja, ein bisschen zater. Ja, mach mal ein bisschen so... Mulan Rouge. Ja. Hallo, ich bin's. Hi, ich bin die Bonny. Wie geht dein Hose auf? Oh mein Gott. Hallo, Herr Nuri. Hallo, Pinard, ich wollte nur Bescheid sagen, ich hab für dich und Twinkie ein Essenskonto bei Cody angelegt. Ein Essenskonto? Ja. Eine Goldcard? Wie eine Goldcard? Oh mein Gott. Wow. Oh, hallo. Dankeschön. Damit du Bescheid weißt. Alles klar. Dann bis später. Danke. Bye-bye. Twinkie, wir haben jetzt bei Codys eine Goldcard, wir müssen nichts mehr für Essen zahlen. Oh, geil. Weil wir doch nichts kriegen für die Flüche, die wir machen. Hat Herr Nuri uns das jetzt Dankeschön gegeben. Ja, geil. Also, Bonny. Los. Red wie eine Frau. Deine Rolle. Eine geile Rolle. Genau. Eine, die auf Kirmes arbeitet, immer rumkünscht. Los. Wir drehen uns jetzt um und du hast zehn Sekunden Zeit, deine Rolle zu finden. Ich lach net. Das ist eine geklatscht. Mann. Ja. Wie, was soll ich sagen? Hä, bist du doof? Du sollst wie Mädchen quatschen. Ich bin nur deine innere Weiblichkeit. Noch? Das ist doch... Noch? Ha, ich bin die Pina. Hi. So. Das ist super easy. Ja. Hi. Ich bin... Oh mein Gott. Oh. Hallo. Oh, das war gut. Da sehe ich schon die ganzen Patreons. Ich komme in die Hölle. Ich komme in die Hölle. Ich komme in die Hölle. Wir kommen sowieso in die Hölle. Ja. Los. Boah, du kannst doch nicht so schlecht sein. Na, das klingt noch ein bisschen zu selten, Ronny. Wir brauchen mehr Bonny. Wir brauchen mehr Bonny. Ja, okay. Warte. Lass mich kurz... Erreg uns mit deiner Stimme. Du brauchst ein zartes Stimmchen wie Twinkie. Mhm. Geiles Sohle. Oh, du geiles Sohle. Heute Abend habe ich mir da meinen Finger zu schnell in den Zähnen. Ja, ey. Bis es anfängt warm zu werden. Und dann rieche ich dran. Irgendwie kriege ich's nicht geschissen. Oh, du bist so schlecht, ne? Ja. Du klar bist, dass du... Du kriegst Etzala gleich auf... Grau ich dir den Prügel raus. Du kannst dich immer nur trollen. Weißt du denn, du darfst keine Angst haben vor dem, was du bist. Ja. Wegen dir haben die das Troll-Trace-Programm gemacht. Ja. Du kannst nix außer nur trollen. Jetzt komm, kneif mal die Arschbacken zusammen. Genau. Genau. Ich hoffe, dich zu schämen dafür, dass du weiblich bist. Uns geht's ab zurück zu den Drachenschanze mit dir. Mhm. Okay. Toll. Nächster Versuch. Ähm. Ich mach dem gleichen Boch-Laut-Piercing. Wir bleiben hier, meinetwegen, bis nächste Woche stehen. Hallo, wie geht es euch? Hm. Hallo? Es... Es ist schwer. Es fühlt sich an, als versteh ich zweimal die Stimmen und krieg's nicht hin. Bitches. Hallo, Ronny. Hä? Hallo, Peanut. Wie kann der dich erkennen? Toll, super plan. Weil er ihn gehört hat. Ach, stimmt. Ach, ja. Und du hast nur deine Klamotten an. Ach, stimmt. Dann mach doch nur mal so wie gestern mit dem Handy das. Danke. Ja, und das stellst du jetzt auf dem Handy auf weiblich ein. Das geht doch. Hä? Ja. Okay. Lassen Sie uns jetzt erstmal Klamotten holen. Oh, girl. Dann kriegen wir das hin. Okay, okay. Aber wir sollten es vielleicht nicht hier machen. Hier sind so viele Leute. Genau, wir fahren woanders hin. Ja. Aber eine Flache verstehe ich nicht. Hat Schnappstum, bitch. Warum fragen wir Barkey nicht? Warum fragen wir kein Anwalt? Du bist jetzt in Ruhe. Gemoppeltheit besser. Ich wollte schon immer eine beste Freundin haben. Ich wollte schon immer einen Söhnen haben, den ich füttern kann mit diesen Riegeln. Halt flüßt dein Maul. Er pinselt wie eine Puppe. Ja. Durch den kann man machen, was man will. Ist richtig gut. Ne, ist nicht drin. Alles gut. Der hat Handschuhfachbremse drin. Los. Los, Hainlandes, lauf. So, dann mal los. Ach ja, ich muss. Du brauchst was Süßes, was aber auch Freches. Bei Süßes und Freches. Etwas, was ausstrahlt. Ich bin super duper leicht zu haben. Aber auch nicht so super duper leicht. Genau. Wir brauchen noch ein Background für Bonny. Du bist Pferdezüchterin aus Oklahoma. Mhm. Oben rum vielleicht ein bisschen lockerer, damit man so sagen kann, hey, du hast einfach super kleine Brüste. Genau. Warum fragen wir nicht... Larissa. Was? Wenn wir die fragen, was die so shoppt. Wer? Ach, Quatsch. Larissa. Kenn ich nicht. Wie hast du die genannt vorhin? Chani-Quotanisch oder so. Wie soll ich's denn ungefähr aussehen? Ich kenn mich noch nicht aus. Guck dir Twinkie an. Super Busen, super sexy. Mhm. Was ist damit? Das ist ein tiefer Ausschnitt. Das sieht aus... ...dass du keine Brüste hast. Aber ich hab da auch keine. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das Babyblaue sieht eigentlich super gut aus. Ich find das eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich melk's mir. Das heißt Hackwards. Ja, Hackwards. Das sah auch schick aus eigentlich. Warte, dann. Zieh nochmal an. Warte. Weiß nicht. Zurück. Ich glaub, das war's. Das sieht doch auch schick aus. Hm. Ach, komm. Nee, zieh was anderes an. Ich dachte, wir können ihm wenigstens ein bisschen wie ein Trottel aussehen. Jetzt siehst du aus wie die Schwester vom Kika. Boah, das ist gut. Das ist eine gute Background-Story. Du bist Bonnie, die Schwester vom Kika. Weil der trägt auch immer den versifften. Versifften, oder? Der schon stinkt und steht, wenn er den aussieht. Ich weiß nicht. Ich find das gut. Ja. Nehmen wir. Gut. Wo so? Irgendwas Enges? Gibt's für ein Bäuscher, die da enge von Englisch? Irgendwas kurzes. Oder? Oder was kurzes? Irgendwas. Oh. Irgendwas. Oder was? Irgendwas. Das passt sowohl, die. Vielleicht noch so eine Etadi-Kappi. Oh, die ist auch gut. Die war auch schon nicht schlecht. Die war auch gut, die. Auf jeden Fall was Engeres, da du ja nach hinten geklemmt hast. Genau. Nee. Ja, das sieht super aus. Dann kommst du gerade vorm Reiten. Hey, was machst du? Ja, oder Twinkie? Nee, nee. Doch. Nee, guck mal, die Behaarung der Beine. Keine Frau. Die Runde ist halt eine naturverbundene Frau. Ich finde das am besten. Nee. Wollt ihr auch die Grillen? Also, das ist super, Twinkie. Wollt ihr sowas oder das mit dem Gebrau, mit den anderen? Twinkie soll entscheiden, die ist die Ding. Also, ich fand, muss ich ehrlich sagen, die Hose besser. Also, die, ähm, mit dem Leopard. Warte, das ist... Ja, das ist... Das geht aber, das geht. Rein in den Warenkorb. In welchen Farben gibt's das? Ja, nimm so dunkel. Das passt wieder zum... Die dunkle, die dunkelbraune. Die dunkle Leggings. Genau, die... Und jetzt brauchst du noch Schuhe so, aber so wie Spinelli. Diese großen und großen Schuhe. Warte, ich muss schon was aus dem Korb packen. Ich will keiner wieder erkennen. Okay. Oh mein Gott. Mich ruft der Buschiss an, der mich... Ich frage... Ja, sag, du bist... Hallo? Und du hast das Handy gefunden. Hallo? Wir sind gerade, ähm, am... Am Highway. Bei Polito. Warum? Kannst du es mir nicht so sagen? Okay. Dauert, aber... Wir sind noch am Palito. Christian... Er sagt, ich muss... Zum Glück machen wir gerade aus dir Boni. Aber... Hm. Musst du da hin? Spätestens 20 Minuten möchte ich am PD sein. Ansonsten? Ich weiß nicht, was er will. Ja, der will dich in ein Gefängnis werfen. Ja, ich komme auch. Und so wie du gerade aussiehst, will ich an die andere Stelle nicht ins Gefängnis gehen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mach das dir auch nicht, Junge. Was für Schuhe? Jetzt zieh mal ein paar an. Oh mein Gott. So was... Oh... Die sind cool. Die sind perfekt. Die sind perfekt. Okay. Und jetzt noch eine schöne Tandy-Cuppie. Mhm. Genau. Ähm... Du siehst aus, ne? Ich weiß nicht, warum Käppi so gut sind. Ne, dann lieber ne fancy Sonnenbrille. Ja, würde ich auch sagen. Siehst aus wie die Mutter von Büchse. Oh, so ein Reiterhelm ist doch cool. So ein Reiterhelm. Der ist doch super. Oh, das geht auf es. Ja, es ist mir, ihr boi, Asmen Goet. What the fuck, dude? Ich bin in dieses Haus. Das ist aber auch schick. Als würdest du gerade vom Dings-Cupp-Schulabschluss-Ding. Die ging? Ja, die so. Aber hinten nicht so. Ne, hinten nicht. Okay. Oh, die geht aber fit. Aber zu auffällig, oder? Ja, schon. Damit kannst du gut von rechts pushen. Man das auch. Warum? Boah. Yep. Oh, das sieht gut aus. Ja? Ja. Hat irgendwas Unnormales. Also lachen wie eine Frau, tust du schon? Ja, ich auch. Boah, so Kopfhörer sind auch gut. Ja. 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 Voll gut. Die? Ja, oder Twinkie? No. Gut. Oh. Ach nö, jetzt. Och nö. Oh Gott. Och nö. Pischen. Ja, zieh dich rum. Bitch. Du siehst auf jeden Fall jetzt aus wie eine, die eine Midlife-Crisis hat. Ja. Vielleicht schaffen wir es auch gerade, hier einen Freund zu suchen. Das wird nicht schwer. Ähm, ich müsste mal ins Auto legen. Wohl. Warte. Ist schon gut. Ja, aber ohne Sonnenbrille, oder? Ach ja, stimmt. Immer deine geschminkten Augen nicht so gut. Gut. Okay. Du bist jetzt sofort Bonny-Clops. Okay, dann müssen wir noch an der Stimme arbeiten. Ja. Okay. Versuch's. Limus. Lumus Maximus. Lumus. Ich glaube, Twinkie soll ich diese Chani-Kwan rufen? Oh, lieber nicht. Ich mach die nicht so. Die hätte da helfen können. Aber nach diesem komischen Auftritt gestern, ich weiß nicht. Okay. Sicher, weil das Problem ist, ich rutsche immer in meine Stimme. Also in die hier rein. Du bist ja auch kein guter Schauspieler. Nö. Absolut nicht, Bitch. Du musst dir was einfallen lassen. Wie macht denn Tanisha das? Keine Ahnung. Hormone? Okay, warte. Wir fangen jetzt erstmal beim Laufstil an. Du brauchst einen schönen... Du musst laufen wie eine selbstbewusste Frau. Genau. Ja. Nee, das ist ein bisschen zu aufdringlich. Nee, so? Das ist... Nee, das sieht aus, als wärst du gerade aus dem Knast gekommen. Aber das wär mein selbstsicherer Gang. Und dann... Nee, irgendwie so stolz oder so. Dass du stolz läufst. Nee, das wär so... Ein bisschen sexy muss ich anlaufen. So? Nee. Nee. Das ist gut, das ist gut. Ja. Das sieht aus, als hättest du richtig viel Spaß am Leben. Okay. Wie ist dein Name? Bonnie. Nachname? Klops. Ich weiß nicht mehr. Bonnie Klops. Bonnie Klops. Okay. Gut. Hast du einen Freund? Ja. Wie heißt der? Ähm... Erdnuss? Nein, Mann, nicht so. Dein Bruder, wie heißt dein Bruder? Ronny? Nein. Kika vom Taxi. Kika vom Taxi. Genau. Wie heißt der echt? Kika mit Nachnamen? Ne, Knicker oder so. Knicker ist... Dann bist du Bonnie Knicker. Du bist Bonnie Knicker. Bonnie Knicker. Die Schwester vom Knicker vom Taxi. Die Schwester vom Knicker vom Taxi. Entweder lernst du das jetzt mit der Stimme oder ich tritt dir in den Schwanz. Ähm... Oh je. Krieg das hin. Krieg das hin. Und dein neues ich. Genau. Ähm... Ich versuche... Spüre die Power. Die spüre ich schon seit 20 Minuten. Okay. Ähm... Und was genau ist dann der... Hi, ich bin der Peanut. Hi. Du schweißt das doch gar nicht. Ja, das stimmt. Du hast ja super gemacht. Ja, ich bin nur ein super Schauspieler. Ähm... Also sowas wie... Hast du vielleicht einen Tampon? Boah... Boah... Lass mich kurz hüben. Ups, das ist mir aber peinlich. In den Kaminer. 20 Sekunden. Der geht ja gar nicht in die Vorladung hin. Alles klar. Und das kriegt er nicht hin, glaube ich. Oh Mann. Er muss es denn kriegen. Ja. Was sollt ihr denn Geld machen? Hm? Was sollt ihr denn Geld machen? Ja. Boah. Was, ich stehe auf dem... Okay. Ja. Da ist die Romantik und da fliegt sie weg. Oh mein Gott. Nochmal. Okay, okay. Warte, warte. Aua. Nein, aua. Jetzt, komm schon. Komm schon. Bestraf mich. Ich war ein böser Erdnuss. Oh yeah. Ich habe in die Smarties Dose gegriffen, obwohl ich nicht durfte. Ich habe mir vier genommen, anstatt nur zwei. Meinst du, er kriegt das hin? Ja, bestimmt. Oh, gleich gibt es Püppchen. Wir haben schon halb zehn, das ist unfassbar. Und, hast du was gefunden? Hm? Hast du was gefunden? Was meinst du? Bei deiner Bohrung. Welche Bohrung? Bei deiner Bohrung. Ich weiß nicht, was du meinst. Das hier. Das habe ich nicht gemacht. Hast du wohl. Nein, habe ich nicht. Halt die Klappe, Bäumchen. Wir können ihn draußen in den Baum lassen. Dann ist der in der Alarmenlage. Nee, wird auch Winter. Siehst du, jetzt hast du es zugegeben. Mann, ich mache das nur, um die zu veräppeln. Bald der Winter kommt, aber. Und ich habe Angst vor dem Winter, weil ich habe keine Winterjacke, die mir passt. Ich glaube, ich muss da mit dem T-Shirt rumrennen. Oh, scheiße, du hast recht. Ja. Oder wir machen Winterschlaf. Wo bleibt denn der Kasper-Klaune? Ich weiß nicht. Komm, geh mal los schauen. Okay, ich bin am Arsch. Warum? Du kriegst auch nichts hin, ne? Weil ich immer in die Stimme hier verfalle. Ja, das ist nicht so leicht. Ja, dann müssen wir dich wohl zum Polizeifahren und dann gehst du wohl in den Gefängnis, so wie du auf dich setzt. Du wirst nicht viel Spaß haben, aber vielleicht gewöhnst du dich daran. Fuck it, shit. Boah, okay. Hallo, Chef Cody. Ich brauche so... Hallo, Pina. So weit. Hallo. Ich habe eine Frage, hör. Du suchst ja doch eine Aufgabe heute Abend, um, ne, für heute Abend bei Boxkampf das Ticket zu bekommen, ne? Uns fällt vielleicht der Moderator weg, weil der Mike gewillig zu erreichen ist, der Klemmer. Und wir suchen einen eventuellen Ersatzmoderator, falls der nicht auftaucht. Mit Willi zusammen? Ne, Willi ist nicht da, deswegen wollte Mike ja die Vertretung machen. Aber vielleicht du und Twinkie. Oh, ich weiß nicht, ob ich sowas kann. Weiß ich nicht. Also, wir haben hier gerade unsere Kunden befragt, den Herrn Juri und den Biggie und die Hanni und die haben alle drei gesagt, du wärst ein perfekter Moderator. Ladies and Gentlemen. Die präsentieren den Kampf und wir schreiben dir eigentlich auch alles auf den Zettel ein. Eigentlich musst du das nur so halbwegs vorlesen oder einfach mit deinen Worten wiedergeben. Ich frage mal meine Frau. Nein, so geht das nicht. Okay, die hat eh die Hosen an, die bestimmt, ne? Ich hab die Hosen an, aber sie bestimmt welche. Okay, dann richte Twinkie aus, wenn sie ja sagt, dann steht sie bestimmt mit auf deiner Goldcard. Okay, und wir haben vielleicht doch noch eine Tänzerin. Noch eine Tänzerin? Wir haben schon vier vom Unicorn, aber... Ja, aber eine kann ja nicht schaden. Die darf man sogar ein Bein packen, die sagt nix. Das ist die Bonnie Knicker. Die Bonnie Knicker? Ja, das ist die Schwester vom Knicker vom Taxi. Ja, okay. Das ist voll das IT-Girl. IT-Girl? Ja. Okay, ja, dann ist das was für die Nerds, ne? Ja, von mir aus so. Genau, für diese ganzen World of Warcraft-Nerds. Ja, die kommen ja eigentlich nicht aus der Bude. Die hängen ja immer nur vor ihrem Server, noch in die Rates, so klar, ne? Ja, aber ihr braucht doch bestimmt auch Übertragung irgendwo. Das stimmt, das stimmt. Das könnte dir gefallen, ne? Ja, okay, ich frage meine Frau. Gut, machen wir so, Pinat. Bis dann. Ciao. Bye-bye. Twinkie? Ja? Chef Cody hat gefragt, ob wir moderieren wollen heute den Kampf. Boah, ich weiß nicht. Hallo, mein Name ist... Oh, super. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Das ist gut. Ja, mir stirbt gleich die Stimme ab. Ich dachte, das hier ist anstrengend. Wie, deine normale Stimme ist anstrengend? Nein. Kann die locker für immer durchhalten. Was guckst du, Twinkie? Hm? Was guckst du auf Handy? Lass mich doch gucken. Komm, es gibt gleich Püppchen beim Schiff. Ja, aber wie sollen wir das machen, wenn er es nicht hinbekommt? Dann ist der einfach die stille Boni. Oder die schüchterne. So den Hi-Hi-Hi kriegst du da wohl noch hin. Hi-Hi-Hi. Genau. Einfach immer, wenn jemand dich was fragt, Hi-Hi-Hi machen. Hi-Hi-Hi. Oh Gott. Jetzt sag nicht, das kriegst du nicht mal hin. Das ist ja eigentlich... Doch, klar. Dieser dickse Pau, den Schiff fressen. Bitches. Hi-Hi. Ja, super. Hi-Hi-Hi. Ich bin die Boni. Hallo, ich bin die Boni. Ja, super. Boah, das ist beschiss. Ich bin's, die Bonitätsprüfung. Warum haben wir denn einfach einen Anwalt gefragt, ob er uns hilft? Jetzt mache ich mich noch mehr strafbar. Ja. Ja, dann komm, verfahren dich dann da hin. Nein. Also. Aber du stellst dich auch immer an. Es ist ein Unterschied zwischen... Zwischen was? Zwischen anstellen und nicht hinkriegen. Du musst du entscheiden. Dann mach auf stumme Boni. Oder geh ins Gefängnis. Boah. Du musst du entscheiden, was du möchtest. Ich hab nur erst mal den Tinn als ich. Ja, toll. Jetzt steh ich auch noch rum im Stau. Einmal außenrum vorbeifahren einfach. Einmal außenrum vorbeifahren. Alles gut. Okay. Okay. Nichts, der arme Pinsel. Der muss halt ja nicht machen. Der spielt doch nur mit. Warum seid ihr auf einmal so still? Wieso? Ich find den... Hallo, mein Name ist so schön. Ja. Das ist doch gut. Okay. Ich geh ins Versuchen. Und wenn du nicht weiter weißt, mach so... Hihihi. Hihihi. Wunderbar. Wenn Twinkie schon sagt, wundervoll. Ich bin glad, dass das so bedeuten. Boah, ich bin schon nicht. Als du gerade gesungen hast, kam mir fast die Tränen. Ja, mir auch. Das ist Mitleid für mich selber. Komm, Mitleid. Komm, Mitleid. Ja, am besten. Das ist Training. Ich hab dich übrigens beim Chef Coldy als Stripperin eingetragen für heute. Ja, perfect. Ich hab nicht gedacht, ich bin gleich haus. Ja. 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 Also, wenn das die Definition von Kicken ist, bist du der Fußball. Auf jeden Fall. Du hast Torwart-Handschuhe an. Wenigstens hast du einen geilen Arsch in der Leggings. Dankeschön. Da guck mal, da ist die Schornik oder wie die heißt. Mal gucken, ob du da bestehst, den Test jetzt. Denk dann, du bist Boni-Knicker. Boni-Knicker. Es gibt ein neues It-Girl in der Stadt. Nein, wir betreten den. Die ist so berühmt, ne? Oh mein Gott. Die ist super berühmt. Das ist Boni-Knicker. Ich bin hier das einzige It-Girl? Die hat schon Werbeverträge mit Dotter und Dotter und Oetker und so. Peanut, wo hast du deine Haare gelassen? Hab ich grasiert. Oh mein Gott, stimmt, Peanut. Hallo, Herr Luri. Das ist Boni-Knicker. Und wer ist denn das? Ein super It-Girl aus Europa. Die macht doch Pornos. Oh mein Gott, echt? Machst du Pornos? Hast du es schon so weit geschafft? Um die Karriereleiter weiter nach oben zu steigen. Äh? Oh du meine Güte. So weit bin ich noch nicht. Tja, dann hast du den Titel jetzt verloren. Nee, den verliere ich erst, wenn ich im Schlamm catchen verliere. Oh, da ist zufälligerweise Boni Weltmeisterin drin. Scheiße, echt jetzt? Ja. Oh verdammt. Da muss ich noch bisschen üben. Hat jemand ein Schlammbad für mich? Dann hast du jetzt wirklich deine It-Girl-Karriere verloren. Verdammte Scheiße, ich muss mehr arbeiten. Aber ich will arbeiten nicht. Ich habe eine Allergie gegen Arbeit. Boni hat keine Allergie. Mhm. Die ist nämlich professionelles It-Girl. Sie redet aber ganz schön wenig. Ey Peanut, ich bin hier professionelles It-Girl. Die kann unsere Sprache nicht so gut. Die kommt aus Europa. Ah. Okay. Ja. Ja. Also der Style ist auf jeden Fall schon mal frisch, würde ich meinen. Wuhuuu. 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 Du kannst es gerne. Wuhuuu. Sie ist hier in meinem Dekodet. Wuhuuu. 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 Kann man aus der Chicken Wings machen? Ich mach aus dem gleich Chicken Wings. Wuhuuu. 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 Du und deine unhöfliche Freundin von gestern. Stimmt. Dein Freundin war echt unhöflich zu uns. Wer denn? Ja, die... Die hatte ein bisschen Pech mit mir, Peanut, weißt du? Wir sind Motorrad gefahren und hat sie einfach irgendwie in den Wald geschossen. Und das ist kein Grund, frech zu meiner Frau zu sagen. Ne, da hast du wirklich recht. So gesagt. Weil sonst haut Bonnie die nämlich weg. Ist mir gut. Brigitte, hab ich gesagt. Oh, ja, das war richtig. Oh, Bonnie. Oh. Hallo. Hallo, Bonnie. Das hat Bonnie verstanden. Ja. Bonnie ist schüchtern. Keiner erkennt ihn. Ja, 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 ja. Ich bin so schüchtern. Oh, wow. Das stimmt. Ich glaube, ich muss los. Ja, Bonnie, das wissen wir. Hey, Bonnie, wo gehst du denn? Ja. Ja. Nee. Die Muskatten. Oh, die Muskatten. Ja. Geht's der Eule gut? Die macht irgendwie ganz komische Geräusche. Na, die ist im Super-Busen von meinem Frau gestickt. Wie alles Bäumchen. Oh, also immer wenn die so Geräusche macht, bekomme ich verdammt Hunger auf Chicken Wings. Hey, hör auf, sonst klatscht das. Wo ist das? Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ach, wenn das nicht unsere Lieblingskundin, Frau Twinkie, ist. Gucken Sie mal, sie werden da heute auch persönlich begrüßt. Hier ihr Begrüßungsburger. Danke. Schon mal ein Trinkpäckchen für Sie, dass Sie sich auch ganz wohl fühlen. Machst du mal eine Frau ein? Du gestrippel, du. Natürlich. Denken Sie dran, ne? Du laufst eine Frauenhandel. Entscheidungen sind immer Entscheidungen für den Burgerladen. Chef Cody. Ja? Das ist die Nutte von der ich, ach, die Tänzerin von der ich erzählt habe. Ach, die für die, für die Leute aus den Grades? Bonnie Knicker. Ja, Bonnie Knicker. Okay. Ja, guten Tag. Man sagt ihr Hallo in Los Santos, Bonnie. Na gut, wenn sie nur tanzen will, ist es vielleicht besser, wenn sie den Mund nicht aufmacht. Oh Gott. Die lebt noch unsere Sprache. Okay. Verstehen Sie, was ich sage? Oh Gott, Gesundheit. Die kann doch unsere Sprache kommen. Ja. So. Die war mal Opernsänger. Anscheinend. Oh. Tenor oder was? Das ist der Singer. Nee, das ist Bonnie. Bonnie. Oh. Hey. Ja. Äh, sie kennenzulernen auf jeden Fall. Ja. Die sind noch zu haben. Mhm. Die sind noch nicht vergeben. Okay. Ähm. In meinem Arbeitsvertrag steht da, dass ich leider keine romantische Beziehung... Ah, Telefon. Ja, hallo? Oh, wir finden dir noch einen geilen Hengst, der dich nicht durchreiten wird. Der dich einreiten wird. Jeder von uns im Kreis weiß, dass der Schiff Cody richtig interessiert an dich ist. Mhm. Wie der sich auf eine Lippe gebissen hat, ne? Wen gut kennt, der hat das mitbekommen. Juhu! K 요Ch Ja, 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 ja. Nee, super. Bishop, du Betrüger, was willst du? Ey, warum so ist ein Betrüger? Bist ein Betrüger? Nee, bin ich nicht. Pass auf, äh, bist du in der Nähe deiner Frau? Na klar, die steht vor mir. Ja, geh am besten mal ein paar Schritte weg. Warum? Ja, du musst dann gewisse Sachen nicht sagen, dass sie gleich dir eine überzieht. Warum soll sie mir eine was rüberziehen? Ja, Glücksspiel. Ich mach kein Glücksspiel. Nee, Glücksspiel ist es nicht, aber wie stehst du denn zu Poker? Kann ich nicht. Ja, ich bin zu dürfen. Echt, du hast also gar kein Interesse an einem Pokerturnier? Nee, ich kann das nicht. Ja, dann lernt das einfach. Nein, ich kann das nicht lernen. Ich darf kein Glücksspiel. Okay. Mau, mau. Mau, mau ist gut. Sag zweimal nein, wenn du dazu gepokert hast. Ja, Herr Spritmein. Nee, 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 nee. Kein Poker, ich kann das nicht. Na gut, Peanut, weiß ich nicht. Okay, dann führ ich nicht weiter. Bye, bye. Twinkie, der Bishop wollte mich wieder zu Glücksspielen bereden. Der wollte mich zum Pokerturnier einladen. Äh, Peanut? Ja, Twinkie? Wo hast du eigentlich zugestimmt, das, was Cody wollte? Mit dem Moderator? Genau, hier hast du einen Zettel von mir. Sag mal, geht's dir noch gut? Jetzt kriegt der Ärger. Äh, gibt es am besten auch noch Twinkie? Nee, Twinkie will das nicht machen. Okay, machst du das dann, sagst du? Weiß ich noch nicht. Und schalte ich spontan. Wie spontan? Wie spontan? Weiß ich nicht, ob ich sowas gut kann. Kannst das gut? Kann ja sein, dass der Boxkampf voll langweilig wird, und dann will ich abhauen. Das glaubst du auch selber nicht. Äh, äh. Wo ist denn Ronny? Der kann dir ja helfen dabei. Äh, der schläft. Okay. Der ist halt nicht unterwegs. Der wird sich ein Trilling machen. Na dann, na dann. Aber vielleicht hat Bonnie ja Bock. Boah, das reimt sich sogar. Ähm, wer ist denn das? Ja, hier. Bonnie Knicker. Die Schwester vom Knicker. So. Winkie, willst du Moderator sein oder nicht? Winkie, komm schon. Ich weiß noch nicht, ob ich so fit bin, wirklich. Ich hab ein bisschen Bauchkrämpfe. Genau. Schade. Was ist denn mit Herrn Juri? Nee. Ist nicht seine Gehaltsklasse. Wie viel bekommt man denn dafür? Äh, wie viel möchtest du denn haben? Zwei Millionen. Äh, du kriegst 25.000 für den Abend. Das ist ja gar nichts. Das sind 60 Minuten. So. Ich weiß nicht, wenn es mir nicht gefällt, würde ich lieber gehen dann. Dann bin ich gezwungen da zu bleiben. Das gefällt mir nicht. Ja, verstehe ich. Was ist denn mit Herrn Niko Ahira? Die kann doch Supermoderieren. Oh nee, bitte nicht. Ich will nicht arbeiten. Hey, du kannst doch Supermoderieren. Nee, ich hab doch so eine Allergie gegen das Arbeiten, Peanut. Deshalb hast du so viele Pickle auf der Brust. Ja. Zwei. Ja, von dem ganzen Schütteln. Was denn mit Biggie? Genau, was mit Biggie? Biggie kann leider nicht. Oh, schade. Und was ist denn mit dem Opa? Willi? Willi ist nicht erreichbar. Der sollte hier einspringen für... Äh, ach so. Der Samstag, Geburtstag. Nee, andersrum. Willi hat Mike besorgt, der auch beim Taxi arbeitet. Und der ist nicht erreichbar. Deswegen frage ich euch. Ich finde sie nicht. Ich würde sie auch fragen, wenn sie Bock drauf hat. Was ist denn mit diesem komischen Beefy-Typen? Nee, der ist auch seit Tagen nicht mehr erreichbar. Aber da sehe ich ihn auch nicht. Weißt du was? Wir suchen einen. Wir suchen einen Moderator. Das wäre cool. Wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Eine Stunde haben wir noch Zeit, ja. Okay, dann bestellen wir uns schnell was zu essen. Aber wir wollen die Piener. Ich habe schon Essen bekommen. Das reicht mir jetzt mal. Wo geht die hin? Oh mein Gott, die kann richtig schnell rennen. Also, guck mal. Sieht aus wie ein rollender Schneeball. Wenn du mir einen guten Moderator oder Moderatorin besorgst, dann gebe ich dir aus meiner Kollektion zwei Figuren. Okay. Twinkies, sollen wir schnell gucken, ob wir ihn besorgen können? Ja. Okay, ich komme. Aber wirklich ernst. Ja, ja. Keine, ne? Okay. Wirklich die durchziehen. Komm, wir müssen Moderator suchen. Barkley, bist du noch Anwalt? Okay, äh, theoretisch ja. Okay, Pinsel hat ganz viel Ärger. Der braucht einen Anwalt. Oh Gott, was hat er gemacht? Der hat sich mit jemandem geprügelt und derjenige hat sich dann ein Verständnis links geprügelt, ne? Ja. Der andere wollte das auch. Das ist aber schon Monate her. Und dann hat er den Pinsel einfach angezeigt. Weißt du, wer? Ne, weiß nicht. Aber ich sage dem Pinsel, wenn ich den sehe, dass der sich anrufen soll, okay? Okay, aber ich muss nachher boxen. Also nachher habe ich keine Zeit. Ja, für morgen dann nur so. Geld spielt keine Rolle. Ja, dann... Komm, Bonny. Keine Sau erkennt dich. Keine Sau erkennt dich. Keine... Ähm... Komm! Wo kriegen wir den nächsten Moderator? Du brauchst seine Nummer. Hast du seine Nummer? Nein, hab nicht, aber besorgen wir. Hast du den Bischof gemeckert? Oh, so. Riecht ja wie an. Ja, aber merkst du nicht, wie gut das ist? Keine erkennt dich, ne? Ich muss das singen, dann riechst du einigermaßen. Aber mein Vokabular ist selbricht. Krems. Ja. Das liegt an deiner nicht-schulischen Ausbildung, mein Freund. Wieso? Das ist wie ein Bettchen. Sag. Twinkie, was meinst du? So kriegen wir den Dings her. Ähm... Na ja, kranker auch. Aber wir brauchen irgendjemanden. Wer ist denn verrückt genug dafür? Onkel Dieter? Meinst du, der macht das? Ne, der hat bestimmt viel zu tun heute. Was ist mit dem Holländer? Der labert schon viel, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, ich hab die Nummer nicht. Ich hab die Nummer auch nicht, aber ich sehe bei uns im Handy, dass der aktiv ist. Der ist eingestempelt. Pinse, kennst du jemanden? Wen? So nen Moderator oder so? Jemand mit einer einigermaßen guten Stimme. Eigentlich kann das Willi gut oder halt... Ja, aber Willi ist nicht zu reichen. Ja. Und er hat Geburtstag. Heute? Freitag, oder? Hatte ich schon. Weenie wäre dafür geschaffen. Aber der ist immer noch im Hotel seit fünf Monaten. Willi ist der Pase, Peter, Keker. Dieter Fischmel. Ah, das ist Onkel Dieter. T-Rex. Boah, ich frag, ich frag T-Rex. Okay, Twinkie? Oder haust du mich an? Nein, ich frag, ob du jemanden kennt. Achso, ja. Geht nicht dran. Ich bin nicht dran. Was mit Füchse? Was ist denn mit dem Holländer? Ja, oder? Ja, wir haben die Nummer, nee. Hast du die Nummer? Vom Holländer? Ja. Ja? Oh mein Gott. Ich frag, Böckste geht nicht dran. Frag den Holländer. Warte, ich geb dir die Nummer. Nein, frag du. Ich hab nur 85 Prozent. Frag du. Okay. Geldmule, abgezockt, wer ist denn das? Ach, dem hab ich Gold verkauft. Ähm, hi, ich wollte fragen, ob du vielleicht was arbeiten willst. 25.000 Dollar für eine Stunde. Für eine Stunde kriegst du 25.000. Du musst nur Sachen vorlesen. Sag, dass das ein supergroßes Event ist und so weiter organisiert. Okay, also, willst du schaffen? Boah, man, der labert sonst auch immer so viel. Na gut, dann. Gerne, okay. Wie schon? Kamelvertrieb von Kayana, hallo? Hallo? Na, grüß Gott. Du bist doch von Herrn Nuri, die Freundin, ne? Hä? Welche? Achso, von dem Architekt. Ja, von Herrn Nuri. Ja, na klar. Kannst du uns helfen? Wie denn? Wir suchen, wir haben, wir suchen und haben, wir suchen einen Moderator. Kennst du vielleicht jemanden? Oh, ich hab nie den. Einen Moderator? Ja, da ist gleich so ein Boxkampf und da braucht man einen Moderator für. 25.000 Dollar für eine Stunde. Ich, ich weiß es nicht. Hast du keine Freunde? Benni? Doch, ich hab Freunde, aber ich weiß nicht, wer das machen kann. Hast du Bock, eine Stunde 25.000 zu verdienen? Ja, ich, ich, ich. Für den Boxkampf. Der ist ein Boxkampf. Ihr habt schon zwei, hat er gesagt. Ja, aber willst du Ansager sein? Der verliert auch nicht. Du musst nur vorlesen, was er steht. So zwischendurch. Oh, wow. Ja, ich kann mal überlegen. Wir brauchen Leute mit cooler Stimme. Du hast eine coole Stimme. Okay, kannst du noch mal melden dann? Ja. Bis wann, Plastik. Bis bald, bitte. Gerne. Oh, vom Herrn Jürgen, die Freundin guckt mal, ob sie jemand finden. Oh mein Gott. Hättest du Bock, wenn du eh dort bist? Komm, wir fragen die Gangster, Twinkie. Die Gangster, welche Gangster? Haschrauschgiftzigarette kaufen. Quatsch, hör auf. Joins. Stell dich da hin und dann quatschst du. Als, als Ansager. Du hast eine super tolle Stimme dafür. Ja, der macht sie king. Und Apho, die Dankeschön für den Prime im 47. Monat. Und VioBio, Dank für den Prime im 24. Kette hier. Beta-Mann. Der sagt gleich Bescheid. Und Zera, Dank für den Prime im 19. Und der, das passt super. Boah, wir legen auch noch mal ein bisschen Geld drauf. Nee, ich schnitt. Ja, ich auch nicht. Aber Chef Cody bestimmt. Was, du warst noch nie bei so einem Boxkampf, ne Twinkie? Ja. Ich weiß, da ist alles voller Schweiß und Blut und Gehirn. Das ist super aufregend. Das ist nie so meint. Ja, und doch, glauben mir. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, was ist denn? Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 es ist nicht so, dass ich nicht will. Aber? Aber ich hab durch echt ganz so tolle Aua in meinem Bauch drin. Okay, dann fahren wir dich nach Hause. Ähm, mein Durchfall? Nein. Kein Gingster hier. Könnten wir die Autos abschicken? Hm. Hast du einen Pinsel? Ja. Also jemand, der das macht? Ja. Wirklich? Also, der ruft gleich wieder an. Aber der hat eine sehr angenehme Stimme. Ich glaube, der kriegt das auch. Guck doch mal den Freight-Friday-Friedy-Ticken an. Das ist doch dein Kumpel. Hä? Oh, da ist Ricky. Oh. Pass auf. Treffen wir, treffen wir uns mal mit dem. Ist das dein Freund, den man mit nach Hause nimmt? Das ist ein Kumpel. Nein. Hallo, Rikki? Hi. Ich habe eine Frage. Können wir uns kurz treffen? Bist du nervös, Rikki? L.S.C. Okay, wir kommen. Bis gleich. Okay, pass auf. Fahr mal zum L.S.C., da ist Rikki. Fahr mal bitte. Wo ist denn das alles sehen? Oh, pass auf, Rikki. Okay, gut vorbeigefallen. Warte mal ganz kurz. Hallo, hallo, Juki. Wo ist denn das alles sehen? Das ist hier, warte. Ich habe GPS eingegeben. Ach so. Das ist ein Dyskasten. Dann, wenn Twinkie auer Bauch hat, fahren wir die gleich nach Hause. Ja. Okay, Twinkie? Ich glaube. Und dann müssen wir die Audis noch wieder räumen. Wir müssen dann noch die Audis herräumen. Ach ja, auch noch. Was ist denn hier? Guck mal, guck mal, der. Aber wir haben keine Zeit gekriegt. Da lag eine Leiche. Was lag da? Da war keiner. Ja, unterm Auto. Der hat gemoppelt. Ich habe es gesehen. Okay, wir gehen einfach Fahrerflucht. Wir haben doch niemanden angefahren. Ja, aber der lag unterm Auto. Oh, geil. Wo ist dein Freund, Rikki? Der mit der Lederjacke. Lederjacke? Ähm, Jeansjacke. Dann fangst du nicht. Ruf mal Rikki, dann kommt der her. Rikki! Rikki! Der kommt nicht. Warum kommt... Ja, weil ich... Oh Gott, ich muss wieder rein. Doch, er will. Der will dich nicht erkennen. Ja, ruf. Ruf ihn. Verdammt, das war aber ziemlich knapp an dem Radlauf. Das geht schon. Bist du Rikki? Ich bin Rikki. Ja, du musstest gerne ein bisschen mehr rollen, Mann. Rikki. Rikki! Rikki. In deinem Pinsel. Pinselfrag. Ähm, du darfst... Hi. Rikki, bist du Geld verdient? Geld verdient? Scheiße, Mann, muss ich mich ausziehen oder sowas? Nee. Nee? Aber du hast eine super coole Stimme und die brauchen wir. Wir brauchen... Ey, lass mich noch kurz den Heckflügel drauf machen auf den Porsche. Lipsport. Und dann können wir durchstarten. Waren wir die Stadt unsicher. Du klingst ein bisschen wie Mr. Dings. Mr.? Dummer Wichser! Ach Gott, verdammt. Du bist ein Freak. Oh mein Gott. Ey, lass mich mal nur kurz da rein, bitte. Pass mal auf, Rikki. Rikki, guck mich mal an. Okay. Ich schau dir tief in die Augen. Es gibt gleich einen großen Boxkampf, ein Box-Event. Okay. Und wir brauchen dafür einen Moderator, weil der andere Moderator ist abgesprungen. Ey, scheiße, Mann. Ich bin da nicht der Richtige dafür. Doch. Ach, nein, Mann. Du bist super der Richtige dafür. Ach, wirklich? Hast du kein Interesse? Es gibt 25 Scheine für eine Stunde. 25.000. Und der Text ist schon vorgegeben. Du musst nicht improvisieren. Du musst halt nur sagen, weil er steht. Was muss ich denn da sagen? Und in der linken Ecke befinden sich mit einem Kampfgewicht von 150 Tonnen. Petro Nomba, du. Petro Nomba oder so. Ach, Gottverdammt. Seht ihr? Ich bekomme das nicht. So was, wir kommen zu Digi's Champions League, Chapter 1. Dann stehen hier zum Beispiel auf dem Ende die Preise, was der erste Platz bekommt, der zweite und der dritte. Und dann hast du hier direkt die Liste, wer gegen wen kämpft. Und dann sagst du so, in der rechten Ecke steht der und der. Und dann ready to mumbled fight. Nicht mehr. Okay. Das ist super einfach. Und dann bekomme ich selber auf die Fresse. Hey, so ein Referee, der kommt da auch immer auf die Fresse, oder nicht? Nein, du nicht. Okay. Weiß ich. Ich weiß nicht, Mann. Bin ich wirklich der Richtige? Bin ich der Auserwählte? Ja. Du bist Mario. Du hast eine super Stimme dafür. Ja, ich habe auch. Ach, Gottverdammt. Ihr habt auch eine super Stimme. Ich mag euch. Danke. Wer seid ihr eigentlich? Das ist schon meine Bestin. Das ist meine Frau Twinkie. Das ist meine Frau Twinkie. Und das ist mein bestes Freund, Pinsel. Aber wir kennen uns doch. Das ist Peanut. Peanut, Twinkie und Ronny. Und Ricky. Aber zu mir sagen sie alle Pinsel. Pinsel? Scheiße, Mann. Warum? Weil ich eine Frisur hatte wie ein Pinsel. Ah, und jetzt hast du die Haare aufgemacht? Oder wie? Ähm, nein. Jetzt bin ich undercover. Du darfst niemandem erzählen, dass wir uns gesehen haben. Du brauchst ja noch einen Pseudonym, Mann. Wie nennt man dich jetzt? Pinsel. Äh, Bonnie. Bonnie? 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 Bonnie. Aber sonst... Bonnie die Hure. Bonnie die Hure bin ich jetzt. Bonnie die Hure, Mann. Geiler Name. Hey, lass mich mal kurz hier rein. Du hast sogar noch eine Stunde Zeit, dich da vorzubereiten. Ach, eine Stunde, Mann. Ey, ich mach jetzt den Heckflügel kurz drauf. Und ähm... Ich ruf Bonnie an. Okay. Hallo? Okay? Und sag niemandem, dass du mich gesehen hast. Aber natürlich nicht, Mann. Wo ist du im Knast? Bleibt unser kleines Geheimnis. Okay. Okay. Ey. Ich wollte, ja? Alles klar. Ich wünsche euch was, Mann. Bis später. Danke. Auf rein. Ja, ja. Ja, ist gut, oder? Ja, der ist super dafür. Aua! Hat der zugesagt? Ja, fahr mal rechts und dann links. Und dann hier geradeaus. Jetzt über die drei drüber. Nein, nicht, Twinkie. Nein, du setzt die Straße. Hier geradeaus. Und dann... Ja, links. Und der Typ ist weg. Der stand hier rechts. Da war gar keiner. Doch, da lag ein Rusty Revel und ein Mensch drunter. Da ist er noch. Da rechts ist der Typ. Ja, ich hab vielleicht jemand. Aber der weiß nicht, was er sagen soll. Nee, das ist alles vorgegeben. Der kriegt so ein Blatt. Okay, pass auf. Damit du gesagt hast, die stimmt was nicht. Ja, ja, der hat gesagt, du sollst zu dem Seacase. Der ist da unten. Das ist der Nephi. Ja, mein Unfall. Der ist bei Seacase. Ach du Scheiße. Ja, genau. Das ist dieser... Wo war es denn? Keine Ahnung. Was macht der? LS Security oder so? Okay, okay. Alles klar. Ich bin da hin. Dankeschön. Dankeschön. Und vom Herrn Jury. Die Freundin hat gesagt, der würde das vielleicht machen. Und wir haben vielleicht noch jemanden. Den Ricky vom LSC. Der Nephi würde den Moderator machen? Ja, die Chirin hat gesagt, der würde das bestimmt machen. Okay, Jiggy. Peanut ruft gerade an und sagt, Nephi würde das wahrscheinlich machen. Chirin hätte das gesagt. Vom Security Team. Ihr sollt ihn fragen, der ist bei euch gerade. Okay, habe ich ihm gesagt, Peanut. Okay, und wir haben vielleicht den Ricky, der baut aber noch gerade einen Spoiler und sagt dann gleich Bescheid, ob er macht. Okay, ansonsten hätten die Ricky vom LSC. Und vielleicht von Pinsen, Freunde, Benni. Also, irgendeiner wird das machen. Okay, ja, wir haben ja auch noch gerade Dingsbums. Nephi haben wir hier stehen, den fragt die jetzt als erstes. Und sonst, äh, die anderen sollen sich halt dann melden. Okay, okay, okay. Oh, oh, der Poli Scheinmann ruft mich. Okay, ich danke dir. Bis später. Geh nicht ran. Ich geh nicht ran. Geh ran, hat's von ihm gesagt, du hast das Handy gefunden. Ach, nö. Warum, sing doch einfach. Okay. Hallo? Hallo? Dieses Handy wurde gefunden. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Mach auf Verbindung weg, das Handy ist kaputt. Mach so, als wär's im Tunnel. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen richtiges Haus? Aber ich bin nicht in Tunnel. Das war knapp. Hat er dir das abgekauft? Ich weiß es nur, der hat mich Herr Hobbs genannt. Aber weißt du, was er gesagt hat? Was denn? Ein Moment. Also du gehst jetzt Kackapupu machen? Bisschen, ich lege mich bis hierhin hin. Okay. Ich hole mir so ein Ding geschen warm. Was machst du dir warm? So ein Körnergeschen mache ich mir warm. Umarme mich und knutsche mich und sag wie sehr du mich liebst. Geile Sau. Ja bis nachher dann. Ja, ja. Und die Eule pennt im Wohnzimmer. Ja, ja. Sonst bring ich Haschisch mit rein nachher. Ähm, Edners? Ja. Der, der Polizeimann hat angerufen. Er hat gesagt, die Sache ist so gut wie geklärt. Ich muss nur von Unterschrift herein. Das ist bestimmt eine Falle. Ja, das glaube ich auch. Willst du es riskieren? Ich weiß nicht. Du kannst mir die Nummer geben und ich sage, ich bin, ich habe eine Vollmacht von dir. Ich kann es auch unterschreiben. Dann schreibst du mir schnell eine Vollmacht, dass ich in deinem Namen Dokumente unterschreiben darf und dann unterschreibe ich das. Aber wenn ich dann, soll ich dir das dann? Nein, du gibst mir die Nummer von dem Sheriff. Ja. Ich rufe den Sheriff an und sage, ich bin Peanut und ich habe eine Vollmacht von dir, dass ich für dich Dokumente unterschreiben darf. Okay. Und dass ich das Dokument in deinem Namen unterschreiben würde. Und dann fahren wir schnell da hin und dann unterschreibe ich das. Und wenn der sagt, nö, geht nicht, dann wissen wir, dass das eine Falle ist. Okay, gute Idee. Aber der wird eh sagen, geht nicht. Okay, ich gebe dir die Nummer. Und denke, wir müssen dann die Autos herräumen. Ja, das glaube ich nicht, dass wir das heute noch schaffen. Okay. Fünf, fünf, fünf. Warte, warte. Fünf, fünf, fünf. Neun, zwei, sechs. Ja. Neun, sieben, zwei, neun. Neun, sieben, zwei, neun. Ja, der heißt Pater. Pater, oh? Ja, irgendwie so. Okay, pst. Ja. Hallo, Herr Polizei, mein hier ist Peanut. Mhm. Mhm. Meine Freundin, die Bonny, hat mir gerade erzählt, dass der Pinse, mein bester Freund, was unterschreiben muss. Der Bonny. Ja. Woher wissen Sie das? Ja, weil die Freundin mir das gerade erzählt hat, die von Ronny das Handy hat. Ja, genau. Ich habe eine Vollmacht von Ronny, dass ich ein Seinnamendokument unterschreiben kann. Soll ich das unterschreiben kommen? Äh, da gilt leider keine Vollmacht, da brauche ich wirklich seine Unterschreiben. Eine Vollmacht gilt für alles. Ne, aber nicht zu dem rechtlichen Dokument, was ich da zur Schwarz-Abertschaft geben muss. Aber ich habe mit kompletter Vollmacht seinen Namen alles zu unterschreiben und was geht. Ich würde trotzdem gerne ihn haben. Alles klar. Das ist für mich... Ja, das ist eine Falle. Angeblich geht das nicht. Was ist denn hier schon wieder los? Hast du gehört, Penzer? Okay. Also geht nicht. Das geht nicht, aber bla bla bla. Wie da irgendeine Gequatsch haben am VfL... Frag doch mal Didi. Wen? Ob... Na, den Didi, ob man als Vollmacht unterschreiben darf. Nö. Achso, du meinst Onkel Dieter? Ja. Okay. Wenn der sagt, das darf man, dann ist er grobst auch gegessen. Didi, die Fischmann. Didi, die Fischmann. Und Herr Waschi? Deine Nummer habe ich nicht. Aber kannst du mir die geben? Oh. Oh. Puh. Ich habe gerade angerufen, aber er ist nur da. Okay, aber du kannst mir die Nummer trotzdem mal geben für eine Notfälle. Ja. Ähm, 634... 634... 9873... 9873... Ja. Ich rufe trotzdem Nummer. Ansonsten... Sonsten was? Ich... Ich hätte noch die Nummer vom Pili 16. Ich glaube, ich habe die Nummer auch. Auf jeden Fall habe ich ein Handy. Wer ist denn Pili 16? Könnten wir auch fragen. Das ist die sexy girl. Geht nicht ganz. Sag mal, Nummer, ich vergleiche mal. Warum habe ich die Nummer? 2455... 338. 338. Okay. Geht nicht dran. Okay. Dann habe ich nur einen Betrüger. Warte mal, ich habe noch einen Staatsanwalt oder so. Hübsch. Oh, der klingelt. Hebe nicht ab. Hm. Hebe nicht ab. Keine Gals, fahren wir zu kurz. Es geht gleich los. Okay. Da wollte ich einen Falle lösen. Nee, ich glaube, der hat echt aufpassen. Kurze Frage. Ja. Müssen wir Eintritt zahlen? Nein. Aber wie komme ich da rein? Ach so. Ja, Twinkie wäre doch eigentlich mitgekommen. Dann kommst du für Twinkie mit. Ähm, ja, aber... Die wollen den Ausweis vor sehen. Gar nicht. Die würden noch nie einen Ausweis vor mir sehen. Okay. Hast du keinen dabei? Ja, weil sie wissen, wer du bist. Ja, und? Bei mir weißt du okay, ne? Du bist Boni. Boni-Knicker. Ja, du warst... Ja, du warst... Ja! Du siehst echt aus wie eine Frau. Ganz kurz. Das ist ganz schlimm. Guck mal, ich hab ne Wohle... Warte, ich tank grad... Ich tank grad in... Hier in den Fensterscheibrollen. Warteln? Guck mal, das sieht wirklich... Also ich hab den nach hinten geklemmt. Ja. Siehst du das? Nee, grad nicht. Dann komm ich halt vor dich. Ja. Und da zu sehen... Das sieht verdammt echt aus. Hallo, Herr Nuri. Ja, hallo. Hier ist es einer bei Kodis, der will mit dir reden. Ja, denn? Nee, wie irgendwie wegen anmoderieren. Ruf dich mal, wenn du mal hast. Ich komm, wir sind auf dem Weg. Herr Nuri, kann die sich mit Gesetzen aus? Wisch denn? Warum? Wenn ich die Vollmacht für den Pinsel hab, ne? Dass ich in deinen Namen Dokumente unterschreiben darf. Ja, hast du die mit, ähm, amtlichen Dings drunter, von Richtern und so? Nee. Ja, dann ist scheißegal. Dann, du kannst damit ein Dings machen. Du brauchst da Unterschied von, von, hier Anwalt oder Richter drauf. Ah, okay. Alles klar. Das Problem hatten wir damals mit Slava auch gehabt. Okay, dann muss man das nur machen. Wir sind aber um Ecke. Wir sind jetzt da. Alles klar, der ist hier irgendwie gerade zur Tür wieder raus. Keine Ahnung, oder viel und worum. Bis gleich. Riki ruft an, was soll ich ihm sagen? Ja, frag ihn, ob der will, bevor wir diesen Liki fragen. Hallo, Anni. Hallo. Was geht? Du bist dabei? Oh, super. Sag, wir kommen in den Appel und wir briefen ihn kurz. Sollen wir dich abholen? Lass ihn da stehen. Bist du bei dem Werkstatt? Check, das ist müde. Check, sag, du bist an. Möhrer Park. Möhrer Park. Möhrer Park. Okay, wir kommen in den Möhrer Park. Und wo sollen wir hin? Okay. Wir suchen dich. Er ist im Park, im Möhrer Park. Er hat uns. Okay, frag ihn, ob er wirklich sicher ist, dass er macht. Möhrer Park. Aber du kommst, machst auf jeden Fall das, ja? Ach, du. Wie, du machst. Komm, okay, warte. Wir sind gleich da. Wir müssen ihn überreden. Warum? Komm, bitte, was ist... Ja, es ist ihm zu spontan. Er ist aufgeregt. Nein, muss er nicht. Er muss Pauli gefressen. Los geht's. Gammel, kennst du dich aus? Ja, jawohl. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Du wohnst hier. Der ist irgendwo in dem Park. Der ist der. Da ist er. Er ist ins Wasser gefallen. Vicky! Vicky! Komm. Nicht ins Wasser springen. Nicht reinschubsen. Nicht reinschubsen. Komm schon, Ricky. Du hast noch super viel Zeit. Ja, komm. Ich bin wirklich zu spontan, Mann. Du bist super. Wir sind auch da. Ich kenn mich doch nicht aus mit so einem Scheiß, Mann. Du hast doch so einen Zettel. Das kannst du einfach ablesen. Wirklich? Ja. Dann beginnt die Scheiße. Das ist kein Witz. 23 Uhr. Wir sind auch da. Genau. Bist du auch mit dabei? Ja, klar. Wenn du willst, können wir sogar mit in den Ring mit dir zusammen. Ja, ihr kommt mit in den Ring. Hey, wir machen das einfach zu dritt, Mann. Kommt doch. Aber wir können nicht so gut reden wie du. Ich darf nicht sprechen. Ich werde von der Polizei gesucht. Ricky und ich gehen mit in den Ring und du tanzt. Ja, genau. Und ich kann auch mit auf die Seite. Und du bist die Tänzerin. Ja. Du bist okay. Ich komm rein zum Danzen. Aber ich kann wirklich nicht sprechen. Weil sonst kommt die Polizei und verhaftet mich. Dann muss ich in den Knast. Verhaftet wegen 60. Deswegen haben sie mich zur Frau gemacht. Ohne Bosen. Aber mit Völker. Ja, man kann nicht alles haben im Leben. Ja, dann komm, Ricky. Fahr mit zum Cody. Gibt nur mal den Zettel. Ja, okay. Let's go, Mann. Sollen wir mit deinem Auto fahren? Was? Wir fahren mit meinem Auto. Ja, scheiße. Das ist so ein Leihwagen. Kann ich den hier stehen lassen? Klar. Arschkappe. Runter von der Karre. Das ist so ein Ding. Ich liebe dich auf den Autoschuttreten. Wo sind Chef Cole dann? Lass mich mal rein, denn das geht ein Stück. Chef Cole, der Ricky macht das mit mir zusammen. Der Ricky macht das mit dir zusammen. Warte, ich frage jetzt Jiggy. Hast du das jetzt mit Nephi geklärt? Komm mal her, Jiggy. Hast du das jetzt mit Nephi geklärt? Oder brauchst du jetzt noch jemanden? Also Nephi macht das jetzt, oder wie? Ja, Peanut, er hat jetzt schon mit Nephi gesprochen. Ja, okay, dann soll der das machen, weil für den Ricky war es eigentlich eh zu spüren kann. Warte mal, Jiggy, warte kurz. Peanut, ja, Jiggy, worum geht es denn sonst um den Moderator? Achso, aber hast du das mit dem Moderator mit ihm geklärt? Nein, okay, dann machen das jetzt Peanut und... Keine Sorge, weiß ich was ja. Nee, was denn jetzt? Ich dachte, der macht das jetzt. Nee, der macht das nicht. Jiggy ist hier ein bisschen durcheinander. Okay, Ricky und ich machen das dann. Nein, Ertl ist schon ich. Du und Ricky machen das. Okay, dann sind Peanut und Ricky die Moderatoren, Jiggy. Dann wollt ihr eben rumkommen und euch das Moderator... Aber wir sind auf dem Weg. Ja, fängt. Bis gleich. Bis gleich. Ich bin halber Powerworker. Scheiße, Mann, hast du den Drep? Was habe ich? Ich habe meinen Führerschef im Flughafen. Wir haben den am Flughafen gekriegt. Ich habe. Scheiße, Mann, du bist crazy. Mann, manchmal von... Irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Ich sage doch, dummer Wichser. Auf geht's, auf geht's. Komm, wir müssen zum Kohl gehen. Komm, auf geht's, Jungs. Platz da, ihr Hühnchen. Alpina, komm mal rüber, bitte. Geht nicht. Hallo. Ich bin ein bisschen flott, ne? Einmal den D-Date sogar am Laufkommen kriegt man den schlechten Mann. Wo ist Iggy Pop? Weiß ich nicht, irgendwo. Hier, hier ist doch... Ja, bis gleich. Der ist doch hier. Hallo, Peanuts. Was geht? Ja, wir müssen kurz Dings im Briefing machen. Ich bin ich, ja. Nee, wie? Ich bin Ricky, Mann. Das ist Ricky. Hey, ich bin Ricky, Mann. Wer bist du? Iggy. Das ist Iggy. Du hast ja die Liste schon bekommen, Peanut. Ja, aber... Ja, hab ich. Okay. Aber Ricky braucht die noch. Ja, schmeiß mal leer, das Ding. Ja, das ist quasi eigentlich nur am Anfang. Vorlesen, ne? Genau, am Anfang vorlesen. Danach habt ihr freie Wahl, wie ihr was gestalten möchtet. Ganz unten steht der grobe Ablauf. Von 1 bis 8. Und die Kämpfe sind auch schon fest? Die sind auch schon fest, ja. Ricky? Ja. Also, Jonathan Barclay gegen Andrew Bauer. Genau. Wir haben... Nee. Jonathan Barclay gegen Lisa Leland. Ach so, also blau gegen orange. Eine Änderung gibt es. Und zwar André Bauer hat sein Ticket, also hat zumindest angerufen, gesagt, dass er nicht erscheinen kann. Wir haben einen anderen Kämpfer für ihn gefunden. Schreib den neuen Namen dahin. Mach ich. Gib mir eine Minute. Gib mir zweieinhalb Minuten. Es ist ganz leicht zu verstehen. Nein, Zeit allein hat keine Worten, aber du kannst nicht einfach so gehen. Der Christo Jameson kämpft für einen anderen Bauer. Genau, genau. Ich geh scheißen. Guten Rutschmann. Also, wirklich viel ist es auch nicht so. Ihr habt gekündigt es an. So, willkommen, bla bla bla. Willkommen zu Jiggy Champions League Chapter 1. Jiggy Champions League. Genau, dann kündigt ihr noch die Preise an. Eins bis drei. Dann gibt es so eine kleine Info zum Wetten. Okay. Dann rechtet es nochmal an, dass es auf ULive den Wettkampfbaum gibt. Alkohol und Snacks vom Unicorn. Ja, von Unicorn. Teilnehmer versammeln sich drüben bei den Sportgeräten. Ja. Das lösche ich mal weg. Dann ruft ihr nochmal die Sponsoren auf mit Leitstelle. Und die heutigen Sponsoren sind Floskantos Customs. Genau, genau. Und danach. Und die Leitstelle 591. Und Cody's Burger Leitstelle 297. Und danach tritt Ella auf. Okay. Sie tritt dann auf, singt ein Lied, also ein Song. Und danach findet er auch der erste Boxkampf. Und vor jedem Kampf müssen wir sagen, wenn ihr, ne, die Benutzung von Waffen oder Werkzeugen führt zur Disqualifizierung. Genau wie aus dem Oktagon rausklettert und K.O. durch Niederlande. Oktagon, guter Witz, ist eigentlich ein Hexagon. Ja, von unten habt ihr halt den Ablauf, ne? Okay. Öffnungsrede, Ella auftritt. Dann die ersten zwei Boxkämpfe, dann kommt wieder Ella. Nochmal zwei Boxkämpfe. Und immer so weiter, ne? Sponsoren auch ab und zu mal aufrufen, damit sie auch was davon haben. Mehr ist es nicht. Acht Kämpfe heute. Und ganz am Ende, nach dem achten Kampf, findet eine Aftershow-Party beim Unicorn statt. Sprich, wir schließen die Halle. Und alle, die ein Ticket haben, kommen da gratis rein. Okay. Ins Unicorn. Ich verstehe. Das solltet ihr dann am Ende auch noch am besten sagen. Jarrick, jetzt kannst du nun entscheiden. Willst du machen, nun nicht. Ich weiß nicht, mir ist das wirklich ein bisschen spontan. Tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Mann. Es wäre halt auch cool, während den Kämpfen so ein bisschen zu kommentieren. So, oh ja, da saß die Rechte und so weiter, ne? Dafür wäre ich eigentlich gemacht für sowas, Mann. Das kannst du ja als Co-Moderator machen. Ich kann das nicht komplett moderieren, Leine. Ja, das verstehe ich auch, Mann. Ja, dann macht ihr das zu zweit. So wie letztes Mal Willi und Mike. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich lese mir mal die Scheiße kurz in Ruhe durch, ja? Lass mir mal kurz zehn Minuten. Das ist echt wenig. Ja, eigentlich schon, aber ich setze mich mal kurz. Fingst nicht so überzeugt, ha? Peanut. Ich traue mir das nicht so zu. Und wenn das keinen Spaß macht, dann will ich nicht gezwungen sein, da zu bleiben. Aber... Ja. Ähm, ja. Grüß Gott. Das ist der Nephi, der wo moderieren sein will. Ja, aber Nephi will ich nicht. Doch, natürlich. Möchtest du jetzt doch? Der hat nur die Hälfte nicht gewusst, dass da irgendwie so eine Vor... Ich weiß... Ich weiß... Nein, 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 nein. Warte, 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 warte. Könnt ihr mal bitte die Fresse halten? Okay. Also der Peanut hat... Nee, jetzt nicht. Dann musst du das jetzt erklären. Sorry. Ich muss das erklären. Ja, wegen... Du hast doch gesagt, du hast ein Dokument, wo alles draufsteht. Was da sagen muss. Von Jiggy das. Naja, und es bekommt dem Nephi das mal. Nifheniel und dann losprobieren. Das ist halt echt wenig. Ich geb das dir mal. Und ich würde doch mitmachen als Co-Moderator. Du kannst doch hauptmoderieren. Bist du verrückt? Ich bin schüchtern. Ja, ich nicht. Was ist denn jetzt los? Ich glaub, hier wird was losgelassen. Da hattest du davon auf dem Wesen. Oh mein Gott. Da gibt's jetzt alle weg, ne? Oh scheiße. Ich mach jetzt ja nicht in die Hose. Ja, ich würd's mal erst mal angucken, bevor ich's da jetzt komplett zusack. Weil ich bin halt... Ich kann zwar gut reden, aber nicht, was ich's nicht gemacht hab. Man scheißt nicht in die Hose jetzt. Ich scheiß nicht in die Hose. Ich bin Co-Moderator. Ich mach Witz, damit keiner auf dich achtet, wenn du dich verspürst. Genau. Und ansonsten kommentier ich den Kampf. Ich bin ein gutes Auge dafür. Oh, der hat gesessen. Genau, genau, genau. Kannst du auch Co-Moderator? Der muss gesessen haben. Der Schlag ging in die Weste. Ja, danke. Ja, bitte. Nimm mal, guck mal, wenn du oben guckst... Aber was ist denn eigentlich mit dem Pinsel? Wieso macht der keinen Moderator? Ah, Ben. Ja, warum macht der Pinsel keinen Moderator? Hey, der Pinsel ist am Schlafen. Warum macht Paul keinen Moderator? Weil ich Musik mach. Ja, aber kannst du nicht... Oh, ich hoffe, dass du gute Musik machst. Kannst du ein bisschen Schlage irgendwie so machen? Das wäre schon geil. Nein, kann ich nicht. Warst du letzte Woche da, Peanut? Na klar. Ja, siehste, da hab ich auch schon Musik gemacht. Hat die gepasst oder hat die nicht gepasst? Die hat gepasst. Na dann, bin ich zufrieden. So ein bisschen mit Fifi Sand und so. Natürlich. Also, ich find's super easy. Ja. Ja, dann mach das. Ja, klar. Mach's mit dann. Dann, ja. Na klar, Nefi, du kannst dich voll gut bestimmen. Du bist fein hier Öke von den... Ja, aber du bist von der Öko. Ökologischer Öke. Na klar. Ich feuer hier an, Mann. Du schaffst uns jeden deiner Meinung. Ja, ordentlich feuer. Ja, muss auch so sein. Ja, okay, dann mach ich das. Ja, wieso nicht gleich so? Immer dieses Diskutieren... Das Problem ist mit den Kämpfern ankündigen. Ich hab keine Ahnung, wer die sind. Ich weiß nicht, wenn... Ich auch nicht. Ansonsten schreit einfach mal zwischendurch. Nee, warte, wir sagen einfach so und so in den Ring und der Erste, der kommt, wissen, wie, wo der ist. Ihr sprecht den Namen an und sagt in die linke Ecke oder so. Ja. Ich krieg das schon. Also, Nefi und ich. Okay, dann Nefi und du. Sorry, Mann. Ich kriege eine Fieberlampe. Schlag mich bitte nicht. Ich kriege eine Fieberlampe. Ja, hallo? Hi. Wo ist denn Bonny? Ja. Ihr fangt dann einfach das Reden an und dann mach ich die Musik immer leise. Ja, ich... Ja. Kriegt das schon. Hör mal. Ja, machen wir schon. Ist das viel? Ansonsten würde ich dann einfach auch irgendwas dazu sagen. Wir können uns zu dritt machen. Grüße. Grüße. Tatsam. Ich rolle, da komme ich meinen Bauch, rolle. Dieses Infos Alea, soll man das einfach, der Satz einfach vorlesen oder was soll das darstellen? Warte, wo? Info? Infos Alea. Das kickt anders. Ja, verstehe ich nicht, weil sonst Stichpunkte machen. Nee, das ist dieses Ding, wir sagen einfach bei der Öffnung, zwischen und während der Kämpfe könnt ihr bei den Mitarbeitern auf die Kämpfer wetten. Also, das wird einfach vorgelesen. Ach so. Also, das ist doch vorgelesen. Ja. Mein Arsch juckt. Ja, machst du das dann mit Alea? Dann mach ich preis, dann können sie mit dem Anfang. Die oben ist es egal. Willkommen zur Jiggies Champions League Chapter 1. Bist du mit mehr Elan? Mit mehr Elan? Ist das nicht schon Chapter 2? Da steht Chapter 1. Ja. Herzen! Nächste Woche nicht Chapter 1. Willkommen in Chapter 2. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Okay, ich glaube, wir schaffen es. Okay, ich glaube, wir schaffen es. Hey! Nicht deine echte Stimme. Doch, der muss mich doch reinbringen. Einmal kurz Telefon. Ja, Ali. Ja, ich bin mal klärt. Dann komm ich nicht in die Halle. Du kommst in die Halle. Ich bin gleich Moderator. Ich weiß. Ich bin nervös. Weiß du nicht. Bin ich aber. Ich bin nervös, wenn ich sprechen muss. Wegen Voice Crack. Voice Crack? Ja, dann stößt mein Hals ab. Das hängt Juri schon mal da abgehauen. Das sind die da vorne? Nö. Weiß nicht. Die sollen uns mal eher reinlassen. Um 5 Uhr. 5 Uhr sollen wir in die Halle gehen. Was sollen die bis dahin machen? Hier im Park war es ja in der Nähe. Glaub ich schon. Wollen wir da rüber? Nochmal gucken? Ja. Komm, wir gehen da vorne. Schneller mal dann. Ist das der Schnupi? Hast du denn deine Tasche bei? Die ist im Rucksack. Im Kofferraum. Wo? Hier im Auto? Ja. Ist keiner da. Perfekt. Ach. Oh. Egal. Ja, dann mach, mach, mach. Chat Moodle? Okay. Ladies and Gentlemen. Blöder, blöder Willi kam nicht. Schnell Crashfaken, um das den Künstler rauszukommen. Warum ist das so lustig? Schade, man hätte geiles LP aufziehen können. Warte, ach. Ich glaube, so selber nicht. Komm. Schnell, schnell, schnell. Okay. Irgendwas davon ist uns. Ja, mach, mach alles auf. Mach auf und brenn weiter. Ich guck. Oh. Da ist nur eine Tasche drin. Da ist nur eine Tasche drin. Ui. Ich glaube, das hast du auspacken lassen, ja. Nix. Hier in einem Kleinen ist nix. Nix. Hier in einem Kleinen ist nix. Bann dreieck. Ui. Klamotten. In dem Kleinen Twingo Dinge. Bannreieck. Nehmen wir mit. Unser Bannskasten. Und nix Macht zu alt Nix Nix Okay, es sind noch mehr Da ist jemand Okay, geh runter ab Okay, was haben wir Wow, der Wo ist er? Was ist denn Wohren? Weiß nicht Wohren Wohren? Das Ding da hinten Wer ist denn das? Wir werden beobachtet Wir müssen abholen Wir müssen abholen Fahr Oh, der Ding ist drin Wo kam der denn her, Alter? Hilf mir, da ist schon was drin Essen und so aber nur Das ist bestimmt schon zömmlich Ach du Scheiße Geil, Bier läuft ab Da ist Bier Kann man verkaufen Verkaufen Ich nehm das nicht Echt? Soll ich ein paar Autos wegfahren? Ich würde das nachher weiter gucken Aber dann weiß ich nicht, welchen wir schon hatten Ja, du musst du das merken Ach, witzig Warte Oder komm, ich fahr ein bisschen was auf Seite, oder? Ja, dann mach schnell Nicht mehr viel Zeit Jetzt Ja Verbrecher, wir wollen Tabixier. Nix. Antropa? Was denn? Einer vom Erdbeerfeld. Geil, fanden wir auf Seite. Achso. Nix. Nix. Was haben wir für eine Schrottmöhrung? War ein Dreieck. Nix? Nee, war ein Dreieck nur. Nur mit Schildesabber. Aua. Mach aus. Gewegt. Kokaininchen, Kokaininchen. Danke schon, für den 27. Monat. Guckilu. Was geht? Nix. Pannenträgen nur. Aber das ist viel wert. Nicht? Ja. 1000 Dollar oder so. Pannent, 100 Dollar. Aber vom Pannskasten ist viel wert. Komm, komm. Go, go, go. Da. Der Weiße. Das ist aber ein schickes Auto. Oh. Krawatte und Klamotten. Nix. Wir machen unseren eigenen Autohandel auf. Eins noch. Langsam wird's aufhörig. Okay, entscheide du. Mach zwei noch. Zwei noch. Mach ein Wünsche. Egal. Boah. 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 I see. Boah. I see. Das Auto gehört der Kati. Hier ist ein Verbandskasten drin. Keine mit. Keine Bars. Alter. Auto für eine Kati. Boah. Das ist ein Ali. Super. Boah. Das ist ein super Auto. Gib mir mal den Schlüssel davon. Mist. Was denn? Was willst du denn mitnehmen? Das trinken. Das ist doch schon abgelaufen. Egal. Nicht nur. Irgendjemand frisst. Ja, ich nehme mit. Gut. Das ist ein super Auto. Ach, komm, ein noch. Dann weißt du die? Ja. Das sind zwei Plätze. Warte. Street Blazers Motorrad, oder? Mach ein Empfänger. Weiß ich nicht. Mach ein Empfänger. Okay. X. Boah. Van Rieck. Die haben alle Waren drei Ecke bei. Ach Mist. Ich sitze mal falsch. Ach du Scheiße. Was ist denn LSD Partyruck? Was? LSD Partyruck. Da ist nichts gutes frei. Das geht ab Massaker. Komm, raun ab, Insel. Das wird voll Dings. Ach, komm, noch einen. Mach zwei noch. Mach drei. Wir sind nur noch vier hier. Okay. Was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Nö, wir haben die Schlüsse dafür. Fließ los. Ist offen. Nix drin. Boah, ein Schränchen gefallen. Den kann man vermieten, ne? Wenn das der Dieter sieht. Oh, der ist auch schön. Oh, der ist aber schön. Der ist schon Baller, hieß ja. Baller, Baller. Abhauen jetzt. Für den 700 Autos. Okay, ich komm, das war's. Paar Warnbrecke. Ein zu einer hat uns beobachtet? Vielleicht hier um das Dach. Oh, der LKW und der komische muss, muss haben. Von der Kati. Der ist super. Ivan Good? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das sind schöne Autos. Und mit dem LKW kann man gut mehr abgefällt. Wo wir so oft sind. Ja. Wir müssen woanders parken. Und Pistole müssen wir. Ich komm, wir kommen. Und ich park nicht so weit weg. Park doch in den Junkie im Park. Da darf man nicht parken. Achst du noch was? Ja. Bist du? Ähm, kein Platz. Hab ich da Batschie? Ich muss die Tasche abbringen. Ja. Warum? Warum? Hi. Oh, mein Gott. Meine ist so voll. Dann nimm die doch mit. Schmeiß die Bahnbräcke weg. Ja. Ich nehm einfach mit. Okay. Komm. Du machst mich zum Dieb. Schnell weg. Tag. Nichts geht. Event geht jetzt hier. Ja. Die Move kenne ich. Mann, ich glaube, das ist die Dieter. Ja, das ist doch scheiße. Das ist so richtig. Ich hab die Reise. Komm, wir haben Boxkampf gucken. Machen sie seit 2000. Ich höre die Elos. Schön. Hallo. 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 Komm, wir haben Boxkampf gucken. Hey, mal da. Boxkampf gucken. Hopp. Danke. Oh ja, vielleicht sollten wir da mal gucken. Vielleicht mal mit der einen oder anderen reden. Oh Gott, was ist das denn? Das ist Bonnie Knicker. Die Schwester vom Knicker. Vom Taxi. Ach du Scheiße. Bin mir unsicher. Ich bin verwirrt. Das könnte modernes Kunstwerk sein. Hallo? Wie geht es Ihnen mitlemmen? Warum die ist Itchel? Hallo? Ja, okay. Wissen wir Bescheid. Bestätigt. Was habt ihr gegen die? Nichts. Die kann doch nicht so gut unsere Sprache. Ich dachte aber zuerst, sie steht dann nackig. Unten rum. Nee. Nein. Hat ihr sich was eingeklemmt? Nee. Sie müssen die Beine klemmen und daran hängen wie Jesus. Sie ist Opa-Sängerin. Oh Gott. Was ist das denn? Geil. Klaus. Kannst du auch um die Beine zu gucken? Was? Ich guck da gar nicht hin. Da gibt es eh nichts. Würde ich bei dir denn sehen. Herr Nuri, kommen Sie auch gucken? Ja, Juri. Du siehst bei dir eh nichts, Junge. Dein Bauch hängt da entwegen. Ja. Deine Freundin hat sich aber nicht beschwert. Da hab ich gar keine Probleme. Jetzt weiß er, warum du keine mehr hast. Sie wollten dicken. Ja, das sag ich. Schwinkie. Das war der Puls Heimann, der gerade rein ist. Das ist der Pater. Ja, egal, ob er dich nicht erkannt. Ja. Weil deine Verkleidung super gut ist. Das sind super Hosen. Danke. Oh. Ich hab mich schon seit Monaten reserviert. Okay. Jeff Koldi? Ja? Können wir schon rein? Ohne eine Schlange zu stehen? Ähm... Ja. Stell dich kurz davor hin. Ich bin zwei Minuten bei dir. Ich muss hier noch eben kurz das mit dem Abschlepper klären, dass hier diese Kacken weggeschleppt werden und dann komm ich zu euch. Lass euch rein, ne? Okay. Okay. Oh. Oh Gott. Sieht ganz gefährlich aus. Ganz gefährlich. Ach, jetzt weiß ich auch warum das hier so... Toll, er sagt mir so einen Box am Gucken, aber wird durchsucht, oder was? Fuck. Wieso ist ausgerechnet denn der hier? Der Onkel Dieter? Nee, der andere, der mich verbuchten wollte. Keiner verbuchte dich. Hat er überhaupt schon angefangen? Hm. Um alt vor fünf. Ich bin aber im Dienst, ich kann meine Sachen nicht abgeben. Oh, nee. Tina. Was denn? Ich dachte, ich bin im Dienst, ich kann meine Sachen nicht abgeben. Ich glaube, der Sheriff muss eh nix abgeben. Ja, das weiß ich nicht. Aber die Zuschauer müssen alles abgeben, wenn die gefährlichen Sachen dabei haben. Weil hier wird Faust gekämpft. Mit Faust? Und von rechts gepusht. Gibt's Rückenhand? Ja. Ich weiß schon, wer gewinnt. Ja, denn? Sie. Wer ist sie? Wer sie gewinnt, wenn nur mit Rückenhand gekämpft wird. Sie? Sie eingesperrt. Ja. Wer ist sie? Ja, wenn einer sie kämpft. Ach so, da kämpfen wir auf Haus. Ach so, ja, sag ich doch. Guck. Ja. Wenn man drückt keinen kämpfen, dann gewinnt sie. Ja, weil die kommt von der Bum. Hast du mitgehört im Bum? Nein, das sind Dachdecker, was? Ja, hab ich. Nee. Ja, erzähl ich dir doch mal. In Ruhe dann. Komm mit. Wird was? So, äh, Frau Knicker und Peanut, ihr könnt auch mitkommen. Ja. So, äh, die von... Oh, Dickelchen vor. So, hallo? Eins, zwei, drei, vier... Unboxen sie dann, die Dame. Das sind aber mehr als fünf. Ich hab ja auch gar nie gedacht. Tiem. Tachtsam. Grüße. Hallo. T dentro. Jess. Aber er ist dann mein Vater wります. Das sieht nicht rum? Einearsi. Vielen Dank. Z headphone, kann B alma hör ja. Das ist das�millimeter. Inroge. Ja, ich hab, soundingquis Köln ist bei interested. Vielen Dank. 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 ... 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 Ja... Was für ein Problem hast du mir gedacht? Dachte ich, soll ich abholen? Der Pinsel, der wir wurden... Der wurde grad vom ein, vom los dem ziehen in der Falle gelockt. Dann kamen Polizisten, haben den Handschellen drangemacht und dann hab ich... Den Pinsel? Ja, und dann hab ich Tür aufgerissen und mein Auto und Pinsel ist eingestehen, wir sind abgehauen. Jetzt hat der Handschellen drange. Und ich weiß nicht, wie man die aufkriegt. Wir wissen nicht, was wir machen sollen, wenn man es so steckt. Das ist äh... Was hat der denn verbrochen, der Pinsel? Weiß ich nicht mehr. Ähm... Ja, wie soll man Handschellen abkriegen? Da braucht man Schlüssel für. Ähm... Oder ein Werkzeug oder so. Mach doch mal die Tür wieder auf. Steig ein. Schwierig. Ähm... Alter... Mach die andere einfach. Muss der in den Knast oder hat der nur eine... Ja, jetzt seid ihr Kriminell, jetzt seid ihr abgehauen, ne? Dann kriegt ihr bestimmt irgendwie Flucht oder sowas. Weil ich schiebe mit dem Fußschuh. Ähm... Ähm... Schwierig... Hm... Ja, Werkzeug... Da braucht man ja einen riesigen... Irgendwas. Wie schneidet man sowas denn aus? Vielleicht fahrt ihr mal zu einer Werkstatt. Die haben bestimmt irgendwie so... Ja, fahrt mal zu einer Werkstatt, so. Ähm... Geh, warte mal. Hm... Fahr mal zu Underground-Tuning. Ich ruf mal jemanden an, der da arbeitet, hm? Wo ist denn das? Wir können nicht in die Stadt. Wo seid ihr denn? Im Norden. Hätten wir uns schon noch eine andere Frage. Im Norden. Ich ruf dich gleich nochmal an, hm? Die können noch Autos orten, oder? Okay. Bis gleich. Weiß ich, glaub schon. Okay, danke, Chef Cody. Ja, können die. Haben die doch dein... Wir müssen Auto ab. Wir müssen laufen. Oder... Warte, ich hab doch 10.000 Autos. Fahrst du irgendeinem Parkhaus? Wir müssen... Aber... Wir können nach oben gucken. Nein, wir können nicht... Ich weiß doch auch nicht. Wir lassen das Auto jetzt hier stehen. Und dann rennen wir... Dann gehen wir in die Berge. Komm. Oh, danke fürs Helfen. Ja. Du musst meine Tasche mitnehmen. Du musst meine Tasche mitnehmen. Halt die Klappe. Aber das ist nicht... Kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay. Doch, kann ich wohl. Okay. Nee, das lassen wir im Auto. Okay, ich hab deine Tasche nicht dabei. Hä? Im Auto? In deiner Tasche. Da sind die ganzen Schlüssel. Ja, okay, hab ich. Okay. Die hast du bei, die Tasche? Ja, ja. Komm, du musst jetzt laufen. Ich check nur mal kurz. Okay. Komm, 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 komm. Ist die hier so? Lauf, Pinsel, lauf. Komm, ich hebe dich rüber. Ich hebe dich hoch. Danke. Ab in die Berge. Aber da gibt's doch Löwen oder sowas. Ich hab Knarre bei. Gut. Twinkie will uns verkloppen. Ach du Scheiße, was machen wir da? Da sind Autos. Lauf mit deinen Handschellen. Lauf. Oh mein Gott, Jogi, das wird ein langer Abend. Was ist denn hier los? Warum ist der so langsam? Oh, da kommt ein Rucker. Lauf weiter, der hat mich gesehen beim Abschlepp. Lauf nicht mehr wie Mädchen. Wir müssen Gummi geben. Schnell weg. Wir müssen im Gebüsch pellen. Es geht nicht. Ja. Du lass... Werden mich gesehen bei den Abschleppis. Okay. Walter, wir gucken. Ich mach... Ich schrecke jetzt nicht mal mehr vom Mord zurück. Was hab ich nun getan? Es tut mir leid. Wir haben Essen. Ich hab Essen alles bei. Wir sind... Aber Onkel Dieter hat mich noch nicht angerufen. Oh Gott, wir sind so im Eimer. Hier war der Typ. Aber nicht mit Abschlepp. Ich weiß nicht. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Ich kenn das. Ja. Ja, ich hab das Moped gehört. Ja, der... Ich hab den Typ gesehen. Der war vorhin beim Abschleppis. Die haben mich gesehen. Ach du Schande. Wann ist nur los? Du hast mich kriminell gemacht. Ich tu mir doch leid. Vielleicht kann ich mich rausreden. Vielleicht kann ich mich rausreden? Vielleicht kann ich mich rausreden? Vielleicht kann ich mich rausreden? Hallo, Chef Cody. Hallo, Pina. Na? Wie kommt ihr voran? Hier habt ihr euer Auto hinter euch gelassen. Ja. Weil das zu orden lassen wir. Ja. Ähm. Ich hab jetzt noch keinen bei der Werkstatt erreicht. Aber ich könnte euch erstmal abholen. Dann könnten wir mal, weiß nicht, eine Werkstatt anfahren und mal gucken, ob da jemand ist. Ja, wir sind irgendwo hier. In den Bergen. Ja, wo ungefähr? Wir sind so große Windmühlen. Große Windmühlen. Ist das im Westen der Stadt? Da vorne ist das Gefängnis. Wir laufen. Englisch. Ich habe keine Ahnung. Zum Gefängnis solltet ihr nicht laufen. Wenn ihr das Gefängnis seht, dann seht ihr doch bestimmt links vom Gefängnis irgendwo so die Harmony Customs Werkstatt, hä? Nee, wir sind glaube ich auf der anderen Seite davon. Auf der anderen Seite davon. Okay, dann... Ich habe doch meine Stadtkarte dabei. Wir sind in der Nähe von der Ölaufbereitung da. Gut, ich fahre zur Ölaufbereitung mit dem Auto. Da hole ich euch ab und dann rufe ich nochmal an, wenn ich da bin, hä? Wir brauchen aber ein Auto mit schwarzen Scheiben. Ich hole ein Van, dann könnt ihr hinten einsteigen, hä? Dann seht euch keiner. Easy, bis gleich. Du, Arndt, das erklärst du meine Frau. So gut es geht. Komm, wir müssen wieder zurück. Wohin? Zur Öl-Raffinerie. Da kommt Schiff Code und es abholen. Mein Gott. Ähm, es ist schon mal leid. Und dann fahren wir zum Werkstatt. Die machen deine Dings ab. Warte kurz. Taschencheck. Wir haben superviele Autos. Wir haben super, superviele Autos. Superviele. Und wir haben ein bisschen Verpflegung und Alkohol auch. Ach, Scheiße. Ich habe auch noch was. Komm weiter. In den Taschen, aber ich kann es denn rausholen. Brauchen wir jetzt einen Handschählenschlüssel? Wir brauchen einen Seitenschneider oder so. Oh Gott. In der Werkstatt haben wir immer welche. Stimmt. Wie sollen wir denn da hinkommen? Runter geht es immer schneller als hoch. Mein Handy bümmelt. Oh mein Gott. Super fast. Super busen. Super busen. Wo müssen wir hin? Ich habe einen Laufer hoch. Ein was? Ich will meine Beine nicht mehr. Ich laufe nur noch instinktiv. Oh mein Gott. Der ganze Kerl ist kaputt. Der ganze Kerl ist kaputt. Der ganze Kerl ist kaputt. Hm? Du Arsch. Mein Sohn, nix kriminell. Ach du Schande. Ach du Scheiße. Hier. Wecke mal runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nicht anhalten. Hilfe. 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 Oh mein Gott durch die Hecke. Das ist übrigens ein toller Film. Hashtag Werbung. Erdnuss. Ja. Wir müssen die Tasche verstecken. Ja. Früh oder später. Wir müssen unser Leben verstecken. Ja. Erstmal müssen wir. Jetzt brauchst du wirklich eine OP. Was? Eine OP. Wofür? Für die Frauen sein. Na. Mit meinen Schnippel. Twinkie sitzt zu Hause mit Bauchohr. Die schreibt mich wieder. Ach du Scheiße. Weil die ist nicht Bauchikursikum. Weil du wieder. Du Arsch. Ich wusste, dass das eine Scheiße ist. Hätten wir mal. Dann wäre ich mal weggefallen einfach. Ich wusste, du hast gesagt, komm, komm, ich muss gerade raus. Moment, ich habe es gebrochen. Auch. Gar nicht auch. Also, irgendwann habe ich es garan. Aber irgendwie dachte ich, was ist, wenn der mir ein Foto macht? Fuck, fett schon aus, du Trottel. Fett so da auf rein. Oh, pass auf. Oh mein Gott. Oh. Klapp. Das hätte ich nicht anfangen können. Komm da unter die Brücke. Wir können hier im Gebüsch bleiben. Oh mein Gott. Ich rufe Schiff Cody nur mal ein. Oh mein Gott. Geht nicht ranne. Du hast mich kriminell gemacht. Weißt du, was mich beunruhigt? Dass Onkel Dieter noch nicht anrufen hat. Wir haben jetzt ein Riesenproblem. Oh mein Gott. Und ich habe den noch gedroht, ne? Ich habe zu denen gesagt, ich rufe jetzt meine Freunde. Ja, das habe ich gehört. Ach du Schande. Das war es einfach vollkommen. Komm, wo hast du vorhin gewohnt? In der Sauna. Ja, komm, lass da hin. Die fangen uns am Flughafen ab. Shit, stimmt. Mein Telefon, Schiff Cody. Zum Glück, der anderen Typen. Ja, Schiff Cody, wir sind hier im Gebüsch verstecken. Wir sind an der Brücke direkt. Okay, ich habe jetzt einen Bulli gefunden, wo ihr hinten rein könnt. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich fahre jetzt beim Laden los. Und ich habe eine Werkstatt erreicht, wo wir hinfahren können. Die gucken, was sie mit dem Werkzeug, was sie da haben, machen können. Okay, wenn ich dein Auto höre, dann würde ich noch machen. Ja, das ist ein gelber Speedo, ne? Okay, wenn du an der Ölraffinerie geradeaus weiterfährst über die Brücke, dann direkt nach der Brücke sind wir im Gebüsch. Okay, im Zweifel rufe ich euch nochmal an. Okay. Danke, bis gleich. Oh mein Gott, Twinkie wird mich töten. Wir sind am Arsch. Oh, ich hasse dich so sehr. Oh mein nein. Was genau passiert jetzt? Kommt ihr uns jetzt einer retten? Chef Cody kommt jetzt mit einem großen Auto. Dann fährt uns zu einer Werkstatt und die gucken, ob die die Handschellen abbekommen. Okay. Gott. Aber ich glaube, ich muss mich wieder umsteigen. Ja, aber du hast gerade Handschellen an. Ich habe Klamotten in der Tasche, aber du kannst dich nicht umziehen. Weiße, sind doch meine. Die bringen es auch nicht. Das ist eigentlich keine gute Idee, dass der Chef Cody herkommt. Weil wenn die das Auto oben ordnen. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich nur angestellt? Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Verpflegung. Ich habe noch eine Hosentasche. Du kannst ja reinfassen. Du holst hier was raus. Ich glaube, da ist was drin. Was machen wir denn jetzt? Oh. Jetzt müssen wir erst mal warten. Meinst du, ich soll Unke-Dieter anrufen? Können wir es noch schlimmer machen? Dann sagt er ja, komm zum Polizei und verhaftet uns. Ruf nicht an. Warte ab. Weißt du, was mich nervt? Der Telefon die ganze Zeit bimmelt in meiner Hosentasche. Oh mein Gott. Weißt du, was mir gerade abfällt? Was? Ich muss morgen die Leute abholen mit dem Flugzeug. Und da kommt doch die, der Sheriffin. Und dann nehmen die mich fest, wenn ich auf gesuchten Liste bin. Machen umsteigen. Die werden verhungern. Ich kann die nicht abholen. Das ist Chef Cody. Oh. Ach ja. Ich kann die nicht abholen. Boah, wir könnten mit dem Flugzeug abhauen auf die Insel. Komm. Chef Cody, wir haben dich gesehen. Okay. Wo seid ihr? Wenn du zurückfährst. Ja. Genau. Und dann über die Brücke links. Über die Brücke. Ja, zurück. Nein, nicht da. Die andere Brücke. Ach, die andere. Okay. Hier. Und jetzt in die Richtung. Weiß ich. Ich sehe gerade nicht. Ah, ich sehe euch da rechts. Ach, ja. Perfekt. Mach, Pinsel, die Tür auf und springt hinten rein. Ja. Mach mich hinten rein. Ja. Komm, Tür ist auf. Okay. Hallo Cody. Oi. Scheiße, was macht ihr für ein Blödsinn, Jungs? Alles Pinsel ist dein Schuld. Ich schum. Du hast die Sachen weg. Ja, Jiggy? Ja, easy. Dann, äh, ich melde mich nachher bei euch, ja? Ja, ich habe die Fracht an Bord. Bis später. Oh mein Gott. Wisst ihr, was das Problem ist? Was denn? Ich fliege ein Flugzeug für den Herrn Jogi und ich muss morgen Leute abholen. Und jetzt bin ich fahren und rundet. Oh, scheiße. Du musst die, die FAB Leute abholen, ne? Ja. Ja, dann, warte mal, dann meint ihr nicht, das wäre schlauer, wenn wir anrufen und was hat Ronny denn verbrochen? Da hat man eben vor ein paar Monaten jemand verkloppt und der hat Anzeige gestattet. Was ist das für eine Strafe, Ronny? Weißt du das? Äh, Knast. Knast. Hm. Also entweder 125.000 und 24 Einheiten oder 30.000 und 4 Einheiten oder so. Okay, also du musst Safety in den Knast. Ja. Das ist kacke. Und, äh, Pinard, weißt du, was dich erwartet bei Flucht? Weiß ich keinen, ich hab keine Ahnung. Oh, scheiße. Meine Frau will mich umbringen. Ich hab Fluchtfahrer gemacht, wie die Typ in Wunders. Okay. So, wir, nee, wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass Ronny freikommt, hm? Dann, dann müssen wir mal schauen. Vielleicht müssten wir da mal anrufen oder so. Oder müsst ihr da mal anrufen und was aushandeln mit denen? Du könntest dich ja zur Not stellen. Ich mein, du bist abgehauen, aber dafür wirst du ja nicht 100 Jahre in den Knast kommen, oder? Oder ich die gleich... Weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Wir treffen uns jetzt eh mit Kriminellen. Die können wir mal fragen, was man so für Flucht kriegt. Oh, oh. Aber wenn auf mein Kopf Kopfgeld ausgesetzt ist. Ich seh nur den Tank, der auf Rot ist, aber ich sag nichts. Auf Geld? Ach, weil die sich suchen, oder wie? Ja, die Polizei würde mich jetzt verhandeln. Dann gibt's bestimmt... Ich hatte eben mich mit einem getroffen, der wollte mir helfen. Der hat mich bei der Polizei verraten. Hm. Ja, dann war das kein guter Freund, Ronny. Ja. Das war einer vom Mobild Club. Das war einer vom Lost. Ich hab denen vertraut. Ich dachte, denen kann ich vertrauen. Wie, die, die... Die Rocker haben mich an den Kopf verraten? Ja. Ja, der vom Lost. Ich dachte, Kriminelle machen sowas nicht. Und das werde ich meinem Chef sagen. Hm. Ja, wir fahren jetzt erstmal zum Bennys. Die probieren mal ein bisschen mit Werkzeug an deinen Handschellen rum und gucken, ob die die aufkriegen. Okay. Uh, Auto. Ah, gut, dass er brennt. So. Hm. Ja, kümmern wir uns erstmal um das eine Problem und dann um das nächste. Stück für Stück. Du musst dich doch eh bei der Polizei melden, wenn du da abhebst mit dem Flugzeug, oder? Ja, deshalb bin ich am Arsch. Ja, dann muss ich... Oder wir nehmen das Flugzeug jetzt und hauen ab. Cody, ich bräuchte schnellstmöglich diesen Burger-Cop. Burger-Cop? Ja, ich mache Werbung für dich mit so einem Sprung-Shirt und einem Burger-Cop. Und dafür sehen... Also, ich hab den ganzen Staff heute bekommen, Ronny. Aber du kannst damit auf jeden Fall nicht dich verstecken, weil das wirft ein böses Licht auf unseren Laden. Aber wir finden noch anderen Shit. So, warte mal. Hier müssen wir erstmal hin. So, ey, du beruhigst mir vertrauen. Ja, ja, die machen das schon. Ich hab die angerufen, die klären das. Wir packen erstmal hier hinter und dann muss ich die anrufen, dass die herkommen. Okay, ich bin wohl zu. Obwohl, die sehen euch ja hinten im Bulli nicht. Aber ja, komm, wir packen hier. Gut ist. So. Ja, ich bin mit meinem Tuning da, ne? Ich warte vor der Werkstatt. Ich glaube, das ist besser, wenn wir uns die anrufen. Vielleicht können wir das ja auch irgendwie so sehen, dass, weißt du, dass einer die Bullen anruft und sagt, hier zum Beispiel Peanut sagt, ich hab Schiss bekommen, ich liefere den Ronny aus für ein bisschen Geld und mit dem Geld, das gibt er dir, um deine Strafe zu mindern, Ronny. Aber ich hab wirklich Angst gehabt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre ein irgendwelche Rocker. Ja, vielleicht kannst du, weißt du, vielleicht kannst du denen das erklären, so, dass du Angst hattest und dass du den Ronny jetzt doch zurückgibst und dafür vielleicht ein bisschen Kohle kriegst und die Kohle steuerst du Ronny dazu, dass er weniger lange in den Knast muss oder so? Alter, wir stellen uns einfach und gehen zusammen ins Gefängnis. Alter, Gefängnis? Wir sind die Schwerkriminelle. Alter, das ist heftig, ne? Ja, aber ich kann, ich kann Pinsel direkt zu meiner Bitch machen, dann packt uns keiner an, wenn ich vergeben bin und Pinsel auch. Oh mein Gott. Oh. Wir müssen ja die Tür direkt abschließen. Oh mein Gott. Wenn die jetzt sehen, wie der Pinsel aussieht. In so einer Situation war ich schon nie. Ja, Ronny, was baust du aus so einer Scheiße? So, jetzt komm da raus. Ja. Waffe. Oh Gott, die hauen mir jetzt aufs Mauer, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Ja, glaub ich auch. Am Rücken. Könnt ihr mal mit ein bisschen Werkzeug gucken, wie die irgendwie aufkriegt? Ach du Scheiße. Sieht so aus, Alter. Ich bin auf der Flucht, ich war undercover. Ah, gut. Okay, komm mit. Ja. Ich glaube, ich ruf mal Eure Dieter an. Ja, der ist im Unicorn, aber der hat richtig schlechte Laune, er hat richtig viel Kohle beim Wetten verloren. Aber ja, würde ich mal probieren, der hängt mit O'Brien im Unicorn rum, jedenfalls wollten die da gerade hin, ne? Ich erklär dir, Onkel Dieter weiß, ich erklär mal. Ja, aber sag dem nicht, wo wir sind, ne? Nee, 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 bist du verrückt? Okay, ich guck mal, ob die das da vorne aufkriegen. Okay. Oh mein Gott. Peanut! Okay, Didi. Ja? Ich hab ganz großen Mist gebaut. Oh Gott, was hast du gemacht? Ach, du weißt das doch schon bestimmt. Warte, nein, erzähl. Oh mein Gott, sicher was? Was hast du gemacht? Ich hab dir doch vorhin erzählt, dass wir uns jetzt mit den Lost treffen und die den Pinsel verkloppen wollen. Ja. Und da war so ein Typ, der hat uns in so eine dunkle Seitengasse geschleppt und dann sind auf ein paar Autos aufgetaucht. Und das waren aber keine Rocker, das waren anscheinend Polizisten und ich bin mit dem Pinsel abgehauen. Und jetzt bin ich auf Wundetliste. Oh, Peanut, das ist... Das ist Beihilfe zur Flucht. Warum machst du das denn? Meine Frau will mich töten. Ich wollte... Ist sie nicht dabei gewesen? Nein, nein, da wäre die Karre ganz schwor gekommen. Böse. Ich hatte super viel Angst. Ja. Und die haben geschossen auf mein Auto. Warte, die haben hinterher geschossen? Ja, ich bin mit dem Auto so... Das waren doch keine Polizisten. Doch, das waren Polizisten. Die haben so eine Weste mit Polizeian gehabt. Die haben gleich hinterher geschossen? Nee, nicht gleich. Hast du jemanden angefahren, überfahren? Nein, bist du verrückt? Hast du geschossen? Nein. Warum sollen die dann schießen? Weil ich mit dem Auto so kam und Pinsel ist aufs Auto zugerannt und ich hab die Tür aufgerissen und der ist eingestiegen und dann haben die auf mich geschossen vorher schon. Und dann ist der ins Auto und wir sind abgehauen. Und dann kam noch so ein Jugeloo und hat mein Auto gerammt. Wo bist du jetzt? Das kann ich nicht sagen. Traust du mir? Ja, Onkel Dieter, aber ich will nicht ins Gefängnis. Wollte ich nicht, aber... Ja, wie wär's, wenn ich mit O'Brien bei dir vorbeikomme und wieder mal rüber reden? Weil die Leute, die auf dich geschossen haben, das geht ja so auch nicht. Das war der Typ, der den Pinsel erkannt hat. Der war, glaub ich, dabei. Weil der hat sich nämlich super gefreut, dass der Pinsel jetzt verhaften konnte. Okay. Weiß nicht, wie der heißt. Okay. Und Pinsel hat Handschellen an. Ja, dann müssen wir uns doch treffen. Ich hab die versucht aufzubeißen. Okay. Komm, ich und Bro O'Brien kommen außer dienstlich vorbei. Und dann reden wir darüber ganz normal. Versprochen, nicht gebrochen. Pass auf, ich verspreche dir, dich da nicht festzunehmen oder der Leute hinzuschicken. Ich verspreche dir, dass wir uns treffen und eine Lösung finden. Und entweder nimmst du diese Lösung nicht an und verpiss dich und bist weiterhin auf der Flucht. Nein, ich will nicht kriminell sein. Oder du nimmst die Lösung an und stellst dich. Aber ich werde dich da vor Ort jetzt nicht festlageln. Okay, ich sage dir gleich Bescheid. Okay, mach das. Okay, bis gleich, Onkel Didi. Bis gleich. Ich hab mit Onkel Didi gesprochen. Ja? Der sagt, der kommt mit O'Brien. Wir treffen uns gleich mit denen und dann finden wir eine Lösung. Und der glaubt nicht, dass auf uns geschossen wurde. Machen wir das. Hast du Platz im Kofferraum da? Nee, wir haben Klamotten für dich. Warte, die wollen mich umziehen. Was ist mit deinem Dings? Handschellen weg? Ich hab... Die Handschellen sind weg. Aber ich hab noch von den Handschellen die Ringe um den Arm. Ach so. Ja. Oh. Oh. Sollen wir jetzt gleich mit Onkel Didi Trasse unter uns wollen? Also. Ich hab... Ich weiß. Ja, nein. Boah, ich hab ne super dupe Idee. Ich hab... Aber das kostet was. Was? Wir können uns versuchen, frei zu kaufen mit den ganzen Schlüsseln. Aber dann müssen wir vorher die Autos noch abschicken. Nee, die haben wir schon. Die anderen. Ich hab Idee. Ja? In dem Foodwaren sind... In dem Foodwaren... In dem Ding sind's Klamotten für dich. What the fuck? Cody. Ähm... Ja. Aber wenn jetzt die Polizei kommt... Die kommt aber nicht. Ach so, ich dachte, du wolltest den anrufen. Ich hab schon telefoniert. Hilfst du? Ja, ich hab gesagt, ich ruf zurück nochmal. Was sagst du, Chef Cody? War das erfolgreich, dein Anruf, oder eher nicht? Ja, der will eine Lösung finden. Okay. Ja, dann... Ronny, zieh dich erstmal um. Und dann fahr ich euch hier erstmal weg. Und gib euch eine andere Karre, mit der ihr rumfahren könnt. Das beiden Dankeschön für die. Für den Haus. Mit getönten Scheiben oder sowas. Guck mal, ob die Klamotten hier passen. Keine Ahnung, was das für Klamotten. Dann liegen die drin. Ben, Ben. Ah. Oh mein Gott, Alter. Okay, okay, okay. Ich find den süß. Ja, auf jeden Fall. Ich find den süß. Ich find den süß. Ach, Ronny. Der heißt Bonny. Bonny. Das ist ne Hure. Oh, fuck yeah, Alter. Et? So wird er erstmal nicht erkannt. Doch, guck's dein Gesicht an. Ja, jetzt ab zum... Ja, setzt mal die Kopfhörer ab unter dem Ding. Kannst du uns beim Parkplatz rausschmeißen? Bei dem Megamall? Megamall? Ja, kriegen wir hin. Du siehst aus wie du wohnst. Komm, ich fahr mal schon los. Okay, ey, viel Glück und so, ne? Ey, ist dein Name. Kannst du mir die zurückgeben? Ja, danke schön, die Abo. Alles klar, kein Problem. Passt auf euch auf. Du hast was zu. Was ist los, Junge? Machst du Jai? Komm, wir müssen mit dem Auto. Ja, kannst du mir die Buchse-Nummer geben? Was soll ich dir geben? Ich hab dir ne Hose gegeben. Lass euch hier mal ein paar Klamotten in der Lackierkabine liegen. Danke. Jo, kein Ding. Jo, könnt die Mitarbeiter rausräumen. Hey, Boys, mich hat einer auf dem Date? Nee, Bruder, danke dir. Danke, Jungs. Komm, ich mach Tür auf. Ist auf. Ach, du hast gar keine Handschuhe, Mann. Ähm. Nein, du Arschloch, du Dummes. Bitte abt euch und danke. Tut mir leid, ich darf heute hier sitzen. Arschloch. Boah, Cody, das kann ich nie wieder gut, Mann. Ja. Aber im Austausch kann ich doch nicht die Schlüsse hergeben. Ja, warum? Da müssen wir die von den wichtigen Autos aber vorher aussortieren. Oder? Weiß nicht. Ich weiß noch auch nicht. Im Paleto gibt's bestimmt auch noch Autos. Ich muss alle Parkwürze erst abschicken. Dann geb ich die Schlüssel. Wem willst du denn die geben? Du bist doch besoffen. Na, Arschloch hat gesagt, ich soll die ganzen Schlüsse austauschen. Da, wir nehmen das von der Kati, das Auto. Ja, das von der Kati. Ja, ihr solltet euch auf jeden Fall auf den Weg machen zum Friseur und da so Schminkentferner und so holen und Ronny mal sauber machen. Was war das? Weiß ich nicht. Welches Auto ist denn jetzt euers? Da vorne rechts. Da vorne. Da ist ein Mustertonne. Achso, okay. Ich fahre euch da rüber, dann habt ihr es nicht so weit. Hier haben wir alle abgesteckt. Siehst du die ausgeparkten Autos? Ja, ja. Ich habe vor drei Monaten oder so bin ich mal mit denen einmal rumgefahren. Gefühlt in jedem Parkhaus stehen so ein paar. Ja. Boah. Okay, danke für's Cody. Danke für's Cody. Wir melden uns. Aber sagt's keinem, dass ich euch abgeholt hab. Passt auf euch auf. Danke. Boah. Was machen wir jetzt? Ähm. Also ich, ich, ich vertraue dem Onkel Dieter. Der hat gesagt, wir finden eine Lösung und wenn wir damit nicht einverstanden sind, dann nimmt er uns nicht fest, dann können wir gehen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall nicht einverstanden. Hä, bist du doof? Hä? Wenn wir keine Lösung finden oder mit der Lösung, die er anbietet, nicht einverstanden sind, dann können wir gehen. Ja. Ach so. Also das ist ja nur mit uns zum Quatsch einverstanden. Der kommt zum Quatschen. Okay. Ich weiß auch, glaube ich, wo wir hin. Okay. Wollen wir noch zum Friseur? Warum willst du dich tarnen jetzt? Die Farbe nimmt nicht. Ja, dann... Oh Gott, was haben wir getan? Es tut mir leid. Ja, Onkel, die da... Sorry, ich hatte ein Telefon. Was? Hattest du noch schön angerufen? Nee, noch nicht, aber ich wollte jetzt anrufen. Ach so. Ach so, ja, ich dachte, das wäre dann schon ein Anruf gewesen, weil ich am Telefon die ganze Zeit war. Wo kann man sich denn treffen? Ja, doch, wo du willst. Wir sind gerade in der Southside am Unicorn. Eine Verwahrstelle gibt es einen Waffenladen. Ja. Da. Hm, hm, hm. Drinnen? Dahinter, im Hintergang? Ja, davor halt. Weil das Schreinereide... Du hast versprochen, ne? Ja, glaub mir, ich mach dir nichts. Wir kommen, wir fahren da ja... Das weiß ich keiner, dass wir da anfangen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss dich mal wieder auf Scheiße ziehen. Ohne dich wäre ich nichts. Die werden... Ich hoffe, dass wir uns nicht verhaften. Aber dann wird's ein sehr langer Abend, glaube ich. Oh nein. Ich vertraue dem schon. Okay, wenn du das sagst. Der weiß ja, dass wir nicht Kriminein sind. Naja, der weiß ja nicht... Ähm. Du hast ein schickes Auto, ne? Ah, ist schon sexy. Hat die Kati gut gekauft. Die Kati hat Geschmack. Ja. Wir könnten denen natürlich die Schlüssel alle anbieten. Aber erstmal gucken wir... Vielleicht kriegen wir sogar was dafür. Erstmal gucken wir, was ist... Aber wäre das eine Option für dich? Boah. Das ist... Aber vorher... Aber nur, wenn... Die können wir nicht sofort anbieten. Du kannst die nicht alle durchsuchen. Nein, aber ich meine... Ein paar coole Autos behalten. Nicht alle abgeben. Ich gehe auf keinen Fall ins Gefängnis, Pinsich. Sag's dir. Ja. Finky bringt mich oben. Meine Eltern bringen mich oben. Ich kann nie wieder nach Arizona, wenn ich Kriminein bin. Sprich mal dann nicht über die Schüssel. Das ist die allerletzte Option. Vielleicht... Wenn du euch in den Knast gehen musst, dann ist das halt so. Ich bin wegen Fahrerflucht dran. Ja, aber deswegen... Das kann man glaube ich... Ach du Scheiß, wir sind am Arsch. Warum? Warum? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Wir sind am Arsch. Nein, ich vertraue mich in die da. So, einmal die Hände hoch. Nein, alles gut. Ich bin in der Schrecken. So. Wir konnten ihn noch nicht abschminken. Kannst du mir mal bitte deine Sichtweise im 1 zu 1, bevor ich jetzt irgendwas dazu dichte, dem Sargent da sagen? Meine? Was da passiert ist, ja? Also, nach dem Boxkampf wurde ich ausgezahlt. Dann habe ich Pinsen angerufen und Pinsen hat gesagt, ich bin hier im Autohaus bei den Schleppis. Ich habe hier einen Freund, der will mir einen gefälschten Ausweis verkaufen. Der will mir irgendwelches Zeug antreten. Und dann bin ich da hingefahren und dann haben wir telefoniert, Onko Dieter. Weißt du noch... Du hast gesagt, du hast... Ja. Ist das Brian? Was? Wer ist das? Wer? Was? Wer du bist? Ronny. Hallo, die. Ach, wieso komme ich denn immer auf Brian? Liegt an den Kloppis vom Taxiunternehmen, sorry. Ähm, ja. Dann hatten wir telefoniert und dann habe ich dir erzählt, ich treffe mich jetzt mit einem Pinsel und mit irgendwelchen vom Urkern. Du wirst gesucht. Also, du hast einen Straftat begangen, du wirst gesucht, bla bla bla. Das ist nicht drum zu streiten. Aber du hast ihn da rausgeholt. Wir sind... Der Typ hat dann gesagt, wir sollen ihm folgen. Wir sind ihm dann gefolgt. In so eine dunkle... Was war denn das für ein Typ? Warum hat er euch da überhaupt hingelockt? Durch was? Das war, glaube ich, einer vom Lost, sagte Pinsel. Der hat mich angerufen und hat gesagt, das ist einer vom Lost. Und der will, ja, der will mir helfen. Ich dachte, Lost kann ich vertrauen, weil ich arbeite beim Taxi. Ja, und das war ein Hinterhalt. Genau. Wenn das wirklich so ist und nicht schlecht und Brian hat deine Jungs, dass die Lost sogar in der Kontrolle haben, dass sie es nitschen. Ja, wir sind dann auf jeden Fall dem Auto gefolgt und Pinsel ist mit dem Tub und dann habe ich hinter uns gesehen, ist ein schwarzes Auto aufgetaucht. Und dann ist Panik ausgebrochen. Da sind Polizeiwesten ausgestiegen. Das habe ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Ich weiß sogar, wer der eine war, der Preuß ist. Wer? Das war der, der auch im Boxkampf war. Der Pater. Pater? Patrino. Achso. Ja. Ich habe dann Panik ab und weggefahren. Wurdest du getroffen? Du wurdest ja beschossen, oder? Auf dem Auto haben die geschossen, ein, zweimal. Nee. Haben die da was gesagt oder so? Ja, Warnung, letzte Warnung. Ja, letzte Warnung, bleiben Sie stehen. Aber ich bin verdammt. Und dann kam so ein Flugelow, ist in mein Auto reingekracht. Dann war noch mehr Panik und ich habe Gas gegeben. Das war der Severl, der reingekracht ist. Der jetzt gerade schon wieder anruft. Geh nicht ran, den brauchst du nicht warten. Weswegen wirst du gesucht? Ähm, ich war bei einer Gegenüberstellung. Wegen der Taschenlampe, das Ding. Genau. Du hast das vorhin sechs Leuten gegenüber bestätigt. Was denn? Mit der Taschenlampe. Habe ich ja auch. Warum haust du denn noch ab? Weil wir in Panik waren. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in so einer Situation. Pass auf. Um, 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 diese Scheiß jetzt ganz einfach zu kriegen. War, äh, Pina. Pina, wie heißt du richtig? Ich kann nie habs. Ich meine, du bist jetzt Mitheder, ne? Du hast geholfen zur Flucht. Ja. Hast dich entzogen. Da ist Haftstrafe, Geldstrafe drauf. Ja. Ich kann dir eins anbieten. Und das soll jetzt, das soll, das soll, das soll, das soll, das soll, das soll jetzt auch kein linkes Ding sein oder sonst was, sondern klärt das ab. Und du wirst Ronny dahin bringen. Ja. Und wirst ihn sozusagen, also er wird sich stellen und du bringst ihn dahin und macht es aber einfach so, dass du damit nicht klarkommst, dass du das getan hast, dass du überfordert warst, dass du in Panik warst und beschließt sich jetzt, ihn auszuliefern. Und Ronny muss sagen, du willst, also, ne? Du musst das leider verneinen, damit wir sehen können, dass das von Pina eine gute Tat ist und können diese Sache komplett fallen lassen. Mit der Entziehung und mit der Beihilfe zur Flucht. Okay. Was aber wiederum heißt, dass du dich nicht stellen möchtest und deine Strafe dann im mittleren Faktor angesehen wird. Wegen der anderen Sache. Komm nochmal drauf an, was er schon in seiner Akte hat. Ja, das natürlich auch. Oh, die ist riesig, glaube ich. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, wenn du deinem Freund Pina helfen willst. Okay. Er wollte dich raus und er wollte dich schützen. Jetzt bist du dabei, ihm mal was zu geben. Also ich bin zufrieden, wenn er nicht in den Stress kommt. Ja, dann lass dich gegen deinen Willen ausliefern. Und dann kann ich das fallen lassen. Dann sagen, also müssen wir so tun, als ob du mich hintergangen hast. Ja. Ne, Pina muss nur mit seinem Gewissen. Es geht ja auch darum, dass viele Leute, wir wollen, dass man Reue zeigt. Wir wollen, dass man sich ändert, dass man daraus lernt. Und aus diesem Grund, dass Pina sagt, oh nein, ich war überfordert und ich wollte... Entschuldigung, bin nicht böse. Äh, wollte das nicht und so. Ähm, dann können wir hier sagen, nee, der nimmt ihn mit und lasst Pina hier wegen dem guten Willen, so wegen der Änderung kann man das fallen lassen. Und dann kommt Pinsen ins Gefängnis. Dann kommt er erstmal mit, ja. Und wird wegen der Taschenlampensache erstmal mitgenommen. Das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, Meriko. Dritte Möglichkeit, hierbleiben und... Also ein Fluchtzeug habe ich. Ja. Dritte Möglichkeit, die ganze Zeit hierbleiben und auf Flucht sein beide, bis ihr irgendwann gepackt werdet. Das kann ich nicht machen, sobald meine Frau das ist, fett bringt die mich um. Drei Monate müsst ihr das schaffen. Nee. Entziehung ist eine Strafe, zwei Monate. Was soll ich auf Flucht gehen? Ich hab... Es gibt nicht mal Klamotten in meiner Größe. Ja, doch. Ich bleib schon. Okay. Das wäre die Möglichkeit. O'Brien würde da den, seinen Leuten dann sagen, dass Pina nicht mitgenommen wird. Du wirst dann verhaftet und dann sagst du noch, Pina, du Arschlach, du hast mich hintergangen, tust du ein bisschen bla bla bla. Dann sehen die anderen Leute auch, dass Pina doch auf der richtigen Seite steht. Insel geht leider nicht, ist verboten. Okay. Kann wir dann... Wenn wir das machen, können wir dann zum Pity zu euch. Weil ich glaube nicht, dass der eine Typ, der den Pinsel auch erkannt hat als Frau, dass der ziemlich angefressen ist. Nö, der macht das schon. Wollen wir euch keine Sorgen machen. Wir fahren gleich... Ich sag denen und so, ich sag, ja, ich hab mit Pina gesprochen. Der liefert gleich Ronny aus, dass er dir nix andrückt oder sonst was. Dann bist du aus dem Schneider, wird alles fallen gelassen. Ronny wird aber mitgenommen, muss ich für seine Sachen verantworten. Das wird dann sehr langer Abend für dich, Pinsel. Boah. Ich sag ihnen jetzt schon Bescheid. Aber heute ist noch die Chance, dass... Warte, ich würde das okay von denen. Ich hab gesagt, ich mach nix andrückt. Ich werde ihn hier nicht jetzt an verfassen, wenn er sagt nein. Nein, nein, nicht hier. Sondern die sagt, Alpatrino, ja, ich hab jetzt mit Pina geredet und so. Der war ein bisschen überfordert mit der Situation. Der kommt jetzt, der liefert gleich Pinsel halt aus vom PD. Ich glaub, wir wollen drüber reden erst mal. Ja, dann redet. Wir warten hier. Okay. Okay. Kommt beim Sein. Denker, wir haben noch die Tasche. Die können wir super verkaufen. Na, notfalls. Ich weiß ja nicht, wie viel... Vielleicht können wir uns damit rauskaufen, indem wir so sagen, die Tasche... Es will denn funktionieren. Niemals. Man muss es probieren, bevor man weiß, ob es funktioniert oder nicht. Es kommt noch an, wie lange muss... Wenn ich nur über Nachtteil sein muss... Weißt du, wie ich mein? Dann bin ich morgen ja wieder frei. Ich glaub nicht, dass du so eine tolle, große Strafe bekommst. Ja, das mein ich. Du bist doch kein Mörder. Du bist doch kein Geiselnehmer und kein Mörder. Du entziehst dich doch nur der... 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 der Strafe. Wann... Okay, also müssen... Ich muss rausfinden, wie lange die Strafe ist. Wenn das nur so... War schon mal sechs Hafteinheiten. Wir können Onkel Dieter fragen. Ja, genau. Ungefähr. Ansonsten, dann machen wir das so. Aber eigentlich müsste ich bei der Sache gut rauskommen. Weil der Typ wollte sich doch verboxen. Ja, aber der hat sich angezeigt und du bist an die Stadt hingegangen, hast du dich als Boni verkleidet. Ja, das ist vielleicht problematisch. Das war vielleicht das Dumme. Aber das hab ich dir gesagt. Ja, aber es war so lustig, wie eins im Kleiden wie eine Hure. Aber ich war am Kau und so, um, 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 um. Ich hab Eis... Also machen wir das. Ja, komm. Arschpacken zusammen kneifen. Dann... Wir kriegen das hin. Vielleicht... Erst mal fragen. Didi? Ja? Wie lange müsste ich absitzen? Da müssen wir in die Akte reingucken. Was wird denn denn überhaupt vorgeworfen? Das ist keine offizielle Akte. Wahrscheinlich jetzt noch Flucht und sowas. Naja, klar wird da der Strafmaß ein bisschen höher gesetzt, aber nicht aufs Maximum. Aber der kriegt jetzt keine 15 Jahre oder so. Nein, nein, nein. Nein. Und der will doch nicht... Was wird denn angeklagt? Schwere Körperverletzung oder das? Äh... Schwere Körper... Gefährlich ist keine Schwere... Es ist eine gefährliche Körperverletzung. Ich hab gar keinen... Achso. Und Flucht aus der Strafgefangenschaft. Und was wär das? Ich kann mir... Ich kann mir gucken. Warte mal. Äh... Kann ich dir sagen. Achso. Also wenn das... Ich weiß jetzt nicht, was halt wegen heute noch ist, aber das wären 50.000 und 8 Afteinheiten. Könnt ihr mir das Geld geben? Ja, nee. Okay. Ich kann dir das geben. Nein. Ich hab kurz 25 verdient. Fuck you. Okay. Also ja, ich kann es dir doch geben, sozusagen. Ich kann nicht. Ich geb dem Pinsel das. Aber ich kann ja selber. Dann bin ich den Pulitzarevier. Mach das. Mach sonst ne... 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 Ne Vertagung mit der Bezahlung. Also du kannst das halt in Tagessätzen abzahlen. Wie viele Tage du Zeit hast. Zahlungszielvereinbarung. Ja. Ähm... Und was ist mit vielleicht so... Boah. Also im Taxi... Ich krieg 50% Rabatt eigentlich. Ne. Dann gibt's keinen Rabatt. Okay. Ja, dann... Komm, wir gehen dich kurz abschminken, damit du nicht geknutscht wirst im Gefängnis. Boah, weißt du, wenn die mir den anstehen... Dann sage ich dem Patrino jetzt Bescheid, dass er... Und dann fahren wir zum Pulitzarevier. Genau. Ja, dann los. Okay. Wir bleiben da im Hintergrund und gucken das nebenbei mal so, dass das nicht nach hinten läuft. Dass du nicht gesaufhaftet wirst. Okay. Boah, ich weiß nicht, wir hatten wir an. Klär das mit deinem Strafnachlass wegen dem Dicken. Äh, äh, ich hab jetzt mit Peanut geredet, ja? Hier, bitte. Ja, hau mir auf den Wamper. Dankeschön. Komm, wir gehen dich abschminken, du Hure. Ach, Babylon. Wir kommen dann gleich. Ja. Oh Gott. Auf die Glatze. Glatzen, klatschen. Was hältst du von meinem neuen Auto, Onkel Dieter? Mag ich. Mag ich wirklich. Ich hätte mal was anderes durch die Gegend. Ich würde mir auch überlegen, einen Masse-Karma zu holen. Ja, Mann. Wir kommen dann gleich. Bis dann. Bye. Ich hoffe, ihr seid da. Doch, wir kommen wirklich versprochen. Versprochen. Bye, have a beautiful time. Ja. Siehst du, Onkel Dieter kam auf den Traum. Okay. Und die Tasche ist safe. Ja. Die verstecken wir jetzt. Die verstecken wir. Ich nehme die Tasche, ich verstecke die. Du versteckst die Tasche? Ich kann mit dem Auto nicht nach Hause fallen, ne? Wenn Twinkie das sieht. Mit Carty nur was schütteln. Dann kriege ich auf die Fresse. Wir müssen schnell abschminken. Wir wollen schon ganz viele zur Auswahl. Du musst alles... Oh Gott. Boah, das ist schnitt. Also, was genau sag ich jetzt? Ich geh jetzt hin und sag, nein. Ich tue jetzt so, als würde ich dich da hinbringen. Der Dings sagt ihm das doch, Freunde. Na dann... Du musst mich abschminken. Du Zuckermulchen. Und ich nehme die Tasche mit an. Du schnitt. Du siehst du Kacker. Mach dir eine gängige Frisur. Nee, abschminken. Ging's. Der Bad ist ja weg. Okay, was war noch? Abschminken. Abschminken. Komm, ich schmink dich ab. Eis. Danke. Eis weg. Boah. Boah. Der war voll ein Rachen. So. Perfekt. Ich fülle aus, den Junge. Danke. Die Klamotten passen so. Okay. Okay. Oh, wir müssen die Tasche aber verschwinden lassen. Warum? Herr, falls die mich doch festnehmen, weil die doof sind. Dann kriegen die all die Autoschlüssel. Ja, dann mach sie ein Kati-Auto. Wo ist dein Auto? Nochmal. Ähm. Wir haben es stehen lassen irgendwo. Ähm. Warte. Dein Friseur. Ja, stimmt. Dann fahr ich mit dahin und lass das Kati-Auto da. Obwohl, warte. Machst du mein Geheimversteck? Machst du ein Parkhaus... Parkhaus... ... ... ... ... ... ... Wir fahren ja nicht zum Pedi mit dem Auto. Wir fahren da oben in die Ecke und parken da und laufen dann da hin. Massi wollen das Privat... ... das Geheimversteck-Auto. Ja, aber dann muss... Ja, okay. Aber dann müssen wir voll dritts in mein Auto holen. Weil mit Kati-Auto kann ich nicht nach Hause. Ja, dann nimmst du meins. Ja. Wir tauschen die um und dann verstecken die Tasche in meinem... ... ... ... ... ... ... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah! Ja! Könnte sein. Ansonsten habe ich Platz, ähm... ... ... ... ... ... ... ... Das petzt sich Twinkie. Oh, da ist dein Auto. Okay, auf geht's. Gut. Du hast dein Schloss gewechselt, du Arsch. Kein Schlüssel. Oh. Aber ich hatte Schloss gewechselt. Ich hatte damit letztens auch Probleme. Mach den Schlüssel rein. Ich hatte damit letztens Probleme mit dem Schloss. Und dann hatten die mir geholfen, neues Schloss, äh, neuen Schlüssel. Ne, Quatsch, die haben die Batterie ausgetauscht oder so vom Schlüssel. Ich hab mal dein Maul. Nein, schwör's. Und jetzt zum Parkhaus am PD. Ne, vorne, ne? Äh, wir gucken hier ansonsten PD. Ich mag das, wenn es nicht... Psch! Okay, auf geht's. Guck mal auf jeden Platz. So, was hat der Boot, Alter? Wir haben halt zwei gleich. Mit welchem Auto haben die was gemacht? Doch, das ist deine Karte. Sollst du die Tasche da reinlegen? Hm, ich muss erst mal gucken, ob die passt. Passt? Passt nicht. Okay, warte, wir holen was raus. Irgendwas, was ich nicht brauche. Rauch. Mikro. Sind die Bürger noch gut? Bah, die sind hart. Machen wir mal Sachen aus der Tasche raus. Was denn? Essen? Sind da Klamotten drin? Hm, ja. Klamotten kannst du hier in das Auto packen. Mach die Klamotten da in das Auto. Eine. Aber nicht die Armbänder. Die will ich anziehen. Die sind in meinem Auto. Ich hab die aus Panik rüber in meinem Auto oben. Hey! Was machst du? Gar nichts. Geh weg. Mal dann nur die Klamotten rein. Sind nur zwei. Passt jetzt? Weiß ich nicht. Ja, passt. Was hast denn du alles im Auto, Alter? Wo ist denn das, ja? Ich hab alles geklaut, was ich kriegen kann. Okay, also. Ich brauche nur einen Schlüssel von dem Auto. Ähm. Ja, wollen wir das morgen machen? Ja, aber ich muss doch gleich damit nach Hause fahren, dann. Gib dir einen von denen. Okay. So, nur mal kontrollieren. Meine Waffe darf ich haben. Und jetzt fahren wir zum Pizzarevier. Oder? Okay, ja. Dann ruf ich Onkel Dieter nur mal ein. Nimm einfach nach, dann ruf ich schon Schüssel. Onkel Dieter, wir fahren jetzt zum Pizzarevier. Ja, die warten da schon. Okay. Okay? Okay. Okay, wir sind auch schon hier. Okay, bis gleich. Bis gleich. Okay. Ich kann die warten für mich. Okay. Du kommst ins Gefängnis heute. Äh, geil. Mal gucken, was wir rumkommen. Ich hoffe, die beeilen sich. Ich bin müde. Gib einfach alles zu und sag, wir sollen schnell Dings machen und dich ins Gefängnis bringen. Ja. Sollen wir unten parken? Ja, park einfach irgendwo, wo du willst. Du bist ja gleich wahrscheinlich weg. Mal einfach hier. Und lass mich nur bei den Kofferraum liegen. Die haben wahrscheinlich mein Auto abgeschleppt. Ach du Scheiße, die Armen. Die wüssten, wie viel Telefon ich dabei hab. Hast du abgeschleißen? Nee, warte. Jetzt. Na dann. Oh. Viel Spaß. Wir machen das jetzt so, dass ich bringe, ne? Ja, warte. Ja. Nimm die Pischof in die Hand. Bist du verrückt? Okay. Ich kliere mich ab. Du musst frech sein. Hallo? Ja. Was hast denn du hier mitgebracht? Pinse muss ins Gefängnis. Nein, ich will nicht. Du musst. Lass mich frei. Du musst. Lass mich los. Du musst ins Gefängnis. Du bist ein Verbrecher bist du. Au. In Gefängnis kommst du. Lass mich los. Nein. Du kommst ins Gefängnis, Pinse. Nein. Nein. Lass mich los. Ich kann damit nicht leben, was du mir gemacht hast. Ich sag, wir sind Freunde. Du Arschluck. Einmal. So. Das ist Reue. So. Sehen sie das, Detective? Du gehst jetzt ins Gefängnis. Nein. Und wenn die mitgeknutschen, dann knutsch du mit denen. Nein. Ich muss. Bevor du wieder abhaust. Ach, wir sind Freunde. Wir sind doch Freunde, wenn du dich veränderst und nicht mehr kriminell bist. Ich bin weggefahren. Was soll ich machen? Du bist ein Feuermann? Du denkst, das wollen die nicht mehr anhören. Auch nicht schlecht. Pencil ist im Knast rein, dummer Leben. Boah, der tut mir so leid, Alter. Wir haben halt zwei, Mann. Oh mein Gott, ich hoffe, dass sie ihn schnell abwickeln. Der tut mir so leid. Bye, have a bolderful time. Ich schicke euch gleich rüber zum Pinsel, dann hat er wenigstens noch was zum Lesen. Wenn ihr da rumchillt, erst mal fünf Stunden. Armer Pinsel. Schade. Ich hab gedacht, die quatschen mich jetzt noch an und so. Und fragen mich, was das sollte. Aber anscheinend hat O'Brien das schon geklärt. Oder Onkel Dieter. Aber heute hat sehr viel Spaß gemacht, Chad. Ich hoffe, er hatte genauso viel Spaß wie ich. Wir hätten jetzt natürlich auch auf Flucht gehen können. Aber mit einem Skin-Character ist das so gut wie unmöglich, Alter. Du kannst keine Maske tragen, nix. Ich hab nur Spaß gehabt. Ich hatte auch Spaß. Und ja, du, die Dankschüpfel, den Primestabeln. Und herzlich willkommen, ich lese dich anderen noch vor. Ich hab Hunger. Was meinst du, da mit Schattenbund? Twinkie wird mir den Arsch aus. Ich weiß aber auch nicht, warum ich das gemacht hab, ne? Das ist wie so ein Instinkt, glaub ich. Ich krieg allein schon Ärger von Twinkie, wenn das Auto hier nicht steht. Achisch! Braver Fusch. Er ist ne Fisch, die Flasche. Keine Ahnung, Alter. Ich war, glaub ich, mit Curtis einmal in dem PD unten in der Gefängniszelle für einen Abend. Ich wurde da nie verhaftet oder so. Da hat kurz der Curtis gekickt. Nee, ich glaub, das ist eher Dennis. Sobald das irgendwie darum geht, irgendwie was rauszuschlagen oder irgendwie... Also so in diese Richtung des APs, so dann komm ich einfach komplett durch. Aber ist ja nochmal gut gegangen. So. Twinkie, Papa Peanut kommt nach Hause. Keine Sau, bist du... Ich hab Bock da drauf. Armer Pinsel, Mann. Armer, armer Pinsel. Jakbudi, vielen lieben Dank. Taxi-Man, danke schon für den Prime-Sub im 18. noch. Chase, danke schon für den We-Sub im 30. Monat. Und Eisen, danke für den We-Sub im 48. Monat, Alter. Vier Jahre, liebe dich, Schatz. Oh, Bruder. Ich hoffe, dass der noch da ist. Kann man den markieren? Ja. Precious. Ich hoffe, du hast richtig ausgesprochen. Vielen lieben Dank für 1500 Bits, Mann. Verzeih mir, wenn ich nicht sofort vorlese. Manchmal bin ich so vertieft ins AP. Oder abgelenkt. Oder irgendeinen anderen Shit. Ich hoffe, dass du das noch hörst. Vielen lieben Dank. Und Horst Helmchen, danke schon für den Zap und herzlich willkommen. Und David. Hatten wir schon, ne? Direkt noch zu Ronny. Ja, ja. Wir machen noch zum... Wir gehen noch zum Ronny. Great Knister. Ich mach schon mal Dings. Wann fängt es Stream an? Jeden Tag ab 19 Uhr. Immer pünktlich. Immer da. Nie Deutsch. Ich schick euch noch zum Pinsel. Da gucken wir noch ein bisschen zu. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und vielen lieben Dank für den ganzen Support. Danke für alles. Wir sehen uns nachher um 19 wieder, okay? Keiko schlafen in den Chat und wunderschöne gute Nacht. Bye-bye. 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 Vielen Dank.